Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Was in aller Welt bist du? Ich bin Batman. 2005 hörten wir das das erste Mal in den deutschen Kinos, als Christian Bale das Erbe Cape und das Kaul von Batman erstmals antrat. Nach all diesen Jahren hat die The Dark Knight Trilogie einen gewissen Stellenwert in der Popkultur. Warner wird ja dieses Jahr 100 Jahre alt und zur Feier des Tages und natürlich auch zur Feier des Batman Days. Wird in einigen Kinos bundesweit die The Dark Knight Trilogie, also wirklich alle drei Filme, auf der großen Leinwand nochmal gezeigt. Und die Gelegenheit nutzen wir natürlich, um endlich mal über diese Filme zu sprechen. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Hallo, ich bin der Dom. Ich habe hier schon einige Christopher Nolan Filme besprochen und wer da auf jeden Fall immer mit am Start war, so gut wie immer, war der Christopher. Es spielt keine Rolle, wer wir sind. Was zählt, ist unser Plan. Hattest du gerade keine Blechdose zur Hand oder? Ja, ich habe die echte Maske besitze ich nicht. Nein, deswegen musste ich improvisieren. Ja, und jemand anderes, mit dem ich persönlich auch schon relativ viel zu Batman gemacht habe und auf jeden Fall zu DC Filmen, zu welchen, die ich weniger toll fand. Aber es waren trotzdem tolle Sendungen, kann man gerne reinhören. Der Werner ist hier. Hallo zusammen, ich bin Vengeance. Ja. Ja. Ja, Gruß an Robert Pattinson. Um den es heute nicht gehen soll. Um den es heute leider nicht gehen soll, aber da möchte ich noch mindestens zwei Filme von sehen. Hier habt ihr es gehört. Ja, die The Dark Knight Trilogie fing 2005 an, endete 2012. Drei wirklich, wirklich große Filme, mit denen ja Christopher Nolan dann endgültig so auf dem Radar des Mainstreams aufgetaucht ist. Bevor wir aber dazu kommen, Werner, du hattest ja gerade schon schön darauf angespielt. Was ist denn dein liebster Batman-Darsteller? Also für mich ist es ganz klar Ben Affleck, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich ihn als Schauspieler sehr, sehr liebe, sondern vor allem, weil er halt eben die richtige Statur hat und vor allem, weil ich sein Kostüm halt eben absolut liebe. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, was das Kostüm angeht. Das ist einer meiner größten Kritikpunkte an der Dark Knight Trilogie. Aber Ben Affleck, die Statur ist perfekt, das Kinn ist perfekt, der Anzug ist großartig, die Action ist fantastisch. Also Ben Affleck, ja, das ist mein Lieblings-Batman. Alles klar. Das soll jetzt hier auch keine Diskussion lostreten. Jeder hat so seine Position. Christopher, wie sieht es bei dir aus? Ja, aber mir ist es Bail all the way. Also da kommt einfach alles für mich zusammen. Es ist für mich meine Lieblingsinterpretation von Batman. Es ist für mich meine Lieblingsinszenierung von Batman. Und es beinhaltet auch meinen Lieblings-Batman-Darsteller. Weil das war für mich das erste Mal, dass ein Schauspieler sich diese Rolle angesehen hat und gesagt hat, wie kann ich das Ganze so a, so menschlich, aber gleichzeitig auch so mystisch anlegen, wie es nur geht? Und wie kann ich das versuchen, mit diesem realistischen Stil, den unser Regisseur hier hat, zu vereinbaren? Und was Bail da macht, ist eigentlich nicht kompliziert. Aber trotzdem finde ich es verwunderlich, dass niemand zuvor jemals auf diese Ideen gekommen sind, auf die er gekommen ist. Zum Beispiel in diesem Kostüm mit einer völlig anderen Stimme zu sprechen, was nicht nur seine wahre Identität schützt, sondern eben auch das Bedrohliche der Figur. Denn das ist das, was Bruce Wayne ja da macht. Er kreiert eine Kunstfigur. Er spielt einen Charakter. Ein Symbol. Eben. Und dass er das nutzt, um das Furchtanflößende wirken zu lassen. Ich meine, bei allem Respekt, ich bin als Kind nun mal auch mit den Tim Burton Filmen aufgewachsen. Die haben im Laufe der Jahre mehr und mehr für mich verloren. Und als dann Nolan um die Ecke kam, haben die dann praktisch für mich kaum noch Stellenwert gehabt. Aber tut mir leid, Michael Keaton sprichte dem Kostüm so wie als Bruce Wayne. Das gleiche gilt für Val Kilmer, das gleiche gilt für George Clooney. Oh, bei George Clooney ist es ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Da macht praktisch gar keinen Unterschied, ob der überhaupt den Anzug an hat oder nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja. Und Bale ist wirklich der Erste, der auf die simple, aber effektive Idee gekommen ist, vielleicht sollte ich Bruce Wayne und Batman als zwei verschiedene Persönlichkeiten spielen. Und das macht unglaublich viel aus. Mhm. Gut, wie gesagt, sollte jetzt keine Diskussion lostreten. Ich kann mich dann aber eigentlich bei dir heranhängen. Es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen unfair, weil, ja, Christian Bale hat ja die meisten Batman-Filme für sich, ja, veranschlagen können. Und die anderen, ja gut, Ben Affleck ist das so ein bisschen schwierig, ne. Also, so richtig sein Film ist eigentlich keiner von denen, wo er als dunkler Ritter zu sehen war. Aber Michael Keaton, muss ich sagen, find ich tatsächlich immer so ein bisschen hölzern, wobei mit den Jahren hab ich mich so ein bisschen mehr mit anfreunden können. Aber ich bin jetzt auch nicht in den Flash reingegangen, weil ich mir gedacht hab, oh, also Michael Keaton, ne. Michael Keaton war halt auch ein bisschen so, find ich, ein Produkt seiner Zeit. Ja, 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 die sind alle irgendwo Produkt ihrer Zeit. Also, Bale hat tatsächlich für mich auch sehr, sehr viel gemeinsam mit dem, was Danny Craig auch aus der Bond-Rolle gemacht hat. Das sind eigentlich beides Charakterschauspieler, die diese Rollen auf ihre Art, ja, interpretiert und bereichert haben. Und vorher war es ja so, dass man eigentlich auch eher, also, ja gut, jetzt Michael Keaton nicht, aber man wollte ja in erster Linie, glaub ich, schon Leute in dem Kostüm haben, die auch irgendwie, ja, ein bisschen Action-affin sind oder vielleicht auch schon Action-Filme gedreht haben. Da könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gerne in einen Podcast reinhören, den ich vor über vier Jahren mit den Kollegen Lasse und Patrick auch schöne Grüße gemacht habe, wo wir über alle Batman-Schauspieler einzeln geredet haben. Da sag ich eigentlich auch das meiste dazu, deshalb halte ich mich hier kurz. Es ist für mich auch Christian Bale, weil der für mich eigentlich jede Facette des Charakters wirklich grandios verkörpert. Über seine Batman-Stimme kann man geteilter Meinung sein, da können wir vielleicht auch noch vortrefflich drüber streiten. Ja, aber that being said, würde ich sagen, das war jetzt nur zum Einstieg. Aber nochmal so generell vom Batman-Darsteller ausgehend, wie wir eigentlich so zum Franchise gekommen sind und wie wir dazu stehen und vielleicht auch zu Nolan. Werner, ich würde sagen, da fängst du diesmal mit an. Ja, also Batman ist die Figur meiner Kindheit, mein absoluter Lieblings-Superheld, mein Lieblings-Franchise, wenn es um Superhelden-Filme geht. Also, ihr habt vorhin gesagt, Bale all the way und bei mir heißt es Batman all the way. Für mich gab es als Kind an Weihnachten immer den gleichen Wunsch. Werner, was wünschst du dir zu Weihnachten? Eine Batman-Figur. Eine Batman-Figur. Kein Batman-Movie. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als mein Vater nach vielen Jahren gesagt hat, ach, nicht schon wieder eine Batman-Figur. Also, ja, Batman verfolgt mich mein ganzes Leben und ja, auch als ich dann Teenager war, jetzt wo ich erwachsen bin, ich habe Batman immer geliebt, egal ob jetzt nur zum Spielen, ob es die Anime-Serie war, ob es die Filme waren, die dann eben gekommen sind. Immer Batman, überall Batman, all the way, all the time. Und wegen Christopher Nolan, ja, also ich muss zugeben, ich bin damals über die Dark Knight-Trilogie zu Nolan gekommen, weil das war damals ein bisschen so der Beginn meiner Filmliebe, um das mal so zu sagen. Batman Begins, der kam ja damals 2005 und da war ich im besten Teenie-Alter mit 16. Also, ja, habe ich da Nolan, den Namen für mich entdeckt und ja, seit ich ihn im Kopf habe, hat er mich nie wieder enttäuscht in den Jahren danach. Mhm. Christopher, du kanntest Christopher Nolan ja schon eher, nicht nur durch Batman, ne? Ja, ich erinnere mich daran, dass ich natürlich auch, wie die meisten anderen, durch den Memento-Hype auf ihn gestoßen bin. Jetzt kann ich nicht mehr genau sagen, in was für einer Reihenfolge das war. Ich weiß aber noch, dass ich damals, großer Gott, das ist über 20 Jahre her, Insomnia im Kino gesehen habe. Das war dann meine erste Berührung mit ihm. Ja, ja, das hat es. Du bist alt, ja, ja. Ich, wir sind alle alt, ne? Es ist unvermeidlich. Und dann habe ich natürlich dann aus der Videothek damals Memento ausgeliehen und dann habe ich mir über ihn gelesen und so bin ich auch aufs Debütwerk Following gestoßen. Also, ich war schon mit ihm vertraut, als dann Batman Begins erschien im Sommer 2005 und hatte dementsprechend auch ziemliche Erwartungen. Ja, ich kann mich lustigerweise Werner anschließen, denn ich bin sowohl, ja, sowohl zu Batman als auch zu Nolan erst durch The Dark Knight tatsächlich gekommen. Also, ich hatte zwar irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwann hatte ich mal Batman und Robin, glaube ich, als Kind gesehen oder, also, der kam ja 97 oder was raus oder 95 und das war für mich halt irgendwie Batman. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand das alles ziemlich scheiße und banal. Und ich habe auch irgendwie nicht verstanden, worum es da überhaupt geht und das hat mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Dann hatte ich mal irgendwie mitbekommen, ja, jetzt hier Batman Begins kommt und dann hatte ich, ich hatte da einfach keinen Bezug früher zu. Und es hat mich auch wirklich gar nicht großartig gejuckt. Da war ich eher so Harry Potter und Herr der Ringe. Und dann ist aber irgendwann eben dieser Todesfall von Heath Ledger gewesen. Das war ja 2007, 2008 kam er dann The Dark Knight raus im Sommer. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte halt den Namen Heath Ledger irgendwie gehört und ich wusste, dass ich ihn auch kannte aus diesem Film Die Vier Federn. Und dachte mir dann so, ja gut, der hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, er hatte kurz vor Brockback Mountain gemacht. Den hatte ich dann, glaube ich, auch gesehen, fand ich auch ziemlich toll. Und dann dachte ich mir so, aha, ja, okay, und jetzt macht er diesen komischen Batman-Film da. Warum, warum muss der jetzt halt wieder sein, sein Talent für so einen Quatsch da äußern, äh, opfern? Entschuldigung, aber das ist aus heutiger Sicht schockierend, dass du so mal gedacht hast. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es ist halt, man öffnet sich ja auch. Ich meine, ich habe mich früher auch nicht für Bond interessiert. Ja gut, ich interessiere mich eigentlich nur für Craigs Bond, egal. Aber that being said, äh, der ist dann gestorben und ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Ich habe einfach angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ähm, vielleicht auch, weil es halt, weil der wirklich mit so jungen Jahren auch gestorben ist. Ich meine, ich bin jetzt heute älter, als er damals war. Und wenn ich mir überlege, was der schon, äh, in seiner Karriere hat, äh, hat vorweisen können, bevor die überhaupt richtig losgingen. Äh, ja, und dann habe ich mir irgendwann, also der, der Hype on the Dark Knight, den habe ich dann halt irgendwann auch mitbekommen. Und, äh, dann wollte ich den auch die ganze Zeit sehen. Ich wollte ihn sogar im Kino gucken. Das Problem war, dass, äh, viele aus meinem Freundeskreis, äh, zu der Zeit noch gar nicht, äh, äh, 16 waren. Und der Film war ja damals ab 16. Ich wollte da unbedingt rein. Und dann war der Scheiß, oh, Mist, der ist ja gar nicht FSK 12, sondern 16. Ja. Und deshalb habe ich ihn dann da nicht im Kino gesehen, sondern erst auf DVD. Und ich habe erst, lustigerweise, ich habe erst The Dark Knight gesehen und dann Batman Begins. Ich habe nämlich The Dark Knight, äh, auf DVD, äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Dann hatte ich den da das erste Mal gesehen. Aber, äh, einen Tag später feierte dann Batman Begins auf dem ZDF, äh, TV-Premiere. Und da habe ich den zum ersten Mal gesehen und fand den, fand den ganz toll. Ich fand Batman Begins ganz, ganz toll und dachte mir so, wow. Und, äh, ich bin ganz ehrlich, man sollte sich schon Batman Begins ansehen, um The Dark Knight zu gucken. Der Film, also, The Dark Knight steht zwar irgendwo für sich, die stehen alle irgendwo für sich, aber trotzdem gerade, was so die Bruce Wayne-Figur angeht, kriegt man, glaube ich, eher nur so den Zugang wirklich, wenn man Batman Begins gesehen hat vorher. Ja, auch was die Beziehungen angeht, ne, also, wenn es um das Thema Liebe geht, gibt es ja gerade in The Dark Knight einige Punkte, die man nur so richtig versteht, wenn man gerade das Ende von Batman Begins gesehen hat. Genau, äh, also, zum Beispiel auch das zwischen ihm und Rachel, ne, so diese stille Vereinbarung. Äh, oder generell auch, äh, ja, die, die ganzen Figuren um ihn herum auch, ne, also, das versteht man schon besser. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir den halt ursprünglich nur angesehen, weil ich mir dachte, ja, also, hier, dieser Hype um diesen komischen Batman-Film, da muss doch, da muss doch irgendwas dran sein. Und, äh, ja, ich habe es dann wirklich geliebt, muss ich, muss ich sagen. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann jetzt eigentlich auch mal zum, äh, Startschuss des Ganzen. Ich kann schon mal sagen, also, wir werden hier in diesem Podcast wirklich nach und nach alle drei Filme besprechen und das natürlich, natürlich, Spoiler-lastig as fuck, ja, also, das heißt, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, ihr wisst, was zu tun ist und dann kommt gerne wieder und, also, allein schon, dass ihr die noch nicht gesehen habt, schämt euch, ja, äh, also, äh, guckt die jetzt sofort, die sind aktuell alle auf Netflix oder noch besser geht ins Kino, ihr werdet es nicht bereuen. Also, da können wir dann jetzt auch zu Batman Begins kommen. Ich hatte ja gesagt, ich habe den zuerst, äh, bei der TV-Premiere gesehen. Ich hatte aber das Glück, äh, in einem ähnlichen Feature, wie es jetzt eben heute angeboten wird, die gesamte Trilogie zu schauen. Also, als The Dark Knight Rises rauskam, war ich tatsächlich in einem Triple-Feature, wo alle drei Teile an einem Streifen gezeigt wurden. Das ging von 18 Uhr bis 3 Uhr morgens, also, Dark Knight Rises war ja der längste auch noch, ne, und der kam dann erst zum Schluss und die durften den auch erst ab 0.05 Uhr zeigen und so ein Scheiß. Zwischen den Filmen konnte man sich mal kurz die Beine vertreten, aber mehr als eine halbe Stunde war das nicht. Und, äh, ich muss sagen, ich habe es sehr genossen, Batman Begins noch mal im, im, äh, Kino sehen zu können, nachdem ich den vorher nur vom Fernsehbildschirm kannte. Wie war das denn bei euch? Also, Chris, du hast ihn wahrscheinlich damals bei Release gesehen? Oh ja, denn, äh, das wollte ich noch kurz nachreichen, genau wie bei Werner. Batman ist eine der wenigen popkulturellen Konstanten in meinem Leben, von der Kindheit bis ins Erwachsen-Dasein. Weil ich habe als Kind halt auch, ich habe die Adam-West-Serie aus den 60ern gesehen, ich habe Batman the Animated Series von Anfang der 90er gesehen. Und der erste Batman, den ich im Kino gesehen habe, war 97 tatsächlich Batman und Robin. Und man muss, man muss sagen, ich war zwölf Jahre alt, Mann. Ja, ja, du bist entschuldigt. Ja, auf wen die sich da eingeschossen haben. Ich denke, ich hatte eine gute Zeit. Bestimmt sogar, ich war zwölf und der Film ist ja praktisch nur ein zwei Stunden langer Spielzeugwerbespot. Ja, haben wir, haben wir auch einen Audiokommentar zugemacht. Kann man gerne reinhören und miterleben, wie wir da leiden. Ja. Aber ja, dann vergingen acht Jahre und dann wurde damit die Ära des Reboots eingeleitet. Das muss man auch dazu sagen. Die ganzen Reboots, die wir heute haben, Batman Begins, war dafür der Startschuss. Und ich, äh, wie schon erwähnt, ich hielt, ich hielt sehr viel von Christian Bale, weil fünf Jahre zuvor sah ich ihn auch zum ersten Mal wie der Großteil der Welt in American Psycho. Und von da an war er einfach einer meiner Lieblingsschauspieler. Und ich hab dann immer weiter verfolgt, was er gemacht hat. Und ich war überglücklich, als er als Batman gecastet wurde. Und ich hab dann das wirklich in diesem, das war dann in diesem Sommer 2005 eines meiner persönlichen Highlights, auf das ich mich doch am meisten gefreut habe. In erster Linie wegen meiner Batman-Liebe an sich. Und ich weiß noch, Batman Begins hat einen der besten Teaser-Trailer überhaupt. Der fixt einen sowas von an. Jeder, der sich das gerade anhört, mal bitte pausieren und sich kurz diesen Teaser angucken. Kann ich, äh, verlinke ich in den Shownotes, ja. Ja, weil der ist so großartig, der, du, du merkst erst am Ende, dass das ein Teaser für einen Batman-Film ist. Das wirkt am Anfang wie ein Horrorfilm. Und da wusstest du schon, okay, hier wird jetzt aber mal ein ganz anderer Ton angeschlagen. Du hast die Beerdigung von Bruce Waynes Eltern und du hörst Bruce Wayne aus dem Off, da ist irgendetwas, das mich verfolgt und es wird niemals Ruhe geben, bis es mich findet. Und dann hast du diese Silhouette, ich, und dann siehst du halt nur kurz ihn in dem Kostüm und dann hast du halt den Titel eingeblendet, Batman Begins Sommer 2005. Und, oh mein Gott, dieser Teaser war so verheißungsvoll. Und dann weiß ich noch, es war Sommer 2005 und es waren Sommerferien. Der Film kam, glaube ich, genau zum Start der Sommerferien ins Kino. Und, ähm, sofort von der Schule alles in die Ecke geschmissen, zum Kino gerannt. Ich hab damals, als ich so ein Teenager war und meine Cineastenliebe entdeckte, hab ich nie bis zum Wochenende gewartet. Für mich hieß es immer, Filme sofort am Donnerstag Nachmittag. Und dann rannte ich da rein und, ja, was soll ich sagen? Von da an, äh, war eines meiner neuen Lieblings-Franchises und einer meiner neuen Lieblings-Blockbuster geboren. Okay, Werner, du warst wahrscheinlich auch relativ, äh, früh dann schon im Kino, denke ich mal, damals, oder? Ja, ganz genau. Also, ich hab, äh, den Film im Kino gesehen, musste mich allerdings ein paar Tage gedulden zum Release, haben meine Eltern mich damals nicht ins Kino bringen können. Da musste ich mich auf eines der kommenden Wochenenden gedulden. Aber, ja, das Kinoerlebnis, da kann ich mich heute noch dran erinnern, wie mein Vater ein paar Reihen weiter hinter uns saß. Also, der hat uns ins Kino gebracht. Er hat sich den Film auch angeschaut, aber er hat sich nicht zu uns gesetzt, damit die jungen Jungs ihren Spaß haben. Also, das war ein Kinoerlebnis. Und, ja, was muss man dazu noch großartig sagen? Batman beginnt's auf der großen Leinwand. Und dann halt eben noch als junger Fan. Also, es ist der feuchte Traum eines jungen Werners gewesen. Ja, es verwundert ja schon insofern, weil, ähm, wenn man da mal guckt, der war ja damals gar nicht so wahnsinnig erfolgreich, ne? Der hat ja so um die, äh, 140, 150 Millionen gekostet und, äh, 370, 380 Millionen eingespielt weltweit. In den USA auch wirklich so ganz knapp nur seine Kosten eingespielt. Ich hatte auch vor ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren vielleicht maximal auch mal einen Artikel gelesen, äh, dass es wirklich hieß, wer weiß, ob diese Trilogie heute noch gemacht worden wäre. Ja, also ... Ja, wenn man sich Warner Brothers anschaut, kann man davon ausgehen, dass er nach Batman Begins Nein gesagt hätte. Wahrscheinlich, ja. Aber, ja, gut, ich mein, der hat gute Mundpropaganda wahrscheinlich auch gehabt, ne? Ich mein, der hat ja eben auch schwer unter diesem Fleck mal irgendwie gelitten. Es hatte halt einen Grund, warum die Batman wirklich acht Jahre unterm Deckel gehalten haben, ne? Das war wirklich so, ich hatte mal, äh, ich glaub, irgendeine Filmstaatskritik oder so zu Batman Begins oder zu The Dark Knight. Da stand wirklich, äh, äh, Projekt gescheitert, Patient tot im Hinblick auf Batman und Robin und was Joe Schumacher damit gemacht hatte. Und, äh, ja, sie hatten's dann relativ lange unter der Knute gehalten und es war auch ziemlich lange eine Geheimniskrämerei, hey, wer denn jetzt dann den neuen Batman macht. Äh, ich hab in Vorbereitung auf den Cast auch noch mal einiges an dem, äh, Bonusmaterial gesehen, zumindest zu Batman Begins. Und da erzählt auch Nolans, äh, langjährige, äh, Produzentin und Ehefrau, äh, Emma Thomas, dass sie am Anfang dachte, dass ihrem Mann das überhaupt nicht interessieren würde. Die hatte das gehört von Warner Brothers und hatte das dann ihm gegenüber eigentlich nur nebenbei mal in so einem, äh, ja, halt Smalltalk oder eben im Alltag erwähnt. Und er war, äh, direkt Feuer und Flamme und meinte dann, ja, ich hab ja schon ewig irgendwie eine Idee, wie man, wie man Batman realistischer erzählen könnte. Und vor allem auch, das ist eben ganz wichtig, da hatte Christopher ja drauf schon verwiesen, äh, auf die Wurzeln des ganzen Mythos zu gehen, ne? Ja, wobei ich ja gehört habe, klar, er hatte Interesse an der Figur, er hatte Ideen dazu, aber er war, glaube ich, noch nicht so ein absoluter Batman-Spezialist. Also, das war jetzt nicht so ein Fall wie mit Sam Raimi und Spider-Man. Nein, 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 auf keinen Fall. Wo Sam Raimi ja der absolute Über-Fanboy war und als Kind alle Comics verschlungen hat. Das war so nicht. Aber Batman, äh, hat Nolan durchaus interessiert. Und ich weiß auch noch, was ich, woran ich mich dran erinnern kann, was er mal gesagt hat, in der Anfangsphase war das so, dass er sich ja mit, äh, David S. Goyer zusammengesetzt hat und fing an, an dem Skript zu arbeiten. Und Nolan hat daraufhin typisch für ihn halt praktisch Batman studiert, über Monate hinweg. Ja. Hat daraufhin dann alles gelesen an Comics, was er in die Finger kriegen konnte, bevor die gesagt haben, jetzt setzen wir uns hin und schreiben wirklich das Skript. Ja, das, äh, ich hatte jetzt auch hier im Making-of, äh, wurde auch David S. Goyer, äh, interviewt. Und da hat er auch erzählt, dass, äh, also wie, wie gesagt, da, ab, äh, mit dem Projekt hat sich Nolan eigentlich schon so als Geheimniskrämer direkt in Hollywood etabliert. Also, äh, äh, selbst die Warner-Obersten, die bekamen keine irgendwie ausgedruckte Version des, äh, Drehbuchs, äh, sondern die mussten, das ist jetzt kein Witz, sie mussten zu Nolans Anwesen fahren mit irgendwelchen Sofas oder was auch immer, die sie sich mitbrachten und dann da vor Ort das Skript lesen. Und, äh, also, macht er ja heute auch noch so, ne? Und, äh... Ja, aber du überleg mal, zu dem Zeitpunkt war der Mann ein völlig unbeschriebenes, okay, nicht unbeschriebenes Blatt. Er war ein Independent-Regisseur, das wurde immer wieder betrieben. Ja, ja. Und da dann, ne, so ein exzentrisches Verhalten an den Tag zu legen, das ist schon, äh, so, den Mund muss man erst mal haben. Ja, das könntest du heute auch nicht mehr bringen. Also, äh, und, äh, David S. Goyer noch mal dazu, also, der hat ja nur an Batman Begins mitgearbeitet. Also, Nolan hat den sich in erster Linie ins Boot geholt, weil der einfach ein sehr, sehr großer, äh, Batman- und, äh, Comic-Kenner ist. Könnte man zumindest annehmen, wenn man sich dann, ja, gut, die Snyder-Filme ansieht, die er ja geschrieben hat, aber das ist ein anderes, äh, Kapitel. Hört da gern in die Besprechung rein, äh, wo Werner und ich uns ordentlich an die Köppe kriegen. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, genau. Gruß an den Patrick auch. Und, äh, äh, also, man, man merkt schon, dass, äh, David S. Goyer, äh, nicht so wahnsinnig viel eigentlich mit der, äh, Trilogie hier zu tun hatte. Also, der hat den mit ins Boot geholt, um das halt so ein bisschen, äh, äh, canon-gerecht festzuzurren. Und, äh, also, David S. Goyer hat im, äh, Making-of dann erzählt, äh, dass er irgendwie in den Comic-Laden seines Vertrauens gefahren ist. Und dann fiel ihm, äh, also, dem, dem Besitzer fiel eben auf, dass er sich erstaunlich viele Batman-Comics holte. Also, der hat sich da wirklich halt eingedeckt mit allen möglichen. Und dann hat er den gefragt, weil, hey, ja, hier, du, du schreibst doch auch Drehbücher und so. Du schreibst doch den neuen Batman-Film, oder? Ja, nein, natürlich nicht, nein, nein. Ja, aber warum nimmst du dann die ganzen Comics mit? Ja, die interessieren mich halt. Ja, aber die hast du doch schon mal gelesen. Die hast du doch wahrscheinlich sogar zu Hause. Ja, trotzdem, ne? Und, und als es dann halt offiziell war, konnte der dann sagen, ja, ich wusste es die ganze Zeit, du schreibst den neuen Film. Ja, ein aufmerksamer Verkäufer, der macht alles richtig. Auf jeden Fall, ja. Die positive Variante des Comic-Buchladen-Verkäufers aus den Simpsons vermutlich. Wahrscheinlich. Weniger garstig. Wir können dann da aber auch mal einfach generell zum Casting kommen, weil ich muss sagen, ich hatte schon einen kleinen Berührungspunkt mit Batman Beginns, bevor ich überhaupt wirklich bewusst mich mit dem Film beschäftigt habe. Wie gesagt, da lagen bei mir einige Jahre dazwischen. Und zwar, ja, hat mein Bruder irgendwann mal den Film Der Maschinist gezeigt, der ja auch mit Christian Bale ist, von 2004, und den er direkt hier vorgedreht hat. Und dann meinte mein Bruder zu mir, als wir den halt guckten, und ich fand den auch toll, und ich kannte den Darsteller nicht, weil American Psycho hatte ich da auch noch nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Oh, was ich ja alles erfahre über dich, ist ja unglaublich. Ja, und als ich den dann da sah und dachte mir so, das ist der neue Batman? Was haben sie denn da für einen rangezogen? Weiß nicht, Werner, hast du Der Maschinist gesehen? Nee, zu meiner Schande nicht. Oh, sofort nachholen. Weil da ist Christian Bale ja wirklich extrem abgemagert. Also wirklich, der hat sich da auf 39 Kilo oder, weiß ich nicht, 45 oder was runtergehungert für eine Rolle, wo er extremen Schlafentzug hat, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ist ein wirklich sehenswerter Film. Ja, und das müssen sich dann wahrscheinlich auch die Warner-Verantwortlichen gedacht haben. Und Christopher Nolan soll dann wohl auch relativ entsetzt gewesen sein, als er Bale dann eben so gesehen hat und gesagt hat, ja, also wie verkaufe ich das denn jetzt den Warner-Leuten? Weil er hat halt erst zu ihm gesagt, leg mal zu. Und das hat dann Bale beim Wort genommen und dann halt, wer weiß wie, na ja, zugenommen. Und dann musste ihm Nolan halt so durch die Blume sagen, ja, vielleicht doch wieder ein bisschen weniger, aber sonst können wir dich halt wirklich überhaupt nicht verkaufen. Und dann hat er sich wirklich in wenigen Wochen wohl top in Form gebracht, weil der ist halt wirklich gut in shape in dem Film. Ja, also wie du schon gesagt hast, im Film ist der da absolut in shape und fühlt die Rolle halt auch echt großartig aus. Also ich habe ja über die Statur von Ben Affleck gesprochen, aber damit wollte ich die von Bale jetzt in keinster Weise schlecht reden. Ich finde, Affleck hat die bessere Statur, aber Bale, der liefert hier trotzdem komplett ab und man sieht ihm an, dass er halt wirklich alles gegeben hat, und was sein Körper halt eben hergibt. Ja, und das ist einiges. Das ist schon wirklich, also das größte Glück war wohl, dass Christian Bale einen geradezu übermenschlichen Stoffwechsel hat. Weil da hat er ja schon mehrmals gesagt, dass er das nicht mehr machen kann. Abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen. Wie oft hat er das schon für Rollen gemacht, hin und her gesprungen. Und dass er sich in kürzester Zeit, nachdem er in der Maschinist so aussah, dann zu viel gewogen hat und dann sich wieder einen Körper antrainiert, als wäre er wieder Patrick Bateman. Also, was für ein Mensch kann sowas? Also, auch andere Menschen mit eisernem Training brauchen sehr, sehr lange dafür. Der Mann hat Gene, das ist unglaublich. Das habe ich so, diese Art von Physis habe ich noch bei keinem anderen Schauspieler gesehen. Ja, und dann noch kombiniert mit Method-Acting natürlich auch. Also, der steigert sich ja auch schon sehr in die Rollen rein. Er wurde ja wirklich am Set, wurde er ja tatsächlich ... Weil da waren wo viele Leute auch hinter der Kamera, mit denen er schon gearbeitet hatte, die haben ihn teilweise gefragt, drehen wir jetzt hier Batman oder drehen wir Fat Man? Aber er hat es dann trotzdem hingekriegt. Und wobei man sagen muss, und damit können wir jetzt dann eigentlich auch wirklich in den Film reinspringen, Es ist ja ziemlich unmittelbar, wie wir hier eingeführt werden, wie auch sein Batman eingeführt wird. Und ja, der ist ja eigentlich ziemlich abgeranzt am Anfang, in diesem Knast am Ende der Welt irgendwie, wo er sich dann mit Eierdieben prügelt und dann eben auf, ja, Henry Ducard stößt, der ihn dann ja irgendwie förmlich aus einem Loch rausholt. Und das fällt sofort ein, zu Beginn, dass du Nolans typische Art und Weise, zwischen Zeitebenen hin und her zu springen, hier auch hast. Ja. Und ich weiß noch, ich fand das unglaublich effektiv, weil er macht das ja eigentlich fast die komplette erste Hälfte lang. Die erste Stunde, so lange, bis er dann tatsächlich die Transformation hinter sich hat und Batman ist, hast du den Sprung hin und her zwischen der Zeit, nachdem seine Eltern erschossen wurden, wo er noch in Gotham war, dann die Zeit, wo er ging, dann die Zeit bei der League of Shadows und sein Training dort. Und es springt hin und her, hin und her. Und da siehst du schon, wie virtuos Nolan ist in seinem ersten großen Blockbuster, dass eine Geschichte, die er auf so einem großen Maßstab erzählt, ihm nicht entgleitet. Und du verfolgst die ganze Zeit gebannt, was passiert. Und da entsteht nie irgendeine Form von Verwirrung. Ja, es ist schon bemerkenswert, wie er wirklich seine ganze Stilistik da reingetragen hat, was eben so dieses einfach zerfaserte Erzählen angeht, ohne dabei aber irgendwie sich irgendwie zu verheddern. Und das ist ja das, was sie dann auch noch mal, also ich meine, da hat Nolan ja zumindest irgendwie am Skript, zumindest an der Story irgendwie mitgeschrieben von Man of Steel. Da haben sie ja eigentlich dasselbe noch mal versucht. Also das ähnelt sich schon sehr. Ja, und hier ist es aber insofern gelungener. Zum einen ist es für mich runder erzählt. Und zum anderen bei Man of Steel, also ich kann mich irren, aber da gibt es, glaube ich, selbst nach zwei Drittel, dann mitten in der, also wo dann schon irgendwie die ganze Alien-Invasion ist, bla, 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 selbst da gibt es dann noch irgendwelche Sprünge zurück in die Kindheit oder Jugend. Und das hat mich dann, also das hat für mich auch den Film wahnsinnig ausgebremst damals. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und da kann ich euch zwei auf jeden Fall recht geben. Was Nolan hier gemacht hat mit diesen ganzen Zeitsprüngen, das war fantastisch. Also es hat für die Geschichte super funktioniert und auch für den Zuschauer, gerade ich, der ja damals ein bisschen jünger war, sage ich mal, der ist da trotzdem mitgekommen, hat durchgeblickt, alles verstanden. Und dementsprechend hat Nolan hier, was das angeht, alles richtig gemacht. Ja, absolut. Ich bin ja damit eigentlich erst so wirklich in den Batman-Kosmos eingestiegen. Und der Einstieg an sich ist ja eigentlich ziemlich unmittelbar. Wir haben zwar am Anfang direkt diesen Flashback aus der Kindheit, aber dann geht es ja relativ schnell in den, ich glaube im Himalaya ist das ja, glaube ich, ne? Ja, müsste. Und das ist ja auch unter dem Gesichtspunkt interessant, Werner, da kannst du ja vielleicht mal was sagen, weil du ja meintest, dass du wirklich Batman liebst und atmest seit immer da. Dich hat wahrscheinlich dann die Idee, dass man wirklich die Ursprünge zeigt und auch so die Heldwerdung wahrscheinlich besonders angefixt damals, oder? Ja, definitiv, weil ich habe als Kind ja größtenteils die Anime-Serie damals wirklich geschaut. Und da, ja, kommt es natürlich sehr, sehr kurz, weil die erzählt jetzt nicht unbedingt die Entstehung von Batman und den jungen Bruce Wayne und so etwas. Und dementsprechend war ich als junger Fan natürlich mega gehypt, mal so einen, ja, richtigen Einblick in die Entstehung zu kriegen. Und das Ganze dann halt eben auch, ja, in Live-Action-Form und nicht eben nur so in Animationsstil, weil auch die Filme, die man dann halt eben gesehen hat, wir haben es ja gerade da von Cat, ne? Batman und Robin oder auch der Original-Batman mit Michael Keaton, da war ja nicht viel da, was die Zeit vor seiner Batman-Zeit angeht, ne? Und deswegen fand ich das absolut großartig, es hier in dieser Form erleben zu können. Zumal ich glaube, dass das in den Comics auch nie so ausgiebig porträtiert wurde, oder zumindest am Anfang. Weil ich glaube auch, da hat Nolan oder haben David S. Goyer auch was zu gesagt, da ist diese sieben Jahre Zeitspanne, als er Gotham City verlassen hat, die Welt bereiste, seine Fähigkeiten erlernt hat und dann wieder zurückkam. Und das wurde, glaube ich, in den Comics auch immer vage beschrieben. Aber das wurde nie so intensiv gezeigt mit der Gesellschaft der Schatten und den Ninjas und all das. Und dass da Nolan eben gesagt hat, und genau darauf gehen wir jetzt ein, wenn wir das Skript schreiben. Und das war eine gute Idee, weil so konnte der Film eben etwas bieten, was man von Reboots eher selten gewohnt ist. Und noch dazu eben auch von der neuen Interpretation von einem schon bekannten Charakter. Der Film war einfach diesbezüglich etwas Neues. Ja, er war natürlich doch so relativ im damaligen Zeitgeist. Also man muss bedenken, 2005, da waren gerade frisch die Star Wars Prequels über die Bühne. Und es war generell schon so ein bisschen im Trend, ja, so Prequels und Vorgeschichten zu erzählen. Also zwei Jahre hiernach kam Hannibal Rising zum Beispiel. Und es ist dann natürlich auch mal immer mehr, mal weniger gelungen. Aber hier ist es halt wirklich ein eigentlich sehr eigener, kompletter Ansatz. Und das Ganze vor allem nicht nur, also nicht nur zu den Wurzeln zurückzuführen, sondern auch einfach sehr realistisch einfach zu interpretieren. Naja, also diese ganzen Gadgets halt, da muss man so sagen, da lebt Nolan auch sehr das aus, ja, seine Fantasie, dass er irgendwann doch mal echt einen Bond-Film drehen möchte, ne? Und ich muss sagen, gerade dieser realistische Ansatz hat mich hier damals und auch heute noch so richtig mitgerissen und beeindruckt. Weil das war dann halt eben nicht wie von einer anderen Welt auf gut Deutsch gesagt, sondern wie ihr ja gesagt habt, es war bodenständig, es war bis zum gewissen Punkt auch realistisch und dadurch dann halt auch ein bisschen, wie soll man sagen, greifbar, um es mal so zu formulieren. Und das hat mich damals so extrem mitgerissen. Wobei man da jetzt natürlich sagen muss, dass Batman Begins der Teil ist von den dreien, der noch am ehesten so, ja, doch schon eher Comic-Elemente hat. Also eigentlich so ziemlich alles um Ra's al Ghul, Schrägstrich Henry Ducat herum. Also auch so diese ganze Ausbildung mit der Gesellschaft der Schatten, das ist natürlich schon, also da merkst du schon, das hat irgendwie auch Comic-Wurzeln. Ja. Auch wenn Ra's al Ghul nicht ganz so übernatürlich interpretiert wird wie im Comic, da wird höchstens mal drauf angespielt, wo er dann irgendwie meint, ja, ich hab doch gesagt, ich bin unsterblich und so, ne? Ja, das sind ja alles Verweise darauf, dass er ja in den Comics tatsächlich immer wieder geboren wird durch diese Lazarus-Grube. Ja, also die Hintergründe, die hatten ihre Comic-Wurzeln behalten, aber das Gezeigte und die Umsetzung halt eben, die war dann doch ziemlich bodenständig. Und das fand ich so mitreißend. Ne, da hat man sich halt in den Sequels dann weit davon entfernt, was mir ja gefiel. Aber das stimmt, du hast die Gesellschaft der Schatten. Du hast diesen Blade Runner-artigen Look von diesem Gotham City da, was, was, äh, ja, sehr unwirklich aussieht. So marode sieht ja eigentlich keine Weltmetropole aus. Das ist ja schon beabsichtigt, dieser Look. Ja. Ja. Dann, äh, auch solche Sachen wie, der kontrolliert diesen Schwarm von Fledermäusen mit diesem Signal. So, sowas hattest du dann später ja auch nicht mehr. Aber trotzdem ist es interessant, dass hier mal Comic-Puristen nicht auf die Barrikaden gegangen sind, obwohl es hier drastische Veränderungen gab, zum Gunsten des Realismus. Weißt du, die Produzenten von X-Men haben damals Morddrohungen bekommen, weil die Kostüme anders aussahen als in den Comics. Oh Gott. Aber komischerweise hatten die hier, und das zieht sich ja durch die ganze Nole-Trilogie, Nolan hat an allen drei Schurken, die er ja hatte, Ra's al Ghul, der Joker und Bane, drastische Veränderungen vorgenommen. Ra's al Ghul besitzt eigentlich magische Kräfte. Und das ersetzt Nolan hier durch dieses ganze Konzept von Theatraling und Täuschung, die Rauchbomben, die Halluzinogene und all das. Und niemand hat sich daran gestört. Ich finde das irgendwie komisch. Ich habe den irgendwie den Eindruck, man kann den Comic-Puristen durchaus Veränderungen zumuten, solange man ihnen gute Filme gibt. Ja, da ist was dran. Also, ja, es ist eben die sehr bodenständige Herangehensweise, beziehungsweise Nolan, also gerade was Ra's al Ghul angeht, da findet er vielleicht auch einen guten Mittelweg. Weil es ist schon irgendwie leicht übernatürlich angehaucht, aber nie so, dass es jetzt irgendwie völlig ins Abstrakte irgendwie geht. Sondern es ist so leicht mystisch angehaucht. Und ich muss sagen, ich mag das sehr gerne. Und da können wir auch zu einer ganz großen Stärke des Films kommen, auch wenn die Rolle nicht so groß ist. Aber ich muss sagen, ich finde das Casting von Liam Neeson als Ra's al Ghul schlichtweg genial. Weil der ist so herrlich gegen den Strich besetzt. Die haben ihn nämlich unter anderem deswegen gecastet oder ihn hat die Rolle interessiert, weil er hat vorher, meinte er zumindest auch selber, er hat vorher noch nie so einen richtigen Antagonisten gespielt. Und das tut er ja heute auch nicht. Und ich muss sagen, ich finde ihn grandios hier drin. Ja, was sich ja wiederholt, Gary Oldman als Commissioner Gordon ist ja ähnlich gegen den Strich besetzt. Ja, total. Er war ja immer auf Schurken abonniert. Eigentlich hätte Gary Oldman eher so einen Ra's al Ghul spielen können. Hätte er auch gut gekonnt. Ja, das ist lustig, weil du, was die leichten Comic-Elemente hier betrifft, bei Ra's al Ghul selbst als Charakter entfernen sie das. Er ist eigentlich nur ein Mensch. Und das finde ich gut. Und die Comic-Elemente, das Übernatürliche, die bleiben eher erhalten durch die Gesellschaft der Schatten an sich. Weil das ist halt schon so ein bisschen, wenn er denen dann erzählt, wir stellen das Gleichgewicht wieder her. Durch uns ist Rom gefallen. Wir haben Boote mit Pestratten beladen und Konstantinopel viel. Ich denke mir so, ja, das ist ziemlich quatschig irgendwo. Aber im Kontext des Films funktioniert es, weil es nur so Details sind, die erwähnt werden. Du kannst das im Großen und Ganzen immer noch irgendwo schlucken. Und das ist halt auch wirklich dann eine echte Meisterleistung von ihm inszenatorisch. Ja, also ich weiß noch, ich hatte Liam Neeson damals als Teenie eben durch Star Wars in Erinnerung. und ihn dann halt eben vom Jedi zum Bösewicht wachsen zu sehen, das war schon ein Erlebnis damals. Aber es spricht halt auch Bände, wenn man sagen kann, dass er trotzdem diese Rolle so eingenommen hat. Weil gerade als Jungspund hat man ja ein klares Bild von dem Schauspieler dann, wenn du ihn mal gesehen hast. Dann, da bist du nicht so wandelbar, wenn es um Rollen geht. Aber trotzdem bin ich dann da in Batman reingegangen und hatte da nicht diesen Jedi vor mir, sondern wirklich den Bösewicht, Ras Al Ghul. Ja, und das war schon richtig geil, wie ihr sagt. Also die Besetzung von Liam Neeson, genial. Wobei er ja nicht von Anfang an so klar der Bösewicht ist. Also das ist ja auch der Clou. Am Anfang hast du ja den Eindruck, dass er durchaus eine Mentorenfigur ist, zum Beispiel wie Qui-Gon Jinn. Da gibt es sogar auch gewisse Parallelen einfach, wie es inszeniert wird. Also dass er vielleicht irgendwie auch in Bruce Wayne auch so ein bisschen den Sohn sieht, den er nie hatte oder so was. Wie wir schon festgestellt haben, ich bin alt. Und deswegen kann ich auf noch mehr Liam Neeson zurückblicken. Und ich sehe nicht nur Qui-Gon Jinn, ich sehe dazu ja auch Oskar Schindler oder Rob Roy. Und deswegen möchte ich nochmal unterstreichen, wie großartig Liam Neeson in dem Film ist, dass du das alles nicht siehst. Und dass du ihm einfach auch, das ist das Interessante, du kaufst ihm einerseits den Wahn ab. Ich meine, dieser Mann will eine ganze Stadt einäschern mit Giftgas. Aber andererseits kaufst du ihm auch dieses Selbstgefällige ab, dass er ernsthaft der Überzeugung ist, er tut hier das Richtige. Er sorgt für Balance, wie er sagt. Das ist halt so diese Gravitas, die Liam Neeson einfach als Person und als Schauspieler mitbringt. Du glaubst ihm, dass er hier wirklich meint, wenn ich diese Stadt dem Erdboden gleich mache, habe ich der Menschheit einen Gefallen getan. Ja, du hast aber auch, ich habe jetzt die Filme nochmal gerewatcht, mir ist einfach nochmal aufgefallen, wie unglaublich grandios dieser Cast eigentlich ist. Also auch aus heutiger Sicht in den beiden Sequels siehst du da Leute in kleinen Nebenrollen, wo du dir denkst, wow, die haben heute deutlich mehr noch zu bieten. Und, also ich habe zum Beispiel völlig vergessen, dass Rutger Hauer und Tom Wilkinson zum Beispiel auch noch in Batman Begins sind. Und die ganze Besetzung, das hat ja Nolan auch gesagt, orientiert hat er sich da an Richard Donner Superman, also an dem aus den 70ern. Und der war ja auch bis in die kleinsten Nebenrollen Star besetzt. Und das hat hier Pate gestanden. Und das merkt man einfach. Und das ist wirklich, also das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig stimmiger Cast, wo in meinen Augen der einzige Pferdefuß höchstens Katie Holmes ist. Ja, 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 ich wusste es. Ich wusste es. Weil, okay, sagen wir mal so, Katie Holmes passt auf die Rolle von Rachel Dawes. Das Problem ist, die Rolle von Rachel Dawes ist doof. Die ist so eine eindimensional gestrickte Freundin des Heldenfigur. Und Katie Holmes selber trägt leider auch dazu bei, dass Rachel Dawes nicht sympathischer werden kann. Weil ich bin mit Katie Holmes Karriere schon sehr lange vertraut. Jetzt muss ich leider was Peinliches gestehen. Ja, ich habe mir als Teenager gerne Dawesons Creek angesehen. Okay, jeder hat sich irgendeine Teenie Soap angesehen als Teenager, auch als Junge, ist einfach so. Und ich habe einfach bei der Frau irgendwie nie eine Wandlung gesehen. Also ihre Rachel Dawes ist praktisch genau wie Joey aus Dawesons Creek. Weißt du, Joey aus Dawesons Creek ist erwachsen geworden, ging nach Gotham City und wurde Anwältin. Das ist aus Joey geworden. So spielt Katie Holmes das. Die hat immer, die strahlt immer das aus, so diese nervtötende Einserschülerin, die gut ist irgendwie im Auswendiglernen, aber nicht wirklich eine eigene Meinung zu irgendwas hat. Das ist irgendwie diese Vibes, kriege ich immer von Katie Holmes hier. Und du merkst halt auch, die hat sowas, die wirkt eher wie ein Mädchen als wie eine Frau. Und die geht auch ein bisschen unter mit diesen Schwergewichtern, mit denen die hier spielen muss. Wenn die dann da Bruce Wayne, der wirklich halt leidet und Gewissensbisse hat und mit sich kämpft und die Eltern dann da einen Vortrag, Rache hat was mit, Balance hat was mit Gleichgewicht zu tun. Rache, nur dass du dich besser fühlst. Nee, da hätte man, ich will nicht sagen, sie ist komplett fehlbesetzt, aber irgendwo, weil der Rachel Dawes Charakter, den finde ich an sich ja schon problematisch. Weil mal ehrlich, keine Sau interessiert sich für Rachel Dawes. Alle wollen Batman, Bruce Wayne nur mit Selina Kyle Catwoman sehen. Das ist das einzige Love Interest, das für die Fans interessant ist. Und das haben sie ja dann auch später begriffen. Dazu später mehr. Aber ja, vielleicht, ich habe kein Problem mit Katie Holmes. Insgesamt hätte ich mir auch eigentlich gewünscht, dass sie für den zweiten zurückkommt, weil ich mag generell Neubesetzungen nicht. Aber ja, vielleicht hätte man den Rachel Dawes Charakter komplett weglassen sollen. Das wäre irgendwo mein Ansatz gewesen. Ja, also ich, ganz weg hätte ich sie nicht gelassen. Ich finde, die Person hat, also sie hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Aber wie ihr schon gesagt habt, es ist halt dann doch eben so die Darstellung des Charakters und was sie eben rüberbringt, das macht sie nicht sonderlich interessant. Sie versetzt keine Bäume oder etwas dergleichen. Und auch das Schauspiel ist zwar gekonnt, geht aber beim Rest des Cast halt eben total, sie geht halt total unter. Ja. Sowohl was die Rolle als auch was die Leistung angeht. Und das Ganze in Summe ist dann halt eben einfach nur, ja, nur gut, was bei Batman beginnt, naja, zu wenig ist. Ja. Und ja, wie gesagt, du hast recht, sie ist nicht schlecht in der Rolle. Das ist in Ordnung. Also für Katie Holmes Möglichkeiten passt das dazu. Aber es ist halt auch so, Rachel Dawes ist klar eine integere Person, eine Person, die für Gerechtigkeit kämpft. Aber was sie ihr hätten nehmen können, ist dieses ekelhaft Selbstgefällige, was sie teilweise an sich hat. Diese Szene, wenn sie Bruce morgens besucht am Tag seines Geburtstags und sie gibt ihm sein Geschenk, dieses Ding da aus dem Garten, was sie da gefunden hat. Mhm. Und er will sie ja dann warnen, du solltest nicht da hinfahren, das ist eine Narrows, Rachel. Und sie nur, ja, genieß deine Party, Bruce. Einige von uns müssen arbeiten. Ja. Ja, ja, ja. So nach dem Motto, ja, ja, jetzt, jetzt hier, äh, lass das mal die Erwachsenen machen, ne, du reicher, du reicher Schnösel, ne. Ja, ja. Das, ja, gut. Also ich, ich muss sagen, ich, also sie stört mich jetzt nicht mehr, weiß wie, aber man merkt auch dieses Casting, das kommt aus einer anderen Zeit irgendwie auch so ein bisschen. Also ich mein, Katie Holmes ist ja heute auch nahezu, weiß ich nicht, die ist ja nahezu irgendwie auch verschwunden. Die ist ja auch hier Scientology und so über Tom Cruise, ne, da müssen wir jetzt auch nicht so drauf eingehen. Sie, sie ist okay irgendwie. Irgendwie, ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt erstaunt, weil, noch mal, ich, äh, bin ja kein Comic-Experte und erst recht nicht zu der Zeit gewesen. Jetzt heute vielleicht ein bisschen, kenne mich ein bisschen mehr aus, aber ich würde mich niemals Experte nennen. Äh, ich war aber doch erstaunt, dass die Figur wirklich hinzu erfunden wurde. Weil es ist ja eigentlich immer so, dass es halt das zentrale Love Interest des Helden gibt, ne. Also das zieht sich ja quer durch, ob du jetzt Iron Man hast, äh, Spider-Man, allem voran. Also ich mein, da hast du ja zwei Optionen mit Gwen Stacy oder MJ. Ähm, und deshalb dachte ich, dass die halt dann auch zu Batman gehört und war dann echt erstaunt, dass die eine reine Erfindung des Films ist. Wow. Ja. Stimmt. Ja, das hatte ich damals als Teenie auch gar nicht auf dem Schirm. Eben, weil ich das so in der Form nicht kannte, hab mich aber auch nicht dran gestört. Denn wie gesagt, zu einem gewissen Punkt erfüllt sie ja ihre Rolle durchaus. Ja. Ja. Ich meine, sie ist, äh, sie ist in The Dark Knight, ist sie mir ein bisschen angenehmer. Ich weiß nicht, ob es an Maggie Gyllenhaal liegt oder einfach an der Art und Weise, wie sie in The Dark Knight geschrieben ist. Mhm. Aber, ja, insgesamt, weißt du, Dong, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ja wir den, ähm, den Vorwurf nicht in Ordnung finden, wenn das immer heißt, Nolan kann keine Frauenfiguren schreiben. Und wir haben selber oft, äh, positive Merkmale von weiblichen Nolan-Charakteren hervorgehoben. Aber ja, Rachel Dawes ist ein Beispiel dafür, dass dieser Vorwurf nicht ganz unberechtigt ist. Ja, sicherlich. Er ist jetzt auch nicht völlig weit hergeholt. Und, äh, also insgesamt, äh, finde ich es so einfach. Aber gut, da können wir vielleicht dann auch später noch mal drauf kommen. Ich würde allerdings gerne noch was anderes ansprechen. Und zwar, äh, wir haben ja nicht nur Liam Neeson als Bösewicht, sondern auch J. Robert Oppenheimer, a.k.a. Cillian Murphy. Ich hatte nicht vergessen, dass er hier drin ist, aber als er dann so, das halt das erste Mal auftrat da in der Gerichtsszene, dachte ich mir so, ach ja, okay, es ist Oppenheimer. Und er sitzt jetzt halt auf der anderen Seite. Und, ähm, da muss ich sagen, also, es ist schön, dass das Cillian Murphy, ich meine, der war da ja gerade mal irgendwie Ende 20 oder so, wenn man mal überlegt, ich meine, der dürfte nächstes Jahr den Oscar kriegen. Wir drücken die Daumen. Und er ist ja auch ganz großartig drin. Und vor allem sein erstes Aufeinandertreffen mit Batman in der Nacht, als die da irgendwie Beweise vernichten wollen. Und er den dann, also, dass er den nicht nur mit dem Halluzinogen äh, attackiert, sondern, äh, ihn auch noch mit, mit, äh, Alkohol überschüttet und dann auch noch anzündet. Da im Regen und alles. Das fand ich eine wahnsinnig starke Szene. Also, äh, das, boah, also die, 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 diese erste Konfrontation mit Scarecrow, die war krass. Das Problem ist, dass leider dann die Figuren, das ist so eine, äh, Krankheit, die sich leider durch die ganze Trilogie zieht, er wird dann leider doch irgendwie sehr so zum, ja, fast schon Henchman irgendwie degradiert, ne? Gegen Ende. Ja, nicht nur gegen Ende. Eigentlich, äh, durchgehend, finde ich. Ich hab den nie so als ultimativen großen Bösewicht wahrgenommen, sondern eben so als, ja, Beiwerk oder eben Bösewicht zweiter Klasse, wenn man es so will. Ja, aber ich, ich finde, ich finde nicht, weil das wird ja eigentlich relativ schnell deutlich, dass er ein Handlanger ist. Du hast diesen, wenn halt, äh, gezeigt wird, dass er ja mit Falcone unter einer Decke steckt und eben kein vernünftiger Anwalt ist und halt nur sich schmieren lässt von der Mafia. Und dann sagt er ja buchstäblich zu ihm, dass jemand wie ich sie nicht einschüchtern kann, Mr. Falcone, ist mir durchaus bewusst, aber sie wissen für wenig Arbeit. Ja, ja. Und wenn er hierher kommt, wird er nicht erfreut sein zu hören und so weiter und so fort. Ja. Und da wird ja schon ziemlich klar, dass halt er ist eine Handpuppe der Gesellschaft der Schatten, mehr oder weniger. Bei, bei der Szene habe ich auch gehört, dass, also im Making of hat Christopher Nolan gesagt, wie kriege ich es, kriege ich es hin, dass Cillian Murphy so oft wie möglich seine Brille absetzt als Dr. Crane, damit man halt diese wasserblauen Augen von ihm sehen kann. Ja. Und die konnte man jetzt auch noch mal bewundern in Oppenheimer. Und ich, ich muss sagen, also Cillian Murphy hat was wahnsinnig, wahnsinnig Mysteriöses, finde ich, an sich. Also ich, ich finde den ganz grandios und leider auch ein bisschen verschenkt im Film. Aber ich finde, der hat schon seine starken Momente hier, wirklich. Der hat, der hat seine starken Momente, aber er ist dann halt so ein bisschen passé. Und das ist ähnlich wie mit Bane dann in Dark Knight Rises und auch wieder in Verbindung mit der Gesellschaft der Schatten. Das fällt schon irgendwo auf. Was man ja noch sagen muss, aber das wird euch wahrscheinlich, also euch beiden und wahrscheinlich auch vielen da draußen bekannt sein. Cillian Murphy hat sich ja ursprünglich eigentlich, also hat ja eigentlich für Batman vorgesprochen. Also es gibt ja sogar irgendwo noch so ein, so ein, so ein Screentest Tape oder was, was man glaube ich auf YouTube auch sehen kann, wo er tatsächlich diesen Batman Anzug von Val Kilmer trägt. Den muss ja, glaube ich, jeder Batman-Schauspieler muss den, bevor er wirklich endgültig gecastet wird, muss den anziehen, den Anzug von Val Kilmer und da dann irgendwie eine Szene drehen. Und Robert Pattinson hat es auch gemacht. Ich glaube, irgendwo hatte ich es sogar gehört, der musste eigentlich da sein Handy abgeben, aber er hat es dann irgendwie mit in die Garderobe geschmuggelt und dann halt ein Foto gemacht, irgendwie im Spiegel, weil ich dachte, ich kriege die Rolle eh nicht und dann, damit ich beweisen kann, dass ich hier im Casting war, hat er dann halt ein Foto gemacht und dann hat er die Rolle doch bekommen. Aber es ist so, die Frage, hätte man sich Cillian Murphy als Bruce Wayne vorstellen können? Schwierig. Also ich sage mal so, jetzt, nachdem wir seine Rolle von Oppenheimer gesehen haben, öffnet es natürlich ganz andere Dimensionen und Türen, wo man heute sagt oder wo man heute eher Ja sagen würde, als es damals noch der Fall war. Denn wenn man halt eben zur damaligen Zeit den Film gesehen hat und die Schauspieler, hätte man wahrscheinlich eher Nein gesagt. Aber ja, Cillian Murphy, der hat sich ja auch über die Jahre entwickelt, gemacht und wurde allgemein ein bisschen verschenkt, weil du das ja gerade das Wort in den Mund genommen hast, verschenkt. Allgemein muss ich zugeben, hat er nie so die großen Rollen bekommen, die er eigentlich verdient hätte. Und deswegen war ich jetzt umso glücklicher, dass er mit Oppenheimer eben diese Gelegenheit bekommen und natürlich auch vollkommen ausgenutzt hat. Denn wie ihr ja gesagt habt, er ist ein großartiger Schauspieler, verkörpert auch ein bisschen so dieses Mysteriöse, wo er mit wenig Wörtern viel aussagt, durch die Blicke eben. Und das passt halt eben wie die Faust aufs Auge zu dem Charakter. Daher, ja, also damals hätte ich wahrscheinlich eher Nein zu ihm als Bruce Wayne gesagt. Nach der Geschichte mit Oppenheimer würde ich ihm alles zutrauen. Ja, ich meine, der ist ja, er hat ja, er hat ja letzten Endes die Rolle als Oppenheimer, hat er ja sogar letzten Endes dann Batman Begins zu verdanken. Also ich meine, Nolan hat den ja wirklich seit Batman Begins unter seinen Fittichen gehabt. Der war ja dann, also in allen drei Teilen ist er ja mehr oder weniger drin, wenn dann auch nur in den beiden Secrets dann mit Cameos. Aber er ist jetzt in Oppenheimer, er war in Inception und in Dunkirk auch noch. Also der hat den immer wieder besetzt, weil er auch, glaube ich, selber, also Nolan hat eine gewisse Faszination für ihn als Schauspieler auch, glaube ich. Ja, was vielleicht ein bisschen gefehlt hat, was ihm dann die Batman-Rolle gekostet hat, ist die Physis. Weil Christian Bale hat halt vorher zeigen können, nicht nur durch seinen aufgepumpten Körper in American Psycho, sondern auch generell, dass er den Action-Part der Rolle meistern kann. Ich finde es doof, jetzt diesen Film als Beispiel heranzuziehen, weil ich den einfach nur kacke finde. Aber Equilibrium, da hat er gezeigt, dass er als Action-Star ... Ich mag den. Ich hasse den, ich finde den so doof. Guilty Pleasure. Ja, ja. Ja, okay. Nur als Guilty Pleasure kann ich ihn auch durchgehen lassen. Aber er hatte in Equilibrium die Chance zu zeigen, dass er als Action-Star funktioniert und das halt kombiniert mit seinen düsteren Rollen davor und danach hat halt dann den Ausschlag gegeben, warum er Batman wurde. Bei Cillian Murphy, da war nichts in dieser Art. Da war eigentlich noch nie irgendwas in dieser Art, dass er in dem Falle als Leading Man einen Film tragen kann. Das wissen wir alle. Aber er hatte nichts, was er irgendwie vorweisen konnte, von wegen hier, ich kann auch eben physisch bestehen und ich kann mich prügeln und all das. Und das hat vielleicht gefehlt, warum man ihm die Rolle nicht gegeben hat. Kann Cillian Murphy das spielen? Natürlich könnte er das. Der kann alles spielen irgendwo. Aber bei Cillian Murphy, warum es nicht dazu kam, was ich ja letzten Endes nicht schlimm fand. Ich finde es gut, dass die Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Aber eben, ich denke, bei Cillian Murphy fehlte einfach dieser Action-Held-Part. Durchaus, ja. Ja, das, weil, hatte ich ja schon gesagt, die haben ja bei Batman-Schauspielern eher meist Leute gesucht, die irgendwie ein bisschen schon Action gemacht haben. Und Bale, ja, das trifft sie so eigentlich schon sehr gut. Wenn du überlegst, seine Batman-Darstellung ist ein Stück weit eigentlich eine Verschmelzung aus sowohl American Psycho als auch Equilibrium. Weil American Psycho hat er eben halt charakterschauspielerische Qualitäten bewiesen. Und Equilibrium hat er halt echt so ein bisschen, also ich meine, das war ja schon so Matrix-like. Also ich habe mir nach Equilibrium echt mal so vorgestellt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Christian Bale Neo gespielt hätte. Das wäre bestimmt auch geil gewesen. Ein bisschen zu intensiv. Ja, aber da kann man vielleicht auch mal bei Bale auf was kommen. Also es ist mir jetzt auch nochmal im Rewatch aufgefallen. Früher hätte ich das sogar verneint. Ich glaube, das habe ich auch in dem Podcast getan. Aber ich muss sagen, wo ich es jetzt nochmal gesehen habe, es steckt durchaus etwas von seinem Patrick Bateman in Bruce Wayne hier, ne? Natürlich. Ja. Absolut. Vor allen Dingen in den Szenen, denen er halt versucht, die Fassade des Schnösels aufrecht zu erhalten, damit halt niemand auf die Idee kommen könnte, er wäre Batman. Ja. Das ist total Patrick Bateman durchgehend. Und das ist so lustig in dem Kontext, weil du halt weißt, bei Patrick Bateman ist es quasi echt, der ist halt so furchtbar. Und hier macht er das nochmal, nur eben gewollt überzogen. Weil das ist etwas, was Patrick Bateman als Milliardär, die Vorstellung ist echt gruselig, Patrick Bateman als Milliardär, was der alles machen würde. Oh Gott, oh Gott. Horrorvorstellung. Das ist nur die ultimative Inselfantasie, oder? Ja. Das ganze Anwesen nur beschmiert mit Blut und aufgespießten Köpfen. Ja. Aber einfach so, auch diese Exzentrik von wegen all die Szene mit der Party mit den beiden Models. Ich kaufe dieses Hotel und lege ein paar neue Regeln fest, was den Pool angeht. Ja. Ja, das ist total Patrick Bateman. Das sind auch die Stellen, ich weiß, ja gut, hier bei Ben Affleck ist es halt auch Teil des Konzeptes, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe Ben Affleck nie den Playboy abgekauft. Es ist einfach so. Und bei Bale ist das, also allein schon auch dann in The Dark Knight, wenn er da irgendwie diese Party hat und er kommt mit einem Hubschrauber an und mit zwei so Models an seiner Seite und dann immer noch ein Glas in der Hand und auch wie er dann auch, also hier in Batman beginnt es, wie er dann da wirklich so auf doof tut von wegen, ja, wer hat diesen Batman ernannt und jemand, der sich anzieht für eine Fledermaus, hat eindeutig Schwierigkeiten. Also, auch so dieses, diese schämische Grinsen, also das ist, das ist sowas von eine eingedampfte Version von, von seinem, äh, von seiner American Psycho-Performance. Das stimmt schon. Da können wir aber auch nochmal zu einem Punkt kommen, äh, den ich schon einfach lange, äh, bei diesen Filmen einfach mal wirklich erörtern möchte. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt schon, ähm, eindeutig herausgearbeitet, dass, äh, dass es einfach eine sehr realistische, sehr seriöse Interpretation ist und dadurch für viele auch, also hier vielleicht noch nicht so, aber es wird sehr, sehr oft behauptet, dass diese Filme keinen Humor hätten oder dass Nolan-Filme generell humorlos und verbissen seien. Und, ähm, gut, bei manchen kannst du es sicher vielleicht, äh, äh, durchaus in den Raum führen, aber hier, also bei allen drei Batman kann ich es wirklich gar nicht nachvollziehen. Werner, wie geht's dir da? Ganz genauso. Also, was das Thema Humor angeht, äh, passt ja der Vergleich, den ihr gerade gestellt habt mit American Psycho, ne? Denn gerade diese Szenen sind ja dann die lustigeren Szenen hier in den Batman-Filmen und gleichzeitig halt eben auch mit einem passenden Humor, weil das eben zur Rolle des Bruce Wayne passt. Ja. Und dementsprechend würde ich da ganz klar sagen, in der ganzen Trilogie ist Humor vorhanden, ausreichend vorhanden und vor allem auch richtig dosiert, denn mehr wäre hier eventuell tödlich gewesen und hätte die ganze Atmosphäre, was die Trilogie ja so stark macht, ja mindestens reduziert, wenn nicht sogar zerstört. Ja, das ist einfach mit der Tonalität, ne, weil man muss wirklich sagen, Nolans Filme, also insbesondere The Dark Knight, also Batman beginnt's noch eher, aber The Dark Knight und dann der Nachfolger auch nicht mehr, die gucken sich halt echt nicht mehr wie Comic-Verfilmung. Also The Dark Knight, den kannst du ja wirklich bald gucken wie nen, wie nen, äh, weiß ich nicht, Mafia-Thriller oder was, ne? Also das sind im Grunde Thriller, das sind Thriller, äh, oder Comic-Verfilmung im Gewand eines Thrillers, eigentlich alle drei. Was man natürlich ins Feld führen könnte, es gibt Figuren, die sind halt in erster Linie für Humor zuständig, allen voran halt eben Morgan Freeman als Lucius Fox und Michael Kane als, äh, Alfred Pennyworth, die sind so wirklich für die One-Liner zuständig, aber ich muss sagen, es funktioniert wunderbar und ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, dass alle anderen Figuren völlig humorfrei sind und dass das nur über die funktioniert. Also, äh, selbst Liam Neeson hat einmal irgendwie eine humorvolle Stelle, als da halt Batman irgendwie angeflogen kommt und er meint so, oh, du hast mein Rat in Bezug auf Theatralik aber sehr wörtlich genommen. Ja. Also, und, ja. Dieser Anblick, wie er da den Verbissen anguckt und der ist sich für ein bisschen eher amüsiert über das Postüm, das ist wirklich gut. Ja, ja, der hat den ja noch nicht so gesehen, ne, genau, ja. Ja, und, und, äh, da muss ich auch sagen, also Michael Kane und Morgan Freeman sind natürlich so die Speerspitze, die haben auch Spaß an den Rollen und die, die, die passen einfach wirklich wie die Faust aufs Auge. Es ist, ähm, das frage ich mich auch, warum ist in den anderen Filmen eigentlich nie Lucius Fox vorgekommen? Weil, ähm, ja, das ist das Ding, weil da kommen wir wieder zum realistischen Ansatz. Nolan hat sich eben über Details Gedanken gemacht, zum Beispiel eben Batmans Ausbildung. Warum ist er praktisch ein Ninja? Ja, weil er von Ninjas ausgebildet wurde. Das hat er sieben Jahre lang gemacht und als er unterwegs war und hat die Welt bereist und so weiter, deswegen ist er auch so weltmännisch. Und wenn er sich dann über die Gadgets Gedanken macht, was man vorher ja nie irgendwie erwähnt hat, hat er sich da auch gedacht, das muss ich irgendwie herleiten können. Also hat Wayne Enterprises jemanden, der das Ganze entwirft und der ihn dann dabei unterstützt. Und da kommt er eben auch, wie du ihn schon oft erwähnt hast, sein James-Bond-Fable, wo er eben sagt, ich brauche hier eine Q-Figur. Ja, total. Und, ja, weil das, das habe ich mich bei, bei Tim Burton und bei, ähm, bei, äh, Joel Schumacher sowieso, der auch schon als, als Kind irgendwo gefragt, weil der hat da diese Höhle, wo praktisch jeder Gegenstand in der Form der Fledermaus und dieses Logos ist. Wer hat das gebaut? Und finden es die Leute nicht seltsam, dass dieser Milliardär diese Dinge haben will, die so aussehen? Können die nicht eins und eins zusammenzählen, wer er dann ist? Ja, eigentlich schon. Und das hast du, hm, all diese Logiklöcher, die du früher immer hattest, von wegen, wo kommt das Zeug her und wieso bemerkt das keiner? Die werden halt durch die Lucius-Fox-Figur wunderbar abgedeckt. Ja, bei, äh, bei Snyder haben sie es dann so ein bisschen verschmolzen, ne? Also, da ist ja dann hier Jeremy Irons als Offroad, den ich auch nicht schlecht fand, aber der ist halt wirklich mehr so ein, ja, fast schon eine Art Waffenbruder und man sieht, dass der auch an vielen Apparaturen irgendwie herumwerkelt, ne? Ja. Aber, äh, ich finde das ganz grandios, dass sie hier Morgan Freeman besetzt haben und Michael Kane ist, also wäre Morgan Freeman halt wirklich, der macht einfach durchgehend Spaß, muss ich einfach sagen. Und Michael Kane ist eigentlich so das emotionale Herz dieser ganzen Trilogie, wie ich finde. Der strahlt eine unglaubliche Wärme aus und bringt aber auch wunderbar britischen Humor ein. Und das, das ist einfach das Stichwort. Das sind jetzt hier keine Ablacher, wie irgendwie in Marvel-Filmen, das ist relativ trockener Humor, aber der sitzt und ist, wie Werner schon gesagt hat, wirklich genau richtig dosiert, finde ich. Ja, es sind auch einfach realistische Interaktionen, weil wenn Menschen im Alltag miteinander reden, so klingen Leute dabei halt, die witzeln immer ein bisschen, die machen immer ein bisschen Späßchen, auch wenn sie über ernste Sachen reden. Ja. Und da ist der Ton, der Ton der Dialoge, wenn Bruce Wayne sich mit Lucius Fox über Business unterhält und die Dinge und die neuen Gadgets und so weiter, der Ton ist locker, aber niemals irgendwie so wie eben genau, wie bei Marvel, wo ein Schenkelklopfer den nächsten Jahren soll. Da ist die Tonalität einfach wie alles andere in dieser Reihe dem Realismus untergeordnet. Und deswegen, finde ich, ist das so eine richtig schöne, feine Linie, die sie da treffen. Ja, vor allem halt, dass man damit die Gadgets auch ein bisschen so einführt. Also Batman ist nicht einfach da und hat plötzlich alles. Nein, der Zuschauer bekommt ja so Stück für Stück gezeigt, wie Batman, an welches Werkzeug kommt, wo das überhaupt herkommt. Also wieso zur Hölle wird diese und diese Ausrüstung entwickelt, aber keiner auf der Welt benutzt sie und so etwas. Ja, war wohl das Geld nicht wert bei der Armee. Und das finde ich sehr cool gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Und vor allem hat man es ja auch weitergeführt. Also auch im nächsten Teil bei The Dark Knight, als dann die Gadgets ein bisschen aufgestockt werden, alles ein bisschen aufgefrischt, baut man ja darauf auf, geht weiter drauf ein. Und ich fand es als Zuschauer, ja, sowas holt einen auch ein bisschen ab. Ich meine, es haben ja schon irgendwie Leute kritisiert, dass das halt alles so relativ, also dass das Batmobile jetzt nicht mehr sowas Ikonisches hat oder was, sondern dass es eigentlich ein, es wird ja, also die Szene ist auch sehr spaßig, wo sie das halt ausprobieren. Und dann heißt es ja von wegen, ja, es war ja mal gedacht als Brückenfahrzeug, ne. Zwei von denen könnten über einen Fluss springen und Seile spannen. Das ist natürlich alles sehr, ähm, ja, irgendwie fast schon so paramilitärisch angehaucht. Aber ich muss sagen, das funktioniert eigentlich wahnsinnig gut. Ich finde das Batmobile hier ehrlich gesagt auch irgendwo ikonografisch, insbesondere dann in der, in der ganzen Verfolgungsjagd, die auch wirklich gut inszeniert ist. Äh, und, und wo man dann auch merkt, dass Batman wirklich, ja, eigentlich keine Grenzen hat, ne. Ich meine, der fährt ja erst irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Parkturm hoch und ballert sich dann da raus und dann springt der wirklich von einem Dach zum anderen, ne. Und das trifft die Polizei ja, da war weiß wie hart. Ja, also ich, ich muss zugeben, da kommen wir schon zu einem Punkt, wo ich ein bisschen was Negatives einwerfen muss, denn mir hat das Batmobile gar nicht gefallen. Also grundsätzlich ist das Design okay, aber wenn man es als Batmobile verkaufen will, muss ich wirklich sagen, nein, da ist mir das einfach zu plumpig, zu massiv. Das hat mir vom Design her schon damals nicht wirklich gefallen. Von der Funktion her, die Inszenierung, alles super, alles großartig, hat Spaß gemacht, aber das Design, nee, das ist mir zu klobig, zu dick, nein, also da bin ich kein Freund davon, steinigt mich. Ja, ach Gott. Nee, das kann ich verstehen. Also ich störe mich auch nicht daran, weil wie gesagt, ich mag die Herangehensweise, dass er halt ein Militärfahrzeug benutzt und deswegen ist das auch sinnvoll erklärt, warum dieses Fahrzeug diese Dinge kann. Aber klar, wir blicken auf eine Historie zurück, wo das Batmobile immer ein unglaublich stylischer Sportwagen mit Gadgets war, fast auch schon wie ein Bond-Auto. Das geht zurück bis zu dem tollen Cadillac, den Adam West in der 60er-Jahres-Serie fuhr. Ey, das Ding ist super cool. Das Ding sieht echt cool aus. Da bleibe ich bei. Michael Keatons Batmobile, okay, das dann von Val Kilmer und das von George Clooney, das war ein bisschen albern, aber das sah halt auch aus wie ein Spielzeug. Man hat sich da keine Gedanken gemacht über Funktionalität. Aber ja, klar, das Batmobile hatte immer einen gewissen Style. Ich mag zum Beispiel auch, wo wir wieder beim realistischen Ansatz sind, ich bin ein ganz großer Fan von dem, was wir jetzt in The Batman mit Robert Pattinson haben. Einfach praktisch nur ein gewaltiges Muscle-Car. Ohne irgendwelche Batman-Logos. Sieht schon arsch cool aus. Das hier ist, wie wird es im Film so schön gesagt, bei der Polizeidurchsage, ein schwarzer Panzer. Ja, ja, er ist in einem Fahrzeug. Farbe und Fabrikat, genau. Ja, ja. Das ist auch wirklich so die Geburtsstunde eigentlich, ne? Ja, ich kann verstehen, dass einem der Look nicht gefällt. Aber da kommt vielleicht auch irgendwie jetzt mein ganz persönlicher Style oder beziehungsweise mein ganz persönlicher Geschmack mit rein. Ich bin kein Auto nah. Ich fahre kein Auto. Ich habe noch nie diese typisch männliche Faszination für Autos gehabt. Ich will einfach nur von A nach B kommen. Von daher geht mir auch nie einer ab, wenn ich schicke Sportwagen sehe. Und von daher, ich kann verstehen, dass man die anderen Modelle cooler findet. Aber das, ja, ist halt dann das Batmobile für diese Trilogie gewesen. Und ich habe es so akzeptiert. Aber ich, ja, was den Style davon betrifft, da habe ich irgendwie, das berührt mich nicht. Ja, also du hast das richtige Wort gesagt, akzeptiert. Ich habe es auch ohne Probleme akzeptiert. Ich habe mich da zu keiner Sekunde irgendwie dran aufgehängt oder etwas dergleichen. Es hat mir nicht gefallen. Ich habe es angesprochen. Und damit war das Thema dann auch schon wieder beendet. Weil alles, was man dann halt eben damit gemacht hat, wie du gesagt hast, die Inszenierung, diese Flucht, Verfolgungsjagd und so etwas, das ist ja fantastisch gemacht. Also Design hin oder her. Der Rest ist super. Wobei ich da einen negativen Punkt ansprechen muss. Und ich habe den jahrelang in irgendwelchen Reviews gelesen und gehört und was weiß ich. Und wo ich ihn jetzt nochmal nach einigen Jahren gesehen habe, kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Gerade in den Action-Szenen, ob es jetzt da ist oder aber auch bei irgendwie, ja, Man-to-Man-Combats. Also halt, wo Batman irgendwie hier gegen irgendwelche Schattenkrieger kämpft. Die Kamera ist zu nah dran in solchen Szenen. Sodass du nicht so wirklich manchmal sehen kannst, was Sache ist. Also du siehst nicht so wirklich die Choreografie. Das haben sie sich auch zu Herzen genommen. Denn in The Dark Knight ist das schon mal nochmal deutlich anders. Und da haben wir eben nicht nur den selben Regisseur, sondern auch den gleichen Kameramann. Also da haben sich die Kritik zu Herzen genommen. Und ich muss sagen, ich kann sie jetzt schon nachvollziehen mittlerweile. Ja, also wenn ich eine Sache an dem Film verändern könnte. Einen kleinen Schönheits-Eingriff. Dann würde ich das sagen, nicht nur damit die Action-Szenen besser aussehen. Sondern damit die ganze Trilogie auch einfach einen homogenen Look hat. Würde, hätte es mich unglaublich gefreut, wenn er bei Batman Begins schon die IMAX-Kameras hätte nutzen können. Ja. Hätten diese Verfolgungsjagden in IMAX, diese Kämpfe in IMAX. Weil das stimmt. Also an manchen Szenen stört es mich nicht mit der Shaky Cam, weil er sie da geschickt nutzt. Zum Beispiel bei der Ermordung von Bruce Waynes Eltern. Das ist einfach so, das soll einfach, die Wackelkamera da soll das Chaotische darstellen. Dass in einem Moment ist noch alles in Ordnung, bumm, auf einmal ist dieser Junge ein Weise. Da passt es ganz gut. Und auch in Batmans allererstem Auftritt, weil du ihn ja nicht wirklich zu sehen bekommen sollst. Du hast ja da an dieser Szene an den Docks am Hafen, wenn dann da Falconis Leute die Drogen verladen. Und der mischt die dann da auf. Und der soll ja wirklich wie ein Gespenst wirken. So, die sehen, die verstehen überhaupt nicht, was gerade um sie herum passiert. Wenn nach der Eide dann, wo steckst du? Ja, ja. Wenn er dann direkt hinter ihm auftaucht. Das ist großartig. Ja, aber ja, in den Actionsequenzen die Verfolgungsjagd oder auch dann der Kampf mit Rassal Ghul im Zug und hier und da. Oder auch die Sprengung des Schlosses in den Bergen da bei der Gesellschaft der Schatten. Ich hätte mir gewünscht, er hätte hier auch schon sein Fable für IMAX früher entdeckt. Ich glaube, sie hätten ihm wahrscheinlich aber keine IMAX-Kameras gestattet bei seinem ersten großen Film. Nein, nein, nein. Hätten sie nicht. Aber ja, der Schnitt und die Kameraführung kann ich verstehen, ist hier in einzelnen Momenten doch etwas zu unübersichtlich. Ja, es ist noch okay, aber in manchen Szenen hast du halt das Gefühl, ja, das ist halt schnell geschnitten. Wobei, schnell geschnitten, da muss ich noch eine Szene hervorheben, eben die, wo Batman sich zum ersten Mal mit Scarecrow anlegt und da angezündet wird. Da ist es auch so, dass sobald er auf dieses Halluzinogen gesetzt wird, dass dann der Schnitt plötzlich total wirr wird an der Stelle. Und dass man da auch nur ganz kurz sieht, wie der den da bespritzt und dann da irgendwie Fledermäuse auftauchen und so weiter und so fort. Also, dass dann halt direkt die Angst getriggert wird in Bruce Wayne. Das fand ich da allerdings halt wirklich richtig grandios, muss ich sagen. Ja, auch zum Thema, zum Thema Humor nochmal. Das ist so ein platter Karlauer, aber ich liebe das jedes Mal, wenn es gerne das Feuerzeug auspackt. Weißt du, was ich glaube? Du brauchst eine zündende Idee. Und dann setzt er ihn an den Brand. Ja, da ist doch auch, das kann ich auch nochmal sagen, hier jetzt bei Oppenheimer, ohne jetzt so viel zu verraten für manche, die ihn noch nicht gesehen haben, aber der hat ja durchaus auch schon leichte Horror-Dimensionen. Und ich weiß noch, als ich aus dem Kino kam, dachte ich mir, warum, warum dreht Nolan eigentlich nicht endlich mal einen Horrorfilm? Und wo ich dann den jetzt nochmal geguckt habe, ist mir aufgefallen, da ist ja auch schon was drin. Also, Christopher hat es ja gerade eben schon erwähnt, das ist ja klassische Horror-Dramaturgie. Und dann auch diese Szene eben, also mit, wo Nolan eben mit der Wirkung des Halluzinogens auch inszenatorisch spielt, ne? Ich meine, da ist ja eine Szene, da sieht ja Scarecrow Batman förmlich als, äh, weiß ich nicht, Dämon aus der Hölle, ne? Ja, das war großartig. All solche Sachen, ja, ja. Batman, der lebendig wird, regelt recht, also, wo ich das im Kino gesehen habe, da dachte ich auch, wow, was, was seh ich hier gerade? Das ist, das ist aber auch ein Motiv, äh, was man bei Scarecrow durchaus kennt, ne? Dass der, äh, sagt ja irgendwie Batman auch, nehmen sie ihren Medizindoktor, ne? Also, das ist ja auch in den Arkham-Games so, dass, äh, Scarecrow meistens dadurch besiegt wird, dass er seine eigene Medizin zu schlucken kriegt, ne? Ja, ach, Mann, da hätte man, hätte man noch mehr raus machen können, aber insgesamt muss ich sagen, wie gesagt, es war jetzt einige Jahre dazwischen, dass ich den gesehen hatte, nochmal. Ich finde, der fühlt sich wirklich, also, auch von den dreien fühlt der sich am rundesten an für mich, tatsächlich. Also, selbst runder als The Dark Knight, weil, da kommen wir dann gleich noch zu, aber der wirkt, alles, alles wirkt irgendwie wahnsinnig abgeschlossen, wahnsinnig rund. Und da merkst du vielleicht auch schon dran, dass sie gar nicht mal so sehr auf ein Sequel, äh, äh, geschielt hatten. Also, wir haben dann ja diese Schlussszene dann eben mit, mit Gordon und der Joker-Karte. Und das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Das sollte kein Sequel anteasern. Das war einfach nur ein Schluss-Gag. Und, äh, heute ist halt direkt so, oh, ja, also, äh, ne? Da werden 10.000 Fortsetzungen angedeutet. Und, ja, gut, sie mussten es dann wahrscheinlich irgendwie, also, sie hatten dann halt diesen Gag gemacht. Und dann waren sie eben in der Hole- oder Bringschuld, den Joker dann auszupacken im zweiten Teil. Aber dass das halt nicht so replant war, ist schon kurios aus heutiger Sicht, ne? Weil das vor allen Dingen, ja, unfreiwillig wie aus einem Gutz wirkt. Ein bisschen wie am Ende vom ersten Zurück in die Zukunft. Ja, ja. Wir haben, wir haben ja dieses Ende, wir müssen jetzt damit arbeiten. Ja, gut, jetzt muss man dazu sagen, du sagst, der Film fühlt sich am rundesten an. Das tut ja irgendwo. Aber ohne, um das jetzt schmälern zu wollen, von allen drei Teilen hatte der Film auch irgendwo den einfachsten Job. Es geht darum, Batman zu etablieren, seine Entstehungsgeschichte, warum, wieso, weshalb. Und jetzt ist er da. Und das ist das, was dieser Film erzählen wollte. Und er legt halt diese Foundation, dieses Grundgerüst absolut perfekt aus. Aber ja, den ersten zu machen bei sowas ist immer noch der leichteste Job. Aber natürlich ist das immer noch eben, was Origin-Stories betrifft, so mehr oder weniger das Nonplusultra. Aber ja, am rundesten sich anfühlen gehe ich mit. Das ist, das ist halt wirklich, da ist kein Gramm Fett dran. Der hat auch noch nicht diese gewaltigen Längen. Ich meine, ich kritisiere gewaltige Längen für moderne Blockbuster relativ häufig. Die Dark Knight Trilogie hat das dann später mitgemacht. Obwohl die sich auch nicht zu lang anfühlen. Aber Batman Begins hat eine moderate Laufzeit von was, zwei Stunden, zehn Minuten, zwei Stunden, fünf Minuten. Also absolut gewöhnlich eigentlich. Ja. Und da ist, ne, es ist, trotz auch der Zeitsprünge, es fühlt sich einfach geradlinig an. Ja. Man merkt, der kommt einfach noch aus einer anderen Zeit, der Film irgendwie auch, ne? Mhm. Also wenn du überlegst, Superheldenkino, ein Jahr vorher gab's irgendwie Sam Raimis zweiten Spider-Man und vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, davor der unglaubliche Hulk oder was. Aber ansonsten war's das eigentlich auch schon fast. Naja gut, und die X-Men. Ja, und vor allen Dingen, guck dir an, was Batman Begins im gleichen Sommer 2005 für eine Konkurrenz hatte. Der erste Fantastic Four. Ja. Da weißt du, wie gut es um das Superheldenkino zu der Zeit stand. Ja, das muss auch ein Kontrast gewesen sein, dass, äh, ja. Das, ach Gott, ne. Äh, also kann man abschließend sagen zu dem Film, also für mich wirklich ein grandioser Einstieg. Ich muss sagen, ich finde den auch ehrlich gesagt irgendwie fast ein bisschen, also jetzt nicht, wer weiß wie, aber ich finde ihn einen Tacken unterschätzt irgendwie. Weil bei manchen fällt der irgendwie auch so ein bisschen runter, hab ich das Gefühl. Ja, er ist irgendwo ein Stück weit, äh, Wolfgang M. Schmidt hat das bei der Filmanalyse mal als das psychologische Vorspiel zu The Dark Knight bezeichnet. Das ist es irgendwo auch, aber ich finde, man muss das damit auch nicht schmälern. Was ich nur höchstens, ähm, äh, also was mir jetzt auch bei der Sichtung nochmal aufgefallen ist, ich finde den ehrlich gesagt, also klar, da hat Nolan in USA nichts mit zu tun, aber hier in Deutschland, ich weiß nicht, ich finde den ehrlich gesagt eventuell auch nicht ab zwölf. Ja, das ist grenzwertig. Also, keine Ahnung, das, das, also mit, äh, mit, ja, eben diese, diese Albtraum-Version, äh, dann, dann generell diese ganze Prämisse, dass du halt eine Stadt vergast, damit die sich selber abschlachtet und, und vernichtet, das ist schon ziemlich heavy. Wie, gerade da, da fährt Nolan ja eigentlich noch ein bisschen zurück, aber da siehst du ja, der hätte das ganz anders eskalieren können. Ich meine, du hast so einen ganz kurzen Einblick in das Chaos, wenn das Gas anfängt hochzusteigen und die Gefängnisinsassen sind dir dann frei. Und du, du hast so eine ganz kurze Szene, wo du siehst, wie die irgendwie verrückt spielen und so ein Typ, einem anderen Typen ins Gesicht beißt, der hält den irgendwie so fest und, und du denkst so, oh, das könnte doch viel heftiger eskalieren. Da hast du gemerkt, da musste Nolan sich selbst zurücknehmen, damit die Altersfreigabe nicht in Gefahr ist. Durchaus, ja. Ja, ja. Ja, gut, bei Oppenheimer hat das jetzt nicht mehr getan, dafür ist dann direkt, äh, rated A in den USA. Ähm, was ich aber nochmal zum Schluss des Films sagen möchte, ich glaube, es war auch gut, dass ich hiermit eingestiegen bin, weil hier steckt für mich eigentlich so die Essenz von Batman drin, die dann halt Zack Snyder für mich halt irgendwie gar nicht getroffen hat, weil es ist ja eben dann am Ende dieser ideologische Konflikt zwischen Ra's al Ghul und ihm. Und Ra's al Ghul versteht man ja auch durchaus, wenn er sagt, ja, die Welt ist korrupt, die Welt ist, 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 ist machtgierig und zerfressen und, und, äh, es ist hoffnungslos und irgendwo steht ja dann Bruce Wayne da eigentlich auch wie so nah und, ich meine, ein, ein Punkt an Batman ist ja, dass er eigentlich nie endenden Kampf führt, weil er die Leute eben nicht umbringt, sondern immer wieder nur einsperrt und die immer wieder ausbrechen. Und es ist aber trotzdem, also, deshalb finde ich auch diese Szene wahnsinnig wichtig, wo Ra's al Ghul ihm eben, äh, 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 da irgendwie diese Prüfung unterzieht, dass er jetzt jemanden töten soll, ne? Ja, und dann heißt es ja, dieses Mitleid, was ich habe, das, das ist so wichtig, das unterscheidet mich von den anderen. Ja, das ist auf jeden Fall viel tiefgründiger. Ja, das, das ist für mich persönlich die Essenz von Batman und auch, äh, also, das ist, wo ich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, was diese Figur eigentlich ausmacht, ne, oder ausmachen sollte. Eben, und er nimmt sich auf kleine Momente dafür, die ich, äh, ganz toll finde, um diese Entwicklung dahin zu zeigen, denn er hat ja nun mal am Anfang vor, Joe Chill, den Mörder seiner Eltern, zu erschießen. Ja, und dann kommt ihm ja Falcone nach der Gerichtsverhandlung zuvor und, äh, dann kriegt er ja deswegen ja auch von Rachel eine Ohrfeige, deswegen, und dann hast du ja diese Stelle, da steht er da irgendwie an der Brücke oder eben am Meer, an dieser Promenade und guckt in die Ferne und dann schmeißt er ja den Revolver ins Wasser. Und du hast praktisch all das, weißt du, er war gewillt, diesen Mann zu töten, er hat gesehen, wie dieser Mann getötet wurde, er ist irgendwie wieder wachgerüttelt worden und ist ihm klar geworden, sowas bin ich nicht. Und, äh, dass man da so kleine Momente einstreut, um diesen Ich-werde-nicht-töten, äh, Moralansatz, um diese, diese Ich-werde-nicht-töten-Überzeugung nochmal zu unterstreichen durch die Geschehnisse, ist halt auch einfach, ja, klasse, was man woanders nicht hätte. Ich hab das halt eben so gesehen mit dem, äh, Pistolen wegschmeißen, äh, nicht nur, äh, hat er halt eben gemerkt, so will ich nicht sein, sondern er hat halt eben gemerkt, jetzt wo er tot ist, die, diese Wut ist ja immer noch da, dieser Zorn ist immer noch da und es hat eben nicht diese Erlösung gebracht, die er sich erhofft hat und für mich war das auf diese Art und Weise so ein Augenöffner für Bruce Wayne. Es ist auch eine wichtige Szene durchaus dann, also da wird ja auch eigentlich ein ganz schöner Art geschlossen, dann mit Rachel, die ihn erst da irgendwie gemaßregelt hat, äh, von wegen, dass er da selbst Justiz begehen wollte und dann gesteht er sich ja ein, dass sie damit eigentlich Recht hatte an der Stelle, ne? Und das führt ja dann auch dazu, dass sie eben sich dann dieses Versprechen geben, dass, äh, weiß ich nicht, es eine Zukunft für beide gibt, wenn, eines Tages, wenn, 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 äh, Gotham Batman nicht mehr braucht, ne? Ja, und, äh, also dahingehend finde ich das auch ganz, ganz stark, also ich muss sagen, also Katie Holmes in allen Ehren, aber auch diese Szene dann da eben zwischen ihnen beiden, wo sie sich da aussprechen und sie dann auch sagt, also er, er meint dann, ja, Batman ist ja nur ein Symbol und eine Maske und sie sagt dann, ja, nee, das hier, das hier ist deine Maske, ne? Und dann war es, ich, ist da draußen und, und bekämpft Verbrecher. Ja, und, äh, gerade dieses, dieses Ende, wo du jetzt angesprochen hast, ne, mit diesem, ja, ich werde auf dich warten und so etwas, dieses kurze Gespräch gegen Ende, das finde ich so faszinierend, wie man das dann in The Dark Knight genommen und darauf aufgebaut hat, also The Dark Knight hat ja viel Emotionen auf dieses kurze Ende aufgebaut und ich denke mir einfach nur, ja, das ist fantastisch gemacht, wie dieser, diese zwei, drei Sätze, am Ende, so große Wirkungen für den zweiten Teil haben. Was eine fantastische Überleitung ist, Werner. Absolut. Dass sie jetzt von, von der Vorspeise zum Filetstück übergehen können. Ja, das, das war, also, ich, ich glaube, wir haben, äh, alle soweit, oder habt ihr noch abschließende Worte zu Batman Begins? Ich hab nur noch etwas zu sagen, was eigentlich für die ganze Reihe gilt und das ist das Thema Musik. Oh, ja. Was das angeht, hat Batman Begins auch so richtig vorgelegt und einen großartigen Soundtrack zu bieten, also, was man in Batman Begins an Musik hört, Batman Themes und so etwas, die Action Sequenzen, also, das, das war einfach großartig und bis heute, muss ich zugeben, liebe ich diesen Soundtrack und, äh, höre mir zwischendurch immer mal wieder das ein oder andere von dem Soundtrack an. Also, nicht nur, was Cast, Action, Geschichte und Co. angeht, hat der Film abgeliefert, sondern auch in puncto Musik, war Batman Begins fantastisch. Ja, da, da, da komm ich als großer, äh, Score-Fan, also, ich bin jetzt nicht so, ganz so extrem wie Lasse, aber da, äh, das ist auch einfach eine schöne Überleitung zu The Dark Knight, äh, Musik. Ähm, also, ich mag den Batman Begins-Score auch recht gern, aber was mich halt echt an dem nervt, dass du halt nie weißt, was jetzt was ist, weil die Titel ja alle nach verschiedenen Arten von Fledermäusen benannt sind, ne? Ja, das hab ich damals nicht begriffen, ich hatte, glaub ich, mal dieses Album in der Hand und ich dreh das um und ich seh diese Titel. Ja. Molossus, Choreohynus und so weiter. Ja, und ich konnte das gar nicht einordnen, bis ich dann später recherchiert habe, das sind Fledermaus-Namen, ja, das passt irgendwo, ist aber trotzdem irgendwo nervig. Dann, dann nehmen wir jetzt wirklich mal die Musik als Brücke, also, ich, ich mag die auch sehr gerne, dieses, dieses, wie nennt man jetzt, ich, ich sag jetzt einfach mal Schrappen am Anfang von jedem Film, ja, so dieses Geräusch, das sind ja, also, das soll ja die Schwingen einer Fledermaus soll das ja akustisch simulieren. Ähm, und dann auch, ich, ich hab auch mal halt gehört, wie Hans Zimmer dieses Batman-Thema, äh, oder eher Motiv ist ja gar nicht mal wirklich Thema, weil es sind ja eigentlich nur zwei Töne. Die zwei Töne repräsentieren halt die verschiedenen, äh, zwei Seiten von, von Batman, beziehungsweise das eine ist Bruce Wayne, das andere ist Batman, ne, der eine Ton geht hoch, der andere geht tiefer und klingt ein bisschen, bisschen, äh, 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 ja, eben dunkler einfach, ne, finsterer. Und, ähm, ich meine, manche haben ja auch schon Nolan, äh, Hans Zimmer irgendwie vorgeworfen, dass er da halt, äh, keine Ideen hätte und dass er nur zwei Töne hat, aber wenn man da mal hört, was er sich da so für Gedanken beimacht, was so die, die Musik angeht, also, äh, ich kann auch sehr empfehlen, es gibt eine Hans Zimmer-Doku, äh, die, die kann man, äh, ich glaub von Arthur oder was ist die, die kann man auf YouTube sehen, da geht er, äh, zum Beispiel mal durch die ganzen Nuancen, die in dem, äh, Jack Sparrow-Thema in Fluch der Karibik von ihm stecken. Und es ist wirklich so, jeder einzelne Ton und jede einzelne Note repräsentiert eine andere Facette des Charakters. Fand ich, fand ich sehr, sehr faszinierend. Und da können wir dann jetzt wirklich, glaub ich, die Überleitung zu The Dark Knight machen, oder? Nimm einen kleinen Schuss Anarchie. Bring die althergebrachte Ordnung aus dem Gleichgewicht. Und was entsteht? Chaos. Ich bin das Chaos. Und weißt du, was Chaos eigentlich ist? Es ist fair. Da hat Hans Zimmer es nämlich auf die Spitze getrieben. Äh, während Batman zwei Töne hat, hat der Joker nur einen einzig. Oh. Und der nimmt kein Ende. Und ich bin ganz ehrlich, wie gesagt, ich hatte den Film ja damals nicht gesehen. Ich hatte nur mal den Soundtrack online gesehen und ich mach das an und ich dachte mir, was ist das denn bitte? Ist das, ist das ein kaputter Staubsauger oder, oder was auch immer. Ich dachte immer, stimmt mit meinem Rechner nicht oder so. Es war total merkwürdig. Und du wirst ja auch mit diesem Sound in den Film hineingezogen. Was habt ihr euch da damals gedacht, als ihr das gehört habt? Äh, der Sound an sich, ja klar, das war schön. Also mir fiel sofort an, dass das hier größer wird und dass das auch düsterer wird. Weil du hast diesen flappenden Sound erwähnt am Anfang, wenn das Warner-Logo kommt. Und bei Batman Begins ist das ja durchgehend. Bei The Dark Knight, da kommt das Warner-Logo und du hast das Gefühl, dass das Fledermausflappern verstummt ganz langsam. Das ist irgendwie, als würde es vom Joker-Sound übertönt werden. Ja. Und dann geht es halt sofort los. Mit dem ersten Bild merkst du schon, dass wir hier einen ganz anderen Maßstab haben. Oh ja. Also das war schon fast irgendwie blendend. Du hast diesen, du hast das dunkle Warner-Logo, du hast dieses Feuer, dieses blaue Feuer und dann formt sich daraus das Batman-Logo und so weiter. Und dann auf einmal, bumm, großes Stadtpanorama, Tageslicht, Wolkenkratzer, IMAX. Und du bist einfach, wow. Allein in diesem ersten Shot, wenn die Kamera dann auf das Gebäude zufährt und der Joker-Henchman schlägt die Scheibe ein, um dann eben das Seil spannen zu können. Da merkst du schon hier, das wird größer als das, was wir vorher gesehen haben. Das ist ja nicht nur vom Budget her, sondern auch von den Ideen, vom Aufwand, von der Bedrohung. Der Ton wird praktisch schon im ersten Frame gesetzt. Das hier ist einfach eine Stufe epischer. Aber ich würde ganz gerne auch darüber reden, wie der Hype anfing, Fahrt aufzunehmen. Und was da damals los war im Sommer 2008, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich erinnere mich sehr lebhaft daran. Sowas Vergleichbares hatte ich noch bei keinem Film erlebt. Und man muss bedenken, nochmal erwähnt, ich bin ja schon alt. Ich habe den im Sommer 2003 erlebt, als Matrix Reloaded rauskam und selbst da war der Hype nicht so gigantisch. Und das war wirklich, in diesem Sommer, ich sah diesen Trailer immer und immer wieder im Kino, immer und immer wieder. Und es fing dann halt an, die Vorfreude wuchs. Und dann kam der Film und legte dieses wahnsinnige Startwochenende hin, wo irgendwie sämtliche Startwochenendsrekords pulverisiert wurden. Da muss in den amerikanischen Kinos wirklich die Hölle los gewesen sein. Ja, bis jetzt Barbie kam. Und vor allen Dingen, also aus meiner ganz persönlichen Perspektive, was daran am unterhaltsamsten war. Zu dem Zeitpunkt war es irgendwie das erste Mal, dass das Internet auch kreativ auf den Hype eines Blockbusters reagierte. Nämlich in Form von Videos und Parodien. Der Film erschien 2008. Zu dem Zeitpunkt gab es gerade einmal seit drei Jahren YouTube. Und ich weiß noch, damals, praktisch wöchentlich oder fast täglich, habe ich auf YouTube damals immer irgendwas gesehen, was mit The Dark Knight zu tun hatte. Irgendwelche Rap-Videos, wo jemand als Joker verkleidet war und gerappt hat. Irgendwelche Parodien, wo irgendwie kleine Kinder den Trailer nachgespielt hatten. Und du hattest einen kleinen Jungen auf dem Dreirad, der das Bettpot simulieren sollte. Praktisch täglich gab es neuen The Dark Knight Content auf YouTube. Und ich merkte wirklich, was Vermarktung und was Hype und so weiter betrifft, sind wir in einer ganz neuen Ära angekommen. Bei mir war das auch so mit YouTube, muss ich zugeben. Aber nicht, was diese Art Videos angeht, sondern ich habe damals auch so YouTube für mich entdeckt und habe dabei dann den Trailer immer und immer wieder angeschaut. Also ich weiß heute noch, wie dieser Trailer aussieht, die Musik in dem Trailer und alles. Das war so damals mein Hype zu The Dark Knight. Let's drive the clocks back a year. Vor einem Jahr. Vor allen Dingen, weil der Trailer macht das Richtige, so setzen wir den kompletten Fokus auf den Joker. Ja, ja. Batman kann hier und da in dem Trailer vorkommen. Wir beginnen mit Joker Voice Over. Wir beginnen mit Shots von Joker. Nahaufnahme. Du hast das Gefühl, wenn du den nächsten Trailer siehst, der Joker spielt eigentlich die Hauptrolle in dem Film. Der erste Trailer ist so Joker fixiert. Ja, du könntest auch denken, der Film heißt The Joker und nicht The Dark Knight. Ja. Wobei man da jetzt sagen muss, da müssen wir auch mal, also klar, es gab den Hype, den habe ich eher so im Off mitbekommen. Wobei, ja, ja, dann schon, also dass der halt extrem erfolgreich war. Ich meine, da war dann immer die Rede von, wow, der geht zu den Oscars noch irgendwie als bester Film oder so. Also der Film, der ist ja auch dafür verantwortlich, dass bei Best Picture dann irgendwie die Anzahl der möglichen Nominierten auf zehn hochgestuft wurde. Von fünf, glaube ich, oder sieben. Ja, von Filmen. Damit eben solche Filme vielleicht auch mal eine Chance haben. Er und Wall-E. Es gab genauso viele Beschwerden damals 2008 darüber, dass Wall-E keine Best Picture Nominierung hatte. Genau, genau. Wegen Dark Knight und Wall-E hat man es geändert. Aber, aber der Hype, man darf ja nicht vergessen, also, dass sie die Kampagne so auf den Joker zugeschnitten haben, ist ja irgendwo klar. Auf der anderen Seite muss ich es ihnen anrechnen, dass sie, also sie hätten ja das Marketing auch richtig darauf ausrichten können. Oh, das ist Heath Ledgers letzte Rolle, ne? Weil der war ja irgendwie, im Januar war der ja gestorben und der Film kam im August raus. Und ich weiß ja noch, ich weiß nicht, Werner, du hast das ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erlebt, da war ja damals auch alles andere als Begeisterung, als Heath Ledger gecastet wurde, ne? Ja, also Begeisterung sieht wirklich anders aus. Da hat man wirklich erst im Nachhinein gemerkt, dass das ein absoluter Glücksgriff war und man mit dem Cast von Heath Ledger alles richtig gemacht hat. Aber wie du gesagt hast, im Voraus gab es da durchaus, ja, einen kleinen Aufschrei, kann man sagen. Ja, weil der halt echt so, ich meine, was hatte der da auf dem Kerbholz? Irgendwie Brockback Mountain, ich meine, gut, da hat er immerhin schon eine Oscar-Nominierung für in der Tasche gehabt, da ist er auch grandios gewesen. Aber die meisten kannten ihn eben aus, ja, zehn Dingen, die ich an dir hasse, Ritter aus Leidenschaft und halt so ein Zeugs. Man muss ihm auch lassen, mit sowas wie die vier Federn und so ist er dann doch relativ schnell in ein ernstes Fach gewechselt. Aber er hat in seiner Karriere immer mal so die Kinderkrankheit gehabt, dass er, er hatte den Hang dazu, immer mal so wieder in seine Teenie-Schauspielerei zurückzufallen, was so die Rollenauswahl anging. Er war für die Leute in erster Linie einfach nur, also für das Mainstream-Publikum war er ein Pretty Boy. Er war so ein bisschen wie ein etwas anspruchsvollerer Orlando Bloom zu dem Zeitpunkt. So, ne, einer, wo die Mädels ein Poster von ihm an der Wand haben und ach, der ist ja so süß, aber hier und da, trotz der ernsthaften Schauspielerei, hat sich das keiner vorstellen können, etwas zu, dass er so etwas spielen könnte, was so drüber ist. Und so komplett weg von allem, was er vorher gemacht hatte. Ich weiß noch, ich war damals, weil ich hab halt damals Brokeback Mountain gesehen und Candy, ein sehr unterschätztes Drogendrama, was ich hier jedem wirklich empfehlen möchte. Oh ja, oh, der ist echt verstört, der ist echt richtig, der ist mit Abby Cornish und Geoffrey Rush auch da. Richtig. Das ist so ein ganz kleiner australischer Film, wenn ihr, ihr da draußen, den ich kenne, schaut ihn euch gerne mal an, aber wirklich nur, wenn ihr da in der Stimmung seid, weil das ist echt so ein Film, nach dem springst du aus dem Fenster. Eben, der ist fantastisch. Von daher, zu dem Zeitpunkt, als er gecastet wurde, habe ich Heath Ledger als Schauspieler schon respektiert, weil ich eben schon so viel von ihm gesehen hatte, dementsprechend auch schwergewichtige Stoffe. Deswegen war ich so, ja, mal schauen, was er bringt. Also ich gehörte jetzt nicht zu den Leuten, die Gift und Galle gespuckt haben, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, was Heath Ledger konnte. Aber ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, was er macht. Ich meine, Nolan weiß ja wohl, was er tut und was für Leute er besetzt. Und dann kam halt dieser erste Trailer und ich denke, da schon alle Zweifel waren weg. Da war ganz klar, das wird etwas Außergewöhnliches. Und Werner, bei dir war es so ähnlich? Nee, also ich habe mich damals noch nicht von diesem ganzen Internet-Hate leiten lassen, zumal ich damals eben auch noch nicht so den Draht zu Heath Ledger hatte, muss ich zugeben. Also wie gesagt, meine Filmleidenschaft, die ist da erst so gestartet und dementsprechend bin ich persönlich da ziemlich voreingenommen oder was heißt ziemlich komplett unvoreingenommen rangegangen. Und ja, dementsprechend gab es für mich da eben nur dieses Wow, als ich es gesehen habe, ohne jegliche Vorgedanken. Ja, ich bin ja damals eben durch die Medienberichterstattung überhaupt erst da so rangezogen worden. Und das will ich ja auch mal klarstellen, weil das immer auch wieder verdreht wird. Heath Ledger hat keinen Suizid begangen. Nein. Der hat auch aufgrund der Dreharbeiten von The Dark Knight und auch aufgrund von persönlichem Stress hat er starke Schlafprobleme gehabt. Also allem voran halt wegen dieser langen Nachtdrehs mit Christopher Nolan. Und deswegen hat er verschreibungspflichtige Schlafmittel eingenommen und der hat sich dann, ich glaube, das war auch dann wirklich eher, also es wird gemutmaßt, dass es wirklich ein Unfall war. Der hat sich einfach einen Cocktail aus Schlafmitteln genommen und dadurch dann eine Überdosis gehabt und ist daran gestorben. Ja. Und es war auf keinen Fall ein Selbstmord oder der Joker hat ihn in den Wahnsinn getrieben oder irgendwie sowas. Also es gibt ja, er hat seinen Vater Kim Ledger ja auch mal gezeigt, es gibt ja tatsächlich dieses Joker-Tagebuch, was er geführt hat. Da steht dann irgendwie drin, also die ganzen Inspirationen, die er eben genommen hat, sind da drin. Also weiß ich nicht, hier Alex DeLarge aus Clockwork Orange war eine Inspiration. Sid Vicious, der Künstler, dann noch verschiedene andere Figuren stecken da drin. Also es ist ja wirklich so eine Punkrock-Version fast schon. Aber dann steht am Ende auch wirklich, ja, das war's jetzt. Er hat damit abgeschlossen und gut ist. Ja. Also weil das halt wirklich immer wieder erzählt wird und natürlich auch so diesen James-Steen-Mythos, den es ja mittlerweile wirklich um ihn gibt, dann irgendwie auch nochmal schön befeuert. Ja, aber es ist, es ist wahnsinnig tragisch. Ich meine, der Mann ist mit 27 gestorben und vor allem, er hat den fertigen Film auch niemals zu Gesicht bekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Oder auch die Reaktion da drauf. Ja. Ja. Also es ist ja so oder so unglaublich tragisch, aber wenn man dann halt eben noch die ganzen Rahmenfaktoren mit einbezieht, die du ja gerade alle aufgezählt hast, das macht das Ganze nur noch schlimmer, noch trauriger, muss man wirklich sagen. Und ja, also mir fehlen da auch ein bisschen so die richtigen Worte, wenn es um dieses Thema geht. Ja, es ist auch nicht einfach, aber ich meine, man muss halt immer überlegen, ja, wo hätte das alles hingeführt? Ich meine, er wäre bestimmt einer der typischen, wenn er noch am Leben wäre, wäre er bestimmt einer der typischen Nolan-Favorites und wäre immer mal wieder bei ihm aufgetaucht. Hätte bestimmt auch eine Rolle in Oppenheimer gehabt, wie jeder andere. Er hätte wahrscheinlich, das Gerücht hält sich ja auch, dass er eigentlich die Rolle von Joseph Gordon-Levitt in Inception gespielt hätte. Weil die sehen sich ja schon recht ähnlich und lustigerweise war Joseph Gordon-Levitt ja auch in zehn Dinge, die ich an der hasse, ne? Ja. Aber ich glaube, wir kommen jetzt ja auch ein bisschen vom Thema ab, weil es soll ja nicht nur um Heath Ledger gehen, sondern eben auch um The Dark Knight und auch die Eröffnungssequenz, die ja eine riesen Hommage an Heath ist. Und Christopher hat es ja schon gesagt, also Batman Begins war schon auf einem tollen Niveau, aber schon im Prolog, der ja auch schon irgendwie in IMAX, glaube ich, ein halbes Jahr vorher, also kurz, kurz vor Heath Ledgers Tod oder kurz danach, weiß ich nicht genau, wurde das ja schon vorab in Kinos gezeigt, ne? Bei The Dark Knight Rises dann ja auch nochmal eben diese IMAX-Sequenz und wow, das ist, also diese ganze Bankraubsequenz ist schlichtweg der Wahnsinn. Ob es handwerklich ist, ob es musikalisch ist oder eben einfach, wie das alles arrangiert ist, wie der Joker eigentlich relativ unscheinbar agiert eigentlich in dem Ganzen und trotzdem überall die Fäden zieht. Auch wieder das Thema von wegen kein Humor. Ich meine, der Film legt, was die Tonalität betrifft, da am Anfang so einen Hammer vor, dass nicht nur, dass diese Bankraubsequenz unglaublich intensiv ist, sie passt auch total mit diesem kranken verdrehten Humor des Jokers zusammen. Das wirklich Stück für Stück knallt sich diese Gang gegenseitig ab und jeder glaubt, er ist klüger als der andere und am Ende stellt sich heraus, die sind alle auf den Trick des Jokers reingefallen und er ist der Letzte, der lacht und fährt mit dem ganzen Geld weg. Das passt so perfekt zur Figur und einfach auch so, es ist witzig, aber wie gesagt, wie Werner es ja schon gesagt hat über den Humor der ganzen Trilogie, es zerstört nicht die Ernsthaftigkeit und die Düsternis, weil das ist eigentlich ziemlich abgefuckt, was hier passiert. Ja, durchweg. Das ist ziemlich krank. Durchweg. Ich meine, als Krönung des Ganzen hat er dann ja noch hier, William Fitschner hat da doch, glaube ich, auch einen Auftritt, weil er eben, doch, der ist auch aus Heat, glaube ich, oder? Ja, der war in Heat. Genau. Der ist ja der Direktor der Bank. Das Ganze ist ja eine riesen Hommage, das sieht man ja schon am Look des Films irgendwie auch, der schon ein bisschen anders ist als Batman Begins. Diese ganze Sequenz und halt die Musik von Hans Zimmer, dieses Geräusch und dann diese Punkrock-Einlagen auch in der Musik. Also man merkt, Hans Zimmer hat sich auch wahnsinnig inspirieren lassen von Heath Ledger. Und also ich meine, der hat dann wirklich, auf dem Score sind so abgefahrene Sachen. Ich meine, da sind Stellen, da ziehen die teilweise, also ich habe das auch im Making-of gesehen, die ziehen da teilweise Rasierklingen über Klavierseiten. Also. Ja. Oder lassen irgendwelche Gitarren wie ein startendes Flugzeug klingen oder was total abgefahrener Scheiß, wirklich. Ja, der hält diesen Ton ja auch während der gesamten Sequenz. Aber dazu eben auch noch ein Wort, so hieß Ledgers Vorbereitung oder Herangehensweise an die Rolle. Da siehst du auch, wie toll der war. Der hat, ich habe dann auch gehört, solche Dinge, also auf sowas würde ich niemals kommen an meine Herangehensweise an die Rolle, selbst wenn ich Schauspieler wäre. Ja. Das The Dark Knight wurde ja größtenteils in Chicago gedreht. Ja. Und weil Heath Ledger dann diesbezüglich sich auch inspirieren ließ von der Crime-Szene, weil die Mafia ist ja in Chicago schon immer sehr präsent gewesen. Es gibt viele Gangster-Filme, die spielen da und so weiter und so fort, spricht ja, wenn du dir den im amerikanischen Original ansiehst, sein Joker teilweise mit einem richtig dicken Chicagoer Akzent. Ja, das fiel mir auch auf. Ich meine, mir fiel es nicht auf, weil ich habe keine Ahnung, wie ein Chicagoer Akzent klingt. Da muss ich mir öfters Filme, die in Chicago spielen, auf Englisch angucken. Aber so die Tonalität, die der Joker da anschlägt, ist so typisch Illinois, dieser Bundesstaat, typisch Chicago. Ja, es ist auch insofern bemerkenswert, weil Heath Ledger, hast du den mal halt in Brockback Mountain gehört. Ich meine, da spielt er ja in Cowboy, aber ja gut, da gar nicht mal so. Also da ist er auch schon schwer zu verstehen, aber dann hört ihr den mal vor allem in den australischen Filmen an, wie dieser Ned Kelly-Film, den er mal gemacht hat mit Naomi Watts. Auch der ist ziemlich vergessen, da spricht der dermaßen breiten Aussie-Akzent. Also hier halt australisches Englisch und kaum etwas ist schwerer zu verstehen als diese Art von Dialekt, wirklich. Und dann Kudos, dass er das so hingekriegt hat. Aber er hat ja noch viel mehr gemacht. Also er hat, es hält sich ja immer noch das Gerücht, dass das seine echten Haare sind und dass er die sich wochenlang nicht gewaschen hat. Das ganze Make-up hat er auch teilweise selber gemacht. Also der ist in eine Drogerie gefahren, hat die förmlich ausgeplündert und solche Sachen. Also das ist Wahnsinn, was der in diese Rolle reingelegt hat. Und das ist auch insofern einfach krass, weil er ist ja, also auch wenn der Film krass mit ihm beworben wurde und es ist natürlich, es ist der Joker, es ist der ultimative Batman-Bösewicht, vielleicht der größte Comic-Bösewicht ever, auf jeden Fall der bekannteste. Er bleibt trotz allem eine Nebenrolle in diesem Film, ne? Ja, das zeigt ja auch, wie groß er daran ist, weil, addier mal seine Screentime insgesamt. Dann glaube ich, siehst du den im Film insgesamt, keine Ahnung, 25 Minuten lang. Also du siehst ihn gar nicht so oft, aber es kommt dir so vor. Weil jedes Mal, wenn du ihn siehst, beherrscht er halt eben die ganze Umgebung, die Szenerie. Man sieht halt eben viel mehr die Fäden, die er zieht, die sieht man durchgehend, aber ihn als Fädenzieher halt eben nur gelegentlich, so wie er das richtig sagt. Ja, er beherrscht halt wirklich den ganzen Film. Also da sind halt Szenen, da taucht er nicht auf, aber da weißt du ganz genau, dass das Momente sind, wo er seine Finger im Spiel hat, ne? Ja, das ist grandios einfach. Und also er hat ja auch nicht immer so wahnsinnig lange Szenen. Ja, natürlich, er hat die zentralen, grandiosen Momente dann auch mit Christian Bale in diesem Verhörraum. Aber so richtig den Film beherrschen könnte er eigentlich gar nicht von seiner Anzahl der Szenen her. Das hat schon eigentlich fast was von Anthony Hopkins in Das Schweigen der Lämmer. Ich meine, er hat zusammengerechnet eine Screentime von 17 Minuten. Und ich glaube, dass die bei Ledger jetzt auch nicht sehr viel größer wäre bei dem immerhin zweieinhalbstündigen Film, ne? Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber wir sollten jetzt, glaube ich, The Dark Knight auch nicht nur auf den Joker reduzieren, auch wenn das natürlich sehr einfach fällt. Äh, wir haben ja einfach wirklich die konsequente Weitererzählung von Batman Begins, ne? Also man merkt auch, dass da irgendwie eine gewisse Zeit zwischenliegt und dass Batman sich aber mittlerweile, ja, so in der Unterwelt etabliert hat. Und dass die auch sich teilweise, äh, nachts nicht mehr trauen rauszugehen. Und das ist es ja eben. Die Verzweiflung der Mafia und der Unterwelt, die führt ja dann dazu, dass der Joker auf den Plan tritt. Ne? Und da haben wir dann eben auch wieder dieses Motiv, was eigentlich auch schon Burton in seinem Batman hatte. Äh, ich bin dein Produkt und du bist mein Produkt irgendwie so ein bisschen, ne? Also dass Batman letzten Endes den Joker, ja, eigentlich selber heraufbeschworen hat, ne? Oder diese Art von Krimineller auf jeden Fall. Ja, weil was lustig ist hier, in, in, im Beginn war das doch nicht so, aber Alfred nimmt zunehmend auch hier nicht nur die Rolle des Comic Relief ein, sondern auch immer derjenige, der für, äh, die Exposition verantwortlich ist. Weil Alfred sagt es ihm ja auch, er spricht ihm ja auch immer ins Gewissen, wenn er ja meint, äh, also, dass die Mafia ist zu weit gegangen mit diesem Kerl. Sie sind zuerst, zuerst zu weit gegangen, Sir. Sie haben sie in eine ausweglose Lage gebracht und in ihrer Verzweiflung haben sie sich an einen Mann gewandt, den sie nicht verstehen. Ja. So muss das halt dann zwangsläufig kommen. Und das ist halt, hier wird dieses, dieses Ying-Yang-Ding zwischen Batman und dem Joker eben sehr einfach verdeutlicht, ohne dass man da zwangsläufig irgendeine persönliche Beziehung herstellen muss. Ich meine, ich habe es an Tim Burtons Batman schon immer gehasst, dass man die Origin-Story da verändert und es war nicht Joe Chill, der Bruce Waynes Eltern erschießt, sondern der Joker als junger Mann, weil man da irgendwie zwangsläufig so ein persönliches Verhältnis etablieren muss. Und hier hast du das, ohne dass die beiden durch irgendwelche traumatischen Ereignisse aneinander gekettet sind mental. Es ist einfach so, wie der Joker halt sagt, du machst mich erst vollkommen. So, in einer so wahnsinnigen Welt, wo jemand wie du existierst, da habe ich halt auch einen Grund zu existieren. Und das ist halt, dieses psychologische Duell zwischen den beiden, das ist wundervoll, weil diese, diese Verhörszene wurde ja schon häufig erwähnt, weil auch durch den Heat verweist. Aber ich mag das halt einfach da, was der Joker versucht, Batman die ganze Zeit klarzumachen, wir beide, wir sind irgendwo aus dem gleichen Holz geschnitzt oder wir sind irgendwo die Kehrseite der Medaille, die jeweils andere Seite der Medaille. Und Batman bleibt da die ganze Zeit stoisch und du bist, du tötest für Geld. So will sich darauf überhaupt nicht einlassen. Ja, aber das, das ist auch wirklich mit die zentrale Szene, ne, wo die beiden aufeinandertreffen und, äh, ja, da, da prallen eigentlich ideologische Welten aufeinander, ne. Und da merkt man auch eindeutig, also da ist, äh, Batman beginnt zwar auch ein Kind seiner Zeit, aber The Dark Knight ist ein noch viel größeres, weil The Dark Knight ist wirklich eigentlich Nolans Verarbeitung der Busch-Ära und in jedem Fall auch von, von 9-11, ne. Also, äh. Ein brennender Feuerwehrwagen, allein dieses Bild ist schon mit so viel Symbolismus aufgeladen. Dann, äh, natürlich das explodierende und zusammenkrachende Krankenhaus und, 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 dann, wenn Batman da steht nach der Explosion, bei der Rachel stirbt, wenn er da quasi steht, äh, vor diesen Trümmern, während du im Hintergrund die Feuerwehrleute siehst, die doch mit dem Löschen beschäftigt sind. Da steckt so viel Symbolismus drin in Bezug auf Terrorattacken, Terrorparanoia und, ja, kein Blockbuster zu der Zeit hat das so auf die Spitze getrieben. Vor allem eben auch im Hinblick besonders auch halt auf Paranoia, wenn man halt bedenkt, nach dem 11. September hat die Busch-Regierung ja, äh, die Bevölkerung auch förmlich mürbe gemacht mit Terrorwarnstufen, ne. Und das steckt durchaus auch hier drin, also, weiß ich nicht, dieses, äh, in The Dark Knight Rises ist das vielleicht sogar noch stärker, ne. Also, auch, dass man die Bürger irgendwie davor warnt, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen und sowas, ne. Und, äh, ja, die, die ganzen Anschläge des Jokers, das erinnert halt sowas von an 9-11, also, ja, der, ich muss sagen, also, der brennende Feuerwehrwagen, das ist eigentlich mit das stärkste Bild im ganzen Film, was das angeht. Aber eben auch das, das gesprengte Krankenhaus, die gesprengte Polizeistation, also, wie Nolan das auch ausspielt, dass, das zu erforschen, dieses, also, auch, dass, dass, äh, Bruce Wayne da nicht erst so wirklich Zugang zu findet, dass er halt so sagt so, ja, ach, Kriminelle sind nicht kompliziert und dann, äh, ja, der Joker ist einfach nur, der hat einfach nur Spaß am nihilistischen Terror und mehr ist da auch nicht, also, dieses, weiß ich nicht, äh, er, er will die Welt brennen sehen und da finde ich auch ganz stark diese Anekdote von Alfred, die er da irgendwie erzählt mit hier, äh, mit, mit, mit Edelstein und Stammesführern. Ja, ja, das fand ich auch extrem stark, diese Geschichte, die er da so erzählt hat. Das, das passt da wunderbar rein, ne, also, aber das, das ist auch das Schöne, das führen sie hier auch bei Michael Caine wunderbar fort. Er ist Comic Relief, ja, er ist aber auch eine moralische Instanz irgendwo auch, ne, schon im ersten Teil gewesen. Da ermahnt er ja auch, äh, Bruce Wayne an der Stelle, also, hier, wo, äh, nachdem er da irgendwie mit dem, mit dem, äh, Batmobile, der, aber weiß wie, durchgebrettert ist, dann sagt er ja auch, äh, von wegen, ja, sie sagt mir doch, es, es geht nicht um Nervenkitzel und, und sie, sie verlieren sich in dem Monster, was sie erschaffen haben, ne. Ja, und, äh, und, äh, da wird das hier eigentlich konsequent weitergeführt. Ja, das ist einfach grandios. Bei Batman hast du das nicht gehabt, bei Schumacher sowieso nicht, da waren die immer nur Stichwortgeber, hier, ne. Oh, wir haben, tut mir leid, stimmt, wir haben Gary Oppmann gar nicht erwähnt, richtig, ne, als Gordon. Ja, kurz, am Anfang, hab ich gesagt, dass er auch gut gegen den Strich besetzt war. Oh, der ist, stimmt, ja, aber der, der ist, der ist wirklich, also, äh. Ja, hier nimmt er sich wesentlich mehr Raum ein, als in Batman-Beginus, deswegen ist es passt, jetzt hier über ihn zu sprechen. Und seine, für mich, sein für mich stärksten Teil hat er sowieso erst in The Dark Knight Rises, muss ich zugeben, weil's da dann eben ein bisschen extremer wird, muss ich zugeben, von dem her, ja. Ja, der, der ist dann eine sehr zentrale Figur, der rückt eigentlich mit jedem weiteren Film, rückt der weiter, äh, in den Vordergrund, würde ich sagen. Und, äh, nee, also der ist, irgendwo, irgendwo hatte ich mal gelesen, der ist eigentlich die perfekte Mischung aus Streifen, Bulle und Sesselfurzer irgendwo in dieser Rolle. Und das, das trifft es für mich eigentlich perfekt, der ist, der ist wunderbar gegen den Strich besetzt. Und das Schöne ist, Gary Oldman ist ja normalerweise eigentlich, weiß ich nicht, wenn man den sich zum Beispiel als Dracula ansieht, oder in, in, äh, das fünfte Element, oder selbst als Sirius, Black and Harry Potter. Ja, der Profi, je kranker desto besser. Genau, genau. Eigentlich, eigentlich sieht der nie aus wie er selbst, außer hier. Oder, das ist eine der wenigen Rollen, Gary Oldman sieht wirklich so aus wie hier. Das ist, da ist nicht großartig was, was gemacht und in, in Batman Beginns hast du einfach auch schon, also das, das hat auch David Escoyer gesagt, glaube ich, im Making-of. Der trifft halt wirklich genau das, was, äh, Gordon in, in Batman Year One ist, ne? Also, ob es von den Zeichnungen ist oder auch von der ganzen, vom, vom ganzen Habitus her einfach, ne? Ja, und ich mag, ich mag auch einfach sehr das Verhältnis zwischen den beiden, hat mir hier immer besonders gefallen. Weil, in, in allen anderen Inkarnationen war das Verhältnis zwischen Batman und Gordon immer rein professionell. Gordon hat gesehen, der Typ ist eine Hilfe, darum werde ich da irgendwie die Hand drüber halten und ich sag ihm halt, ja, das und das ist passiert und fütter ihn mit Informationen und das war's immer. Der war irgendwie auch, wie gesagt, wie ein Stichwortgeber. Aber hier, das, das ist schon wirklich irgendwo eine Form von Freundschaft, die da auftritt. Und jedes Mal, wenn er auftaucht und Gordon nimmt ihn vor den anderen Polizisten in Schutz und Batman wendet sich immer an ihn, wenn er immer irgendwas wissen will. Und ist auch immer, und dann zum Ende, ja, sowieso wird's ja richtig persönlich zwischen den beiden, wenn er eben seinen Sohn rettet. Und, ähm, Gordon sagt es selber ja dann auch später, wenn sowas eintritt, würden sie sich wünschen, also in The Dark Knight Rises sagt er ja, wenn sie, sie werden sich wünschen, wenn sowas passiert, dass sie so einen Freund haben, wie ich ihn damals hatte. Und, äh, ich hab schon immer an dieser Trilogie gemocht, dass das Verhältnis zwischen Batman und Gordon ist, da sind zwei Idealisten, die zusammenfinden für die richtige Sache. Und das ist, das hast du irgendwo anders behauptet, diesbezüglich. Wir haben aber auch dann im Hinblick auf die Figuren, haben wir ja dann neu eingeführt H.W. Dent, der eigentlich schon im ersten Teil auftauchen sollte. Das war ja dann die Figur, die dann zu Katie Holmes' Boss wurde. Also der wurde ja dann eliminiert. Und, ähm, lustigerweise übrigens von, äh, dem, äh, Schauspieler, der der Hauptdarsteller in Following war. Oh, ja. Ähm, also Jeremy Theobald. Ja. Ähm, also Following, äh, für alle, die es nicht wissen, das ist der allererste Christopher Nolan-Film, ein ziemlicher Studentenfilm. Und eine, eine, äh, Blaupause praktisch schon für Memento. Wir haben Following und auch Memento besprochen, sehr gerne reinhören. Ähm, und, äh, jetzt gesellt sich eben H.W. Dent zu diesem, diesem Team und es wird ja praktisch jetzt so ein Dreigestirn, ne? Aus Gordon, Batman und H.W. Dent, die gemeinsam beschließen, jetzt wirklich gezielt gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen. Und am Ende ist Dent, ja, der, der, äh, der Einzige, der alles verloren hat, ne? Und das ist dann, äh, ich, ich muss sagen, ich finde, also, ich, ich, ich finde es schade, dass man Aaron Eckhart ehrlich gesagt heute nicht mehr sieht, weil der ist als Dent wirklich richtig stark. Muss ich echt sagen. Oder wie, wie, wie hat der damals auf euch gewirkt? Wer, 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 wie, wie, äh, fandest du den, die Figur? Wie du schon gesagt hast, der ist in der Rolle so richtig aufgegangen und, äh, hat gerade in den Momenten das präsentiert, was man von ihm verlangt hat. Also, in der ersten, ja, mehr als Hälfte, ne, so zwei Drittel des Films ist ja so dieser große Hoffnungsschimmer und spiegelt eben genau diese Glanzseite wieder, bis es dann halt eben, ja, ordentlich kracht, um es mal so zu sagen. Und dann halt eben diese andere Seite hervorkommt, welche dann aber auf natürliche Art und Weise, ja, ja, rüberkommt, ohne dass es irgendwie so ein harter Cut ist, dass es unnatürlich wirkt. Und sowohl von der Geschichte her, als auch eben vom Schauspiel von Aaron Eckert ist das Ganze, ja, einfach richtig gut zusammengelaufen und rundet eben dieses Dreiergespann so, oder eigentlich schon Vierergespann mit dem Joker, den ich da noch mit so reinwerfen würde. Weil die Chemie unter diesen Vier Hauptcharakteren, das ist ja in dem Sinne eigentlich schon ein bisschen einmalig, muss ich sagen. Also, es gibt ja viele, äh, tolle Hauptrollen, äh, ja, Paare oder was auch immer. Aber hier haben wir vier starke Charaktere, die so genial zusammenspielen, wie man es in meinen Augen sehr, sehr selten auf der Leinwand sieht. Ja, vor allem nicht in diesem Genre von Film, na, wobei ja, Comic-Verfilmung ist jetzt nicht unbedingt ein Genre. Wo ich allerdings, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte bei The Dark Knight, oder, äh, Christopher, da hattest du noch was? Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich auch den Werdegang von Aaron Eckert sehr komisch fand. Weil, wenn du dir das anguckst, ähm, er hat so ein, ein Karriere-Augtick in den 2000ern hingelegt, der dann in The Dark Knight mündete. Er war schon immer vorher hier und da in vernünftige Sachen zu sehen. In Aaron Brockovich von Steven Soderbergh, in The Missing, der wahrscheinlich am meisten unterschätzte Ron Howard-Film, toller Western, und so weiter. Dann Thank You for Smoking, seine erste große Hauptrolle. Das hat ihm die Tür geöffnet für The Dark Knight, ja. Absolut. Und dann kommt The Dark Knight und du denkst dir jetzt, von jetzt an heißt es Aaron Eckert Superstar. Und dann auch mal, nach The Dark Knight, Juh, Sturzflug. Ja. Was ist da schiefgelaufen? Wie kommt der dazu, sich einen Ruf zu erarbeiten und kriegt dann die Rolle in einem der größten Filme der 2000er und dann mündet seine Karriere in so einem Scheißdreck wie Olympus Has Fallen? Ich will wirklich wissen, was ist da schiefgelaufen? Ich kann es mir nicht erklären. Wahrscheinlich unter anderem auch I Frankenstein. Aber wo ich jetzt drauf hinaus wollte, was Werner gesagt hatte, dass Harvey Dent in der ersten Filmhälfte als der strahlende Held präsentiert wird. Das mag sein, aber du musst mal darauf achten, es ist von Anfang an irgendwas da unter der Oberfläche bei Dent. Ja. Da sind gewisse Äußerungen, da ist dieses Gespräch mit Gordon, wo er dann auch gesagt hat, dass der bei der internen Ermittlung gearbeitet hat und dass die ihn da schon Two-Face genannt haben. Das wird da schon angedeutet und ich meine, dem Film wird ja, wie du es jetzt auch gerade meintest, dem Film wird ja oft, also du hast es jetzt nicht gesagt, aber viele leiten das daraus ab, viele meinen, dass diese Wandlung von Dent zu schnell geht. Und das finde ich überhaupt nicht. Es wird immer wieder zwischen den Zeilen darauf verwiesen, dass der ein merkwürdiges Verständnis von Moral und Gerechtigkeit hat. Und das zieht sich durch die komplette erste Hälfte. Wie du ja gesagt hast, das wird ja schon angedeutet mit, ja, ich höre schon, in ihrer Abteilung nennt man mich anders. Und du siehst ja auch in der ersten Szene schon, wie er direkt mal einen die Knarre aus der Hand reißt und ihnen ordentlich eine reinhaut. Ja, ja. Also da werden schon auch andere Facetten gezeigt, die allerdings ein bisschen so in den Hintergrund geraten, aus gutem Grund. Und man will sie zeigen, aber nicht präsentieren. Und dadurch haben das vielleicht manche eben so aufgenommen, wie du es gesagt hast. Aber ja, ich habe das so verstanden, wie du es eben auch verstanden hast, dass da mehr im Hintergrund ist. Ich habe auch diesen Titel The Dark Knight immer, also man muss ja bedenken, ich war ja da damals noch nicht so drin, deshalb hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass Batman eben auch The Dark Knight genannt wird. Und deshalb dachte ich, dass der Titel vielleicht auch doppeldeutig ist im Hinblick darauf, dass er ja der Weiße Ritter genannt wird, also The White Knight. Und dass er sich dann aber auch im Verlauf des Films eigentlich mehr als, ja, er ist grauer und dann eigentlich dunkler oder schwarzer Ritter entpuppt. Das war so mein Gedanke dahinter. Das mag jetzt ein bisschen albern klingen, aber das war so meine Interpretation. Aber Christopher wollte noch was sagen. Nein, nur das, ich fand auch nie, dass das zu schnell geht mit Harvey Dent. Nein. Du hast diese Hauruck-Art von ihm. Ich meine, diese Szene im Gerichtssaal soll irgendwie so etablieren, was das für ein Badass ist, was ich immer ein bisschen albern fand. Das ist auch, das muss man sagen, das ist auch eine Anspielung auf die Comics. Ja. Weil in den Comics ist das ja so, das wird ja, glaube ich, sogar bei Joel Schumacher in Batman Forever referenziert, dass der vor Gericht irgendwie eine Säureattacke bekommen hat. Und dadurch ist ja sein Gesicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Und darauf spielt diese Szene an. Ja. Nur es ist halt ein bisschen vor Gericht, jemand will ihn erschießen, er entwaffnet ihn, schlägt ihn nieder, will weiter, sagt von weitermachen. Die Szene fand ich damals, ehrlich gesagt, fast sogar albern und ein bisschen unglaubwürdig, weil ich dachte mir so, ja, komm mit einer Knarre jetzt im Gerichtssaal. Aber ist mir mal bewusst geworden, ey, das ist so eine kaputte und korrupte Stadt. Das könnte möglich sein. Ja, irgendwo schon, irgendwo schon. Wie es Gordon zu Flash sagt in Batman Begins, in seiner so kaputten Stadt, wen will man da noch verpfeifen? Ja, ja. Und ja, ich finde, du hast diese deutlichen Stellen am Anfang. Vor allen Dingen, dass vor allen Dingen, dass behauptet wird, das geht so schnell. Eine Szene sollte das doch überdeutlich machen, aus welchem Holz Gordon, aus welchem Holz Harvey Dent geschnitzt ist. Und vor allen Dingen, wenn es wirklich Probleme gibt, wie sehr er dann aus der Haut fahren kann und wie sehr er dann auch alles über den Haufen wirft an Gerechtigkeit, an Regeln und Gesetzen. Nämlich bei der Trauerfeier für Commissioner Loeb, wenn er dann angeblich oder zuerst, so wie es vorkommt, Gordon erschossen wird. Und dann Harvey Dent schnappt sich ja dann diesen Typen in der Polizeiuniform, der ja für den Joker arbeitet. Und hat ihn dann da in dieser Seitenstraße am Boden und hält ihm die Waffe an den Kopf und will Informationen haben und droht ihm. Und da müsste doch eigentlich schon jeder begriffen haben. Also mit dem Mann ist auch nicht alles gesund oben im Oberstübchen. Da sind massive Probleme. Der Typ, den er da aufgreift, der wird ja gespielt von David Desmalkian, der ja jetzt auch zuletzt nochmal in Oppenheimer war und den man auch in Dune gesehen hat beispielsweise. Polka Dot Man aus Suicide Sports. Genau, genau. Oh ja, genau. Und der spielt ja hier diesen Thomas Schilf und der hat ja irgendwie Schizophrenie oder was. Und was, boah, was der mit dem macht, ey. Ich meine, der spielt russisch Roulette mit dem förmlich. Und weiß ich nicht, dann auch schon, auch hier, dieses Motiv der Münze, das zieht sich auch durch den ganzen Film. Und du siehst an einer Stelle ganz genau, dass das eigentlich totaler Betrug ist. Und schon in der Szene, wo er eingeführt wird, will er alles Mögliche mit einer Münze entscheiden. Und sagt dann irgendwie, naja, also diese Münze hier, das ist der Glückstaler meines Großvaters. Er hat mir unsere erste Verabredung beschert. Dann denke ich mir so, weil mit dieser Münze ist er ja eigentlich immer auf der sicheren Seite. Er sagt ja immer, ja, Kopf oder Zahl. Aber es ist ja zweimal Kopf. Also ist er eigentlich immer, der gaukelt sich im Grunde genommen eigentlich vor, dass der den Leuten eine Wahl lässt. Und in Wahrheit entscheidet alles eigentlich immer zu seinen Gunsten. Und das ist ja eigentlich, was die Two-Face-Figur ausmacht. Und dessen fragwürdiges moralisches Verständnis. Weil für den ist ja dann, als er sich eben gewandelt hat, für den ist ja der Zufall die einzig moralische Größe in der Welt. Ja, weil zum ersten Mal wohl sein Münztrick da einfach nicht funktioniert hat. Und deswegen hat ihn das zutiefst erschüttert. Weil unter der Oberfläche ist er ja dieser Kontrollfanatiker. Und das stimmt. Es zeigt deutlich eben, dass er nicht mit fairen Karten spielt. Ich meine, wenn diesbezüglich Anton Chigur aus No Country for Old Man fairer bist als du, dann hat das schon was auszusagen. Also für mich zieht es sich durch, dass Dent moralisch irgendwie schwierig ist. Also da ist auch diese Szene, wo sie da sitzen, irgendwie am Tisch oder was. Also wo er und Bruce Wayne sich da kennenlernen. Und dann äußert er ja auch diesen Satz, der eigentlich seinen ganzen Charakter zusammenfasst. Auch ein grandioses Zitat. Dieses, man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Das fasst eigentlich seine ganze Figur zusammen. Ist ja da auch foreshadowing. Aber an solchen Äußerungen und dann auch so dem ganzen Drumherum, auch diesem Misstrauen gegenüber Gordons Einheit, da merkt man sofort, so eine blütenweiße Weste hat der nicht. Nein, vor allen Dingen auch diese Szene in dem Restaurant ist halt auch klasse, dass da deutlich wird, dass jemand wie Harvey Dent, der vom Volk gewählte Staatsanwalt, der müsste ja eigentlich Recht und Ordnung verkörpern wie kein anderer und müsste alle Paragrafen rauf und runter rattern. Aber dass der sich in dieser Unterhaltung dann Batman gegenüber so freundlich gesinnt und sagt, wir sind stolz darauf, dass ein Bürger von Gotham sich dazu entscheidet, was Gutes zu tun und dass der überhaupt so diese einladende Haltung hat gegenüber jemandem, der Selbstjustiz verübt. Auch das sagt doch schon alles. Hast du das denn so von Anfang an so empfunden, Werner, oder erst so mit den Jahren? Weil es ist ja wirklich sehr verbreitet, dass gesagt wird, das wäre so out of character schon, dass der dann diesen krassen Wechsel vollzieht. Also ich finde, man merkt schon während des ganzen Films, dass er halt eben noch diese andere Seite hat. Er ist nicht nur Bürokrat, er redet nicht einfach nur sein Zeug, sondern da steckt ordentlich Wucht hinter seiner Arbeit, egal ob das jetzt verbal oder nonverbal ist. Und ich finde, es zeigt sich den ganzen Film über, wie ihr ja gesagt habt, dieser Typ redet nicht einfach nur, der tut so oder so. Und man hat es, man hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr blenden lassen, weil er nie so diesen letzten Schritt, weil nie dieser letzte Schritt gezeigt wurde bei dem, was er tut. Und dadurch haben vielleicht manche Zuschauer nicht so richtig verstanden, was für Folgen seine Taten eigentlich haben. Ja, guter Gedanke. Es ist also die zentrale Szene ist dahingehend wirklich, wo er diesen Thomas Schilf da foltert. Und also man darf nicht vergessen, Batman setzt ja von Anfang an im Film seine komplette Karte auf Harvey. Also sein ganzes Kartendeck, weil es ist ja so, er sucht ja eigentlich jemanden, der seine Aufgabe übernimmt. Und das versteht ja Harvey Dent auch irgendwie. Und das beeindruckt ja Bruce Wayne dann auch. Und dann macht er ja diese Spendengala. Er setzt alles auf Harvey Dent und dann erwischt er den mit diesem Gefangenen. Ich glaube, dass das einer der schlimmsten Momente im Leben von Bruce Wayne war und dass er das förmlich aus seinem Gedächtnis löschen wollte. Weil der muss da wirklich erkannt haben, ich habe hier komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Und wenn das hier rauskommt, er sagt es ja auch, hätte das hier jemand gesehen, wären alle wieder frei und Jim Gordon wäre umsonst gestorben. Ja. Also ich muss sagen, es ist einer der finstersten Momente in diesem ganzen Film. Und da kommt auch eben das durch, was dann bei Harvey Dent an der Tagesordnung ist, dann ganz zum Schluss, als er da wirklich Gordons Sohn töten will. Ja. Und auch erstens bezüglich seiner Grauschattierungen, was seine Moral betrifft, aber auch den Verlust, den er nicht überwinden kann. Ich meine, er hat vor, auf der Spendengala Rachel einen Heiratsantrag zu machen. Also er meint es todernst mit dieser Frau. Und dass, wenn schon bei seiner eher schäbigen Moral dann auch noch diese Person genommen wird, die ihm deutlich am wichtigsten ist, dann ist das schon glaubwürdig, dass das der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt später. Ja, definitiv. Aber da können wir dann vielleicht auch mal kurz auf Maggie Gyllenhaal kommen. Ja. Ach Mann. Ich muss sagen, ich habe nichts gegen die Frau und ich finde sie auch hier nicht schlecht, aber die hat leider echt eine undankbare Rolle abbekommen. Ja, ne, weißt du, ich habe am Anfang so sehr Katie Holmes gedisst und dann guckst du dir an, was Rachel Dawson im Film zu tun hat und du kannst nur nüchtern sagen, das hätte Katie Holmes auch geschafft. Da hätte man einfach wieder zurückbringen können. Ja, ja, das ist halt das Ding. Ich finde dieses Liebesdreieck auch irgendwie ein bisschen erzwungen, weil klar, du hast dieses Versprechen aus Batman Begins und die große Stärke haben wir ja schon erwähnt. Und alles aus Batman Begins wird hier konsequent weitergeführt, aber dass er immer noch nicht von Rachel ablassen kann, wenn sie schon in einer neuen Beziehung steckt. Und quasi immer noch so meint, ja, aber du hast gesagt, es besteht die Möglichkeit und wenn Harvey Dent dann hier für Ordnung sorgt, ohne eine Maske zu tragen. Ja, und Harvey Dent ist der Freund von ihr. Also du musst da irgendwann mal vernünftig werden. Das ist der Punkt so. Rachel ist ja halt, als Figur ist sie dafür da, um bestimmte Aktionen zu motivieren. Bruce Waynes handeln, Harvey Dents handeln. Und ihr Opfer sorgt dann dafür auch, dass diese Figuren neu ausgerichtet werden. Aber ja, ich finde diesen Konflikt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das Love Interest hier ist eigentlich nicht mehr weiter wichtig, aber es wird halt übernommen, weil es in Batman Begins da war und weil es eben der Katalysator ist hier für Spannungen zwischen diesen drei Figuren. Aber ja, ich fand das immer schon so ein bisschen, Bruce Wayne, ich weiß, du kennst sie seit deiner Kindheit, aber trotzdem, falls es dir noch gar nicht aufgefallen ist, du kannst eigentlich jeder haben. Ja, 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 gut, er will halt sie, aber das, ja, also ich kann da Kritik durchaus nachvollziehen und da greift dann vielleicht auch die, dass man Nolan oft vorwirft, dass die Frauen halt ein Stück weit eigentlich nur als Katalysator dienen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass Rachel jetzt eine völlig, ja, völlig flache und platte Figur ist, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Nee, und vor allem hier, finde ich, nimmt sie ja eine größere und wichtigere Rolle ein als im ersten Teil, weil hier, ja, haben ihre Worte und Taten ja noch größere Folgen als im ersten Teil, wo sie halt eben gelegentlich mal ein paar, ja, Sätze von sich gegeben hat, um es mal so zu sagen. Aber hier ist dieser Katalysator, den ihr ja angesprochen habt, aber auf eine ganz große Art und Weise. Die Liebesgeschichte ist ziemlich oberflächlich, nicht sonderlich tiefgründig, aber erfüllt halt eben absolut ihren Zweck und tut dadurch halt eben auch die Geschichte, ja, vorantreiben, so überflüssig sie auch teilweise sein mag. Ja, das stimmt, sie erfüllt ihren Zweck. Ihr habt vorhin diese Schlussszene von Batman Begins erwähnt, wenn die beiden sich da unterhalten, sie sagt halt, ja, und das hier ist jetzt deine Maske. Und das ist ein wirklich starker Moment, das stimmt absolut, das ist auch gut von Katie Holmes gespielt. Und ich überlege gerade, ich finde eigentlich, dass Rachel in dem Film keinen Moment hat, wo sie wirklich scheinen kann, wo Maggie Gyllenhaal als Schauspielerin wirklich scheinen kann. Und das ist halt der Punkt, wo ich sagen muss, hier schneidet Rachel fast noch schlechter ab, als in Batman Begins. Ja, obwohl es eigentlich die bessere Schauspielerin ist, ne, Maggie Gyllenhaal ist eigentlich wirklich richtig gut. Aber mir fällt kein Moment ein, wo ich hier irgendwie sagen muss, ich meine, ihr wichtigster Moment im Film ist halt ein Film, der vom Joker dominiert wird. Das ist halt auch der Spendengala, wenn sie halt dazwischen gehen und der Joker, hallo, meine Schönen, erzählt ihr halt dann die neue Geschichte, woher die Narben kommen. Oh Gott, das ist auch einfach zu geil, ne, beim Joker, ja, ja. Ja, eben. Aber das ist halt wieder die Joker-Szene. Und deswegen, ich denke gerade, seit wir gerade sie erwähnt haben, versuche ich mir was einfallen zu lassen. Nein, es ist okay, okay, doch, jetzt fällt mir was ein. Ihre Sterbesszene, wenn sie da über Funk versucht, Harvey einigermaßen zu beruhigen und sich schon langsam damit abfindet, was passieren wird. Ja, ja. Das ist ganz gut, ja. Ja, mich hat, da muss ich auch sagen, das habe ich dem Film auch damals, also heute vielleicht nicht ganz so sehr mehr, aber das hat mich damals echt total von den Socken gehauen, dass hier wirklich das Love Interest getötet wird. Äh. Also. Ja, da habe ich auch nicht mit gerechnet damals. Also, das ist dermaßen unkonventionell gewesen. Ja, also, und das sorgt ja dann auch dafür, dass alles, was danach kommt, äh, noch spannender wirkt, weil man weiß, okay, äh, wir sind hier an dem Punkt, wo der Film, äh, ja, alle Register ziehen könnte, theoretisch und, ähm, durchaus mal eben eines der Schiffe hochgehen könnte und ein ganzer Haufen Menschen eben vor den Augen stirbt. Mhm. Also, da merkt man dann halt eben, nichts und niemand ist hier sicher. Ja, das ist ein richtig guter Punkt, weil das Drehbuch schlägt so viele Haken, du hast keine Ahnung, was als nächstes passiert ab einem gewissen Punkt, gar nicht. Allein schon, was wir ja schon erwähnt haben, äh, in vorherigen Gesprächen schon häufig, ein Plotpoint, den daraufhin andere Blockbuster immer wieder geklaut haben von The Dark Knight. Eben mit dem Joker, er lässt sich mit Absicht verhaften, um dann aus der Polizeistation heraus noch mehr Schaden anzurichten. Ja. Du hattest es mit Loki im ersten Avengers auf dem, auf dem, äh, Carrier, auf dem Flugzeug, mit natürlich Javier Bardem als Silver in Skyfall, mit, äh, Khan in Star Trek Into Darkness, so viele Blockbuster haben das danach nachgemacht und wir alle wissen, woher es kommt. Und das ist halt, dieses Skript ist so unglaublich gut. Also ich, von den Oscar-Nominierungen weiß ich gar nicht mehr, ob es da auch eine gab für bestadaptes Screenplay. Nein, leider nicht. Ja, hätte es verdient gehabt in dem Fall. Eigentlich schon, ja. Für diese Art von Film ist das so unkonventionell. Ab dem Mittelpunkt ist, alles, was dann passiert, schlägt so viele Haken, die du niemals kommen siehst. Und da trotzdem greift das alles ineinander und, ja, das Skript hätte einen Nominierufen gehabt. Wobei ich muss sagen, also viele Haken schlagen und, äh, der Film ist teilweise auch nicht vorhersehbar. Das, äh, das stimmt. Wobei mir jetzt auch bei der, äh, äh, erneuten, boah, keine Ahnung, wie oft ich den gesehen habe, ist auch egal. Bei der erneuten Sichtung ist mir einfach aufgefallen, der hat schon ein ziemlich straffes Pacing. Also es ist wirklich so, dass sie eigentlich von einer ausweglosen Situation oder von einer ungewissen Situation in die, in die nächste geraten. Dass es wirklich immer so ist, oh, da ist irgendwas passiert und, oh, da ist aber irgendeine Unregelmäßigkeit. Und die führt dann dahin und die dann dahin. Und das, also es folgt halt wirklich so aufeinander. Der Film, der ist fast irgendwo fast ein bisschen rastlos manchmal. Was jetzt nicht direkt ein negativer Punkt ist, aber es ist mir schon aufgefallen. Äh, aber es ist für mich so oder so, also es ist, das ist ein Schönheitsfleck. Also, ja, ich gebe dir da vollkommen recht, aber finde das als durchaus positiv komplett. Denn das ist eine der größeren, äh, was heißt größeren, das ist eine der wenigen Schwächen von Batman Begins, dass das Pacing da halt eben ein bisschen ruhiger ist, sag ich mal. Nicht schlecht, aber ein bisschen ruhiger, gerade im Verhältnis jetzt zu The Dark Knight. Und eben durch dieses großartige Pacing, also wie gesagt, mir hat es sehr gefallen, ist dieser Film eben so, ja, ähm, großartig, wie er ist. Weil hier wird keine Sekunde verschwendet. Hier ist eigentlich nichts wirklich überflüssig in dem Sinne, irgendeine Szene. Sondern es hat, ja, also ich sag's einfach mal, wie es ist. Für mich ist The Dark Knight eigentlich perfekt. Also, ja. Ja, für mich ist er, ja gut, das liegt vielleicht auch daran, für mich, für mich, äh, ich glaub nicht wirklich an Perfektion. Aber ich hab, also die wenigen Punkte, die ich am The Dark Knight habe, das sind Marginalitäten. Das ist, also, kann ich jetzt schon mal sagen, das ist womöglich, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, immer noch. Und, ja, das, also, das, das fiel mir halt auf. Es ist nicht so, dass der Film, der hat ja auch ruhige Sequenzen, ne, wo man da auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, tolle Szenen auch mit Alfred oder auch mit Rachel sogar, die, wo man auch wirklich drüber nachdenken kann, die, die auch schon, also insbesondere mit Alfred, das, das stößt ja manchmal fast schon was Philosophisches an. Und vielleicht liegt's halt auch daran, dass halt dieser ganze Film durchzogen ist von diesem Joker-Wahnsinn, ne? Also, der dominiert selbst Szenen, in denen er gar nicht auftaucht. Das ist auch so ein Punkt, den ich da sehe. Christian Bale ist toll in dem Film, aber er hat halt das Problem, was eigentlich alle Batman-Schauspieler haben. Sobald der Joker dabei ist, spielt Batman so ein bisschen die zweite Geige. Da kann der Film nix für, aber das, das zieht sich wirklich komplett durch. Ich meine, äh, äh, hier, ähm, von, von Tim Burton, der erste Batman. Ich meine, im Vorspann steht zuerst Jack Nicholson und dann Michael Keaton, ja? Und hier steht zwar Heath Ledger. Heath Ledger ist auch die Nebenfigur, aber er dominiert trotzdem den ganzen Film. Und das ist, das liegt in der Natur der Joker-Figur einfach. Vor allem in der Verhörszene merkst du das. Ich meine, da siehst du doch, Heath Ledger hat sein komplettes Gesicht frei und kann da, wer weiß was, eine Gesichtskirmes veranstalten. Und, und Christian Bale ist halt hinter dieser starren Maske und kann eigentlich nur mit den Augen und halt mit seiner Physis irgendwie was, was reißen da. Ja, wobei ich trotzdem, also klar, der Joker dominiert das Geschehen und diesbezüglich hat Christian Bale da das Los wie Batman-Darsteller vor ihm, dass das ein bisschen unnankbar ist. Aber die sind sich in der Szene durchaus ebenbürtig. Das, wie gesagt, diese, dieser Heath-Verweis mit Pacino und De Niro, das funktioniert hier ja auch. Aber was das Pacing betrifft, ja, der Film hastet von einem großen Setpiece zum nächsten. Nur, wenn man sich daran nicht stört, kommt da halt eine der großen Stärken zum Vorschein, die Nolan allen anderen Blockbuster-Regisseuren heutzutage ja eigentlich hat. Und die in The Dark Knight Rises ja dann nochmal stärker zum Vorschein kommt. Er kann eigentlich wie kaum ein anderer Regisseur heutzutage das Gefühl von Eskalation vermitteln. Wenn sich die Bedrohung größer anfühlen soll, dann fühlt sie sich größer an. Und er lässt sich auch wissen, wie es, ähm, wohin die Auswirkungen gehen von dieser Eskalation. Ich finde diesen Moment immer wieder so stark, wenn Joker dann Mike Engel, diesen Nachrichtensprecher, entführt hat. Und, und er zeigt dann da, ne, das von wegen, ihr solltet die Stadt verlassen, weil Brücken und Tunnel sind gefährlich und dies und das. Und er lässt dann da eben, äh, ja, bereitet dann da schon die, die, die Situation mit den beiden Fähren vor. Und du siehst, wie die, und einfach dieses Zusammenspiel aus den Bildern und der Musik. Du hast dann die Leute, die panisch aufbrechen. Du siehst, wie die Nationalgarde in Gotham City einfährt. Und du hörst Hans Zimmers Musik, die da so downbeat und deprimierend ist. Und dann geht das ja über in die Szene, wenn Lucius Fox den Raum betritt mit den Bildschirmen. Ja. Wo, wenn, wenn der dann das Sonar-Prinzip da angewendet hat. Und halt wirklich dieses Gefühl von wegen hier alles an Ordnung und Sicherheit ist weg. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Ich liebe es immer, wenn der Film diesen Punkt da hat. Ja, das, das ist schon, das ist verdammt krass einfach. Du, du musst bedenken, es ist, der Joker ist letzten Endes ein einziger Mann. Und die Nationalgarde rückt irgendwann an, ne. Also, das ist Wahnsinn. Aber das ist genau der Punkt, wieso ich The Dark Knight Rises nicht so schlecht finde, wie er vielerorts ja gerne mal gemacht wird. Weil gerade dieses Gefühl der Eskalation und das jetzt halt eben wirklich alles zusammenbricht und so etwas. Das ist in The Dark Knight Rises ja noch eine Nummer extremer. Und ist diese, ist für mich eben auch eine Stärke. Da werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich wollte jetzt schon mal, ja, drauf eingehen, weil später wird es noch ein wichtiger Faktor bei mir sein. Ja, da, 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 da glaube ich, weiß ich schon, was ungefähr kommt. Da bin ich auch absolut bei dir. Dass The Dark Knight Rises macht das nochmal einen Ticken heftiger. Aber ja, da sind wir noch nicht. Ja, das ist halt so dann von der Schreibe her ein bisschen schwierig. Aber da kommen wir noch zu. Was, was ich einfach, also was, was The Dark Knight für mich einfach aus, aus eigentlich sämtlichen Blockbustern heraushebt, ist einfach, wie der zum einen halt gekonnt 9-11 aufgreift auf der Meta-Ebene. Und wie er vor allem einen auch wirklich als Zuschauer moralisch herausfordert. Also ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe mit den zwei Fähren, ich war völlig geplättet, dass ich sowas in einem Comic-Blockbuster sehe. Und dann auch noch in einem Batman-Film. Also das, das hat mich, das hat mich damals völlig von den Socken gehauen. Und ich dachte mir so wirklich, wow, also wann, wann hat ein Blockbuster oder überhaupt mal irgendeine Comic-Verfilmung den Zuschauer so moralisch an die Grenzen getrieben? An die eigenen Grenzen? Ja, da siehst du auch, wie Nolan bereit ist auch so, dass, ich meine, okay, in Amerika war der Film PG-13, in Deutschland war er ab 16. Aber in Amerika hat man oft auch irgendwie gesagt, es ist zwar PG-13, aber es fühlt sich an, als wäre es R-Rated. Das haben damals viele Kritiker gesagt und das ist es auch. Ich meine ernsthaft, das ist nach wie vor ein Comic-Blockbuster. Und ich musste bei dieser Szene mit den beiden Fähren, vor allen Dingen auch durch diese Lautsprecher-Durchsage vom Joker, da musste ich auf einmal an Saw denken. Ja, aber sowas von, ja. Was für Assoziationen ruft das denn wach, wenn du auf einmal an so eine Horror-Reihe denken musst in so einem Film? Ja, wie der Joker das auch erklärt. Das musste ich aber auch schon ehrlich gesagt, als er irgendwie hier Batman die Adressen gibt und die vertauscht und die da an Ölfässer gebunden sind und sowas. Und dann mit diesem Timer auch, das erinnert auch schon an Saw. Ja, aber die Szene mit den beiden Fähren in erster Linie erinnert mich daran, wegen der Lautsprecher-Durchsage auch. Weil du kennst ja immer die Lautsprecher-Durchsage von Jigsaw. Ja, ja, sicher. Und wie er das dann auch dann vorträgt, auch in den Gedichtformen. Der Zünder auf eurem Boot springt auf das andere Schiff den Tod. Ja, ja. Wie der das erklärt alles. Und ihr solltet schnell entscheiden, denn die auf dem anderen Schiff sind vielleicht nicht ganz so edlen Gemüse. Ja, ja. Ach Gott, ey. Ich bekomme jetzt schon wieder Lust, sie zu gucken. Ja, weil die Dialoge halt eben richtig genial geschrieben sind. Ja. Und halt eben auch dementsprechend so rübergebracht werden. Also die Dialoge, muss ich zugeben, sind auch in The Dark Knight in der gesamten Trilogie die beste. Also, was hier an Worten rausgehauen wird, das ist ja so tiefgründig, so philosophisch. Da kannst du dich tagelang drüber unterhalten. Und wie du gesagt hast, wenn du nur ein, zwei Sätze hörst, willst du dir am liebsten wieder den ganzen Film anschauen. Also, ja. Ja, wie viele Zitate für die Ewigkeit hat der Film erschaffen. Unglaublich. Ja, und nicht nur vom Joker. Das ist das Schöne. Nicht nur vom Joker. Wie oft habe ich dieses eben, man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Ja, watch the world burn. Ja. Oder auch am Ende eben, er ist der Held, den die Stadt braucht, aber nicht der, den sie jetzt verdient. Wie oft habe ich das schon überall zitiert und parodiert gehört, ehrlich? Also, ich weiß noch so, ein paar Jahre, nachdem der Film raus war, oder eigentlich schon, eigentlich schon als The Dark Knight Rises kam, da hatte man schon das Gefühl, The Dark Knight ist rausgekommen und zwei Jahre später war der gefühlt ein moderner Klassiker. Ja. Also, und jetzt hat der wirklich, also, ein anderer Film, der höchstens so einen Stellenwert hat, ist, weiß ich nicht, Matt McHurie Road zum Beispiel. Das sind so Filme, die, die erscheinen und ein paar Jahre später haben die so einen, einen, einen Kultstatus und so eine Ikonografie erreicht. Also, da gibt es wirklich ganz, ganz wenige Filme, wie gesagt. So ab, äh, ab den 2000ern, würde ich sagen. Und das kann man statistisch auch mehr oder weniger belegen. Ich meine, guck dir eine Menge seriöse Bestenlisten an. Der Hollywood Reporter hat mal eine Liste veröffentlicht mit den Top 100 Filmen von Filmschaffenden. Man hat da in Hollywood so eine Umfrage gemacht unter Regisseuren, Schauspielern, Drehbuchautoren, Produzenten, etc. Und hat anhand all dieser Antworten so eine Liste mit den 100 besten Filmen aller Zeiten erstellt. The Dark Knight war da drin. Dann hat Steven Spielberg mal, äh, vor kurzem mit dem Interview, ich glaube, als The Fablemans rauskam letztes Jahr, hat Steven Spielberg mal, äh, ist in sich gegangen und hat für einen Artikel, glaube ich, für Variety seine Top 20 Lieblingsfilme erstellt. The Dark Knight war da drin. Also, ne, wie hoch der geschätzt wird, das kann man gar nicht oft genug betonen. Ja, ich meine, ich hab mir die ganze Zeit die IMDb offen und der ist seit, ich glaube, seit dem Erscheinen ist der auf 9,0 in der IMDb. Mit aktuell 2,8 Millionen Ratings, wobei, ja gut, man muss bedenken, das ist natürlich auch manchmal manipuliert. Also, zum Beispiel The Dark Knight Rises sitzt irgendwie auch auf 8,4 oder was. Da gibt's ja so dezidierte Aktionen. Also, die haben ja sogar mal versucht, The Dark Knight Rises über der Pate zu voten. Ja, gut, es gibt diese bescheuerten Fanboys. Aber einfach auch der popkulturelle Einfluss. Weißt du, ihr kennt ja bestimmt alle die Serie Community. Ähm, ja. Und da gibt es doch, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Inder in der Truppe heißt, aber da gibt es irgendwie eine Folge, da hat er sich, weil er ja auch sehr filmbegeistert ist, hat er sich das Dark Knight Boxset gekauft. Und dann hat er das irgendwie verlegt. Und die ganze Folge besteht darin, dass die die Uni absuchen, weil er unbedingt sein Dark Knight Boxset wiederhaben will. Und in der Episode gibt's die ganze Zeit Verweise und Zitate und er zieht sich dann auch ein Batman-Kostüm an, weil er es irgendwie als heroischen Akt sieht, sein Dark Knight Boxset wiederzufinden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie weit das einfach ging, was dieser Film für einen Einfluss hatte auf eben junge Männer Anfang 20 zu der Zeit. Das ist halt so ein Lieblingsfilm. Also es gab damals schon oft diese Vergleiche, die waren für einige zu hoch gegriffen, aber mittlerweile weiß man, wenn man sich ansieht, wie die Geschichte verlaufen ist, es ist nicht zu hoch gegriffen. The Dark Knight war der, das Imperium schlägt zurück des 21. Jahrhunderts. Das hast du jetzt richtig schön gesagt. Das, das war echt schön. Wobei, ähm, äh, ich weiß noch, bevor ich mein Zitat, glaube ich, von Kevin Smith damals, äh, von damals gelesen, als er rauskam, der meinte, The Dark Knight ist der, der Part 2 unter den Comic-Verfilmungen. Ja. Äh, das trifft's auch sehr gut, wie ich finde. Ja, mhm. Weil das ist halt wirklich, also der, der ist auch nicht einfach nur irgendwie ein Sequel. Also natürlich ist er eine gute Fortsetzung zu Batman Begins, führt auch sämtliche Motive oder, oder die meisten Motive wirklich grandios weiter, wie ich finde. Aber der hebt das Ganze nochmal auf ein komplett neues Level. Vor allem, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, ist mir echt mal aufgefallen. Für so einen Blockbuster ist der teilweise erstaunlich schmucklos und fast schon grobkörnig. Also diese, diese Verhörszene, man kann die nur immer wieder heranziehen, die ist ja, die ist, die ist nicht nur richtig unangenehm, sondern die ist wirklich total schmucklos. Die sieht nicht aus wie aus einem Blockbuster. Das hat was, was, was richtig Rohes schon einfach, von der Inszenierung her auch. Ja, da kommt auch stilistisch etwas mit rein, wenn wir über realistische Blockbuster reden, was ja die 2000er oder das Action-Kilo der 2000er auch stark dominiert hat, nämlich auch die Jason Bourne-Reihe. Ich finde, hier und da, was die Lux betrifft, das Grobkörnige, da ist das auch da. Vor allen Dingen, bei Jason Bourne hatte man auch den Mumm im Sequel, das Love-Interest sterben zu lassen und all sowas. Deswegen sehe ich die da auch ein bisschen artverwandt. Durchaus. Aber wo du die Verhörszene nochmal erwähnst, da wollte ich dann noch eine Sache sagen zum Joker und dann könnten wir, glaube ich, auch langsam zu The Dark Knight Rises kommen. Der Moment, den ich immer wieder heranziehe, wenn Leute darüber diskutieren, ob Heath Ledger der beste Joker ist oder ob Nicholson nicht doch besser ist, da kann ich immer nur eins sagen. Nicholson hat mich amüsiert, zum Lachen gebracht, aber zu keinem Zeitpunkt hat er mich irgendwie verstört. Das hat keinen Joker. Die waren immer irgendwie lustig, anarchisch, aber kein Joker hat mir jemals irgendwie Angst gemacht. Heath Ledger schafft das. Und es ist für mich ein kleiner Moment, der für mich der größte schauspielerische Moment ist für ihn hier, wo du einfach merkst, boah, ist das ein krankes Schwein. Ehrlich, ich will mit dem keine einzige Sekunde verbringen. Wenn Batman während der Verhörszene komplett ausrastet und dann ja dann den auch zu Boden schlägt und wissen will, wo sind sie. Und er schlägt ihn einmal. Oh ja. Und dann schlägt er ihn ja ein zweites Mal und der Joker geht zu Boden und das hysterische Lachen dann in dem Moment, wenn er wirklich weint, so ich hab hier alles unter Kontrolle und du kannst mir gar nichts. Er lacht sich da buchstäblich schon fast tot. Er hat den Spaß seines Lebens, während er da gerade die Fresse poliert bekommt. Und das ist wirklich, das geht unter die Haut. Vor allem der hält, der hält auch einfach nicht die Fresse. Der haut immer wieder drauf und der labert immer weiter. Ja. Und merkt halt genau, er sagt ja auch an einer Stelle so viel Kraft und du kannst nichts damit anfangen. Ja. Und ja, also ich meine, da ist ja dann auch hier dieser Polizist, der sich dann ja irgendwie dazu hinreißen lässt, ihm irgendwie an die Gurgel zu gehen und wie schnell der den dann auch am Schlawittchen hat. Also auch dieses von wegen, ja, wir wissen genau, dass du das eigentlich nur genießen würdest. Und deshalb muss ich mir Mühe geben, es noch mehr zu genießen als du. Was ich aber noch sagen wollte zum, weil du meintest, der fühlt sich halt an, als hätte der ein R-Rating. Da ist der Film auch einfach sehr raffiniert inszeniert. Ich sage nur, die berühmte Bleistift-Szene, die ist eigentlich ultra brutal. Ja. Aber Nolan inszeniert es einfach geschickt drumherum und du hast halt, also das in deinem Kopf, also so gesehen kriegst du, das ist eigentlich auch schon fast eine Art Inception. Weil du hast das Gefühl, dass du trotzdem gesehen hast, wie dieser Typ den Bleistift durch den Kopf gekriegt hat, dabei hast du es nicht wirklich gezeigt. Na? Und das ist, das ist raffiniert inszeniert einfach, das ist grandios, wirklich. Ja, ich meine, gut, er hat da auch einen relativ simplen Trick, sowohl bei der Bleistift-Szene als auch eben bei der Bankkaub-Szene, wenn alle Bankräuber erschossen werden. Er verzichtet auf Blut. Amerikanische Zensoren haben ein großes Problem mit Blut. Solange du Blut nicht fließen lässt, kommst du mit einer ganzen Menge durch. Aber ja, trotzdem, das einfach eiskalt durchzuziehen, dass da bei Warner keiner irgendwie komisch geguckt hat. Ja, und dann haut er den mit dem Kopf auf den Tisch und krampft ihm ein Bleistift durchs Auge. Aber wir zeigen nichts, wir zeigen nichts, das geht schon in Ordnung. Also, ich bin mir sicher, die Szene wurde vorher stark diskutiert. Weil du jetzt gerade noch von Inszenierung gesprochen hast, würde ich noch kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir jetzt gerade auch noch ein bisschen so vernachlässigt haben. Und zwar ist es nämlich das Thema Action, denn die ist hier in The Dark Knight auch überragend. Also, die Verfolgungsjagd mit dem Truck, die Prügeleien und so etwas, also was die Action angeht, hat man auch ordentlich zugelegt im Vergleich zu Batman Begins. Und das Ganze wird halt so richtig, richtig stark inszeniert. Mir hatte das so richtig gut gefallen, die Action hier in The Dark Knight. Muss man auch mal gesagt haben. Ja, das wollte ich auch tatsächlich noch ansprechen. Dankeschön, Werner. Also, da haben sie eben halt aus dem gelernt, was am ersten Tag kritisiert wurde, dass die Kamera zu nah dran ist. Und insbesondere bei dieser Exkursion in China ist das einfach nicht mehr der Fall. Wobei, da muss ich kurz sagen, mit China, also mit Hongkong, ich mag die Sequenz sehr, sehr gerne und die ist in IMAX der Hammer. Aber da muss ich sagen, so, also wenn du jetzt halt auch mal siehst, der Film ist von Legendary Pictures mitproduziert im Gegensatz zum Vorgänger. Ja, und ja, du merkst halt schon den Einfluss. Also, Legendary ist ja eine chinesische Firma. Da weißt du auch, wie das in diesem Film gelandet ist. Aber es stört mich nicht. Es ist grandios und es zeigt natürlich auch auf, dass Batman, wie der Joker es vorhersagt, keinen Zuständigkeitsbereich hat. Dass der wirklich nach China oder nach Hongkong geht einfach und diesen Lao zurückholt. Und ihn singen lässt. Und ihn singen lässt, genau. Und nee, also bei der Action kann ich mich auch anschließen. Wobei, gerade bei der Verfolgungsjagd, die mag ich auch zwar sehr, aber die wird ja immer sehr kritisiert für diesen einen Truck, der im Wasser landet. Und das ist auch das etwas seltsame Anschlussfehler da irgendwie, glaube ich. Ich kann es jetzt auch nicht spezifizieren, aber das wird oft auf den Tisch gebracht. Und ja, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Aber in weiten Teilen ist das grandios. Also auch hier auf dem Privat Building am Ende. Das ist Hammer. Wobei, ich muss zugeben, ich finde diese Sonarsicht, die er dann am Ende hat, vielleicht manchmal ein bisschen too much. Das hat fast schon was von einem Videospiel mitunter. Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Ja, aber dieses bösartige Perfide, das hat ja auch wirklich dann seinen Ruhepunkt eben in dieser Privat Building Sequenz. Ich meine, da packt Nolan schon eine garstige Bösartigkeit nach der anderen in dem Film aus. Du siehst so viel verächtendes Verhalten. Du siehst so viel Niedertraft und Unmoralisches. Und dann bei dieser Szene, das ist so ein kleines Detail, aber denk mal dann darüber nach, dann hat der Joker ernsthaft die Geiseln als Geiselnehmer verkleidet und den Waffen in die Hand gedrückt. Und die Geiselnehmer sind in Wahrheit die vor den Clowns und dann würden die SWAT-Leute eventuell die Geiseln erschießen und merken es noch nicht einmal. Ja, ja, natürlich. Das ist auch wieder so ein kleines Detail, aber das ist so abgefuckter Scheiß. Das sind halt richtig perfide, wobei für mich ist der geilste Witz im ganzen Film, auch eben in der Verfolgungsszene und dann mit der Bazooka, die ja ja für mich den Batmobile in den Arsch pumpt, könnte man sagen. Und da ist halt dieser Sattelschlepper und da steht, müssen wir darauf achten, als sie dann das eröffnen, da ist irgendwie so ein Riesenrad drauf oder so und da steht dann, Laugh is the best medicine, also Lachen ist die beste Medizin. Nein, der Name der Firma ist das, Slaughter is the best medicine, glaube ich. Ja, ja, genau, ja, das passt auch und er hat dann S davor gesetzt, also Slaughter, Schlachten. Slaughter is the best medicine. Ja, genau, das ist, ach, das ist, das ist mit der geilste Gag im Film. Also man muss sagen, was den Joker angeht, hat Nolan richtig bösen Humor ausgepackt in diesem Film. Ja, also immer so mini Details, da redet gar keiner drüber oft. Und auch dann die Szene in dem Krankenhaus, wenn er sich als Krankenschwester verkleidet und geht dann zu dem hin und hat dann, warum auch immer, in dem Krankenschwesterkostüm immer noch diesen I believe in Harvey Dent Sticker an der Pusse. Ja, aber das passt an der Stelle ja auch, weil, und da sind wir dann auch schon wieder, was wir eben zu Harvey Dent gesagt haben, der Joker erkennt irgendwo, dass Dent eigentlich, ja, dass der wahrscheinlich nicht das ist, was er vorgibt zu sein oder was die Öffentlichkeit von ihm denkt und er kommentiert das dann ja von wegen, er hat ihm eigentlich nur einen kleinen Schubser gegeben. Ja. Da passt das auch einfach sehr gut an der Stelle. Ich wollte noch einen Punkt kurz ansprechen, in Hinblick nochmal auf die Technik, Werner. Dieses riesige Sonada. Ich muss sagen, ich hab da mittlerweile jetzt einen anderen Blick drauf bekommen, weil ich weiß nicht, ob ich mit dir schon mal drüber gesprochen hatte, aber Jonathan Nolan hat ja eine Serie gemacht, nicht lange nach dem zweiten Batman-Film. Also hier Person of Interest hat er ja gemacht. Die ist ja von J.J. Abrams produziert. Und da hat man ja eine Maschine, die praktisch Verbrechen vorhersagt, indem alles überwacht wird. Also die zapft jede Überwachungskamera an, liest jede E-Mail, hört jedes Handy-Mikro ab, alles. Und da haben wir es eben, jedes Handy-Mikro. Ja. Und mir kann keiner erzählen, dass dieses Sonada am Ende von The Dark Knight, also diese riesige Konstruktion, vor der Morgan Freeman da steht und über die, die dann eben den Joker ausfindig machen, das ist ein Rohentwurf für diese Maschine, die wir in Person of Interest sehen. Da merkst du eben auch den Einfluss von Jonathan Nolan beim Skript. Das haben wir ja noch nicht erwähnt. David S. Goyer ist zwar an der Story, glaube ich, noch beteiligt gewesen, aber das Drehbuch haben Nolan und sein Bruder geschrieben, die ja davor auch zusammen The Prestige gemacht hatten. Haben wir auch einen Cast so gemacht, sehr, sehr gut. Also das, das fand ich toll. Und das ist dann, da merkt man dann auch wirklich so die, die, die Paranoia der Busch-Ära, ne? Beziehungsweise wie weit kann man eigentlich gehen im Namen der Sicherheit, ne? Und Batman hat dann ja auch für Lucius Fox da echt da eine Grenze überschritten, was das angeht, ne? Wo man das auch nicht außer Acht lässt. Ich meine, die Filme wurden oft dafür kritisiert, dass sie halt die Selbstjustiz von Batman irgendwie unter den Teppich kehren, dass sie sich weiter behandeln wollen oder das so glorifizieren, das finde ich gar nicht. Weil, ob eine reale Gesellschaft einen Batman braucht oder nicht, diese Frage lässt sich leicht beantworten. In einer Realität gibt es auch keinen Joker und keinen Bane, von daher nein, eine reale Welt braucht keinen Batman. Aber, dass die moralische Zwiespältigkeit oder eben auch die fragwürdigen Methoden von Batman hier völlig unter den Teppich gekehrt werden, finde ich gar nicht. Weil du hast ja eben diese Sequenz. Nein, überhaupt nicht. Und das wird ja hier gesagt. Und du hast ja, und du hast die ganze Zeit diese Diskussion. Geht der nicht irgendwo zu weit? Sollte er das nicht machen? Sollte er es der Polizei überlassen? Das wird, also das ist präsent durchgehend und sorgt ja auch für Konflikte. Er sagt ja auch dann an einer Stelle zu Rachel von wegen, ich habe gesehen, was ich werden müsste, um ihn aufzuhalten. Und dahingehend ist ja dann auch das Ende einfach sehr deprimierend, weil sie entscheiden sich ja am Ende, also das ist ja auch ein ganz starkes Nolan-Motiv im Film. Weil sie entscheiden sich ja am Ende eigentlich für die Lüge, weil die Lüge über Batman und über Harvey Dent und diese ganze Endsituation, ja, die ist eben das, was die Gesellschaft gerade annehmen muss. Beziehungsweise das entscheiden sie ja eigentlich einfach so über die Köpfe der Leute hinweg, ne? Ja, ich finde aber auch immer, klar, das macht den Film einfach auch komplexer von der Moral her, was ihn ja auch eben erwachsener wirken lässt. Aber ich mag halt auch immer diese Erklärung aus dem Off von Bruce Wayne diesbezüglich dann, wenn er halt dann sagt, manchmal ist die Wahrheit nicht gut genug. Manchmal verdienen die Leute mehr. Sie verdienen es, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Ja. Und die Rechtfertigung finde ich gut. Und an dieser Stelle, bevor wir hier einen Cut machen, möchte ich mal mit einem blöden, angeblichen Plothole aufräumen. Okay. Das regt mich so auf. Ich habe das schon so oft von Leuten gehört, dass Leute dann immer ernsthaft sagen, ja, dieser Plan, dass Batman die Verbrechen von Harvey Dent auf sich nimmt, ist doch idiotisch. Warum geben sie dafür nicht einfach dem Joker die Schuld? Äh, als ob der Joker nicht imstande wäre zu beweisen, dass er das und das nicht getan hat. Der Mann ist mehr oder weniger ein kriminelles Genie. Ja. Und er könnte ja wohl ohne Probleme sagen und beweisen und auch die ganzen Leute heranziehen, die für ihn gearbeitet haben, zu dem und dem Zeitpunkt war ich da und zu dem und dem Zeitpunkt habe ich das gemacht. Also ob der Joker, für den wäre das ja auch noch ein gefundenes Fressen, weil hier, oh, man will mir also Verbrechen anhängen, die ich gar nicht begangen habe. Das würde mir ja auch die Chance geben, dieses System noch weiter zum Einsturz zu bringen, wenn ich das dann ans Tageslicht bringe. Das tut er ja schon, indem er da hier sagt von wegen, ja, ja, ich habe ja die Ladung nicht gezündet, ne, durch die Rachel gestorben ist, da habe ich ja im Käfig gesessen, ne. Der nimmt das ja, der versucht ja, ich meine, das sagt ja Batman am Ende auch, der versucht ja eigentlich nur zu beweisen, dass im Grunde die ganze Welt so verrot ist wie er. Und es gibt da auch, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, das ist jetzt auch wirklich der letzte Punkt, Nolan hat ja mal gesagt, dass in seiner Vorstellung der Joker eventuell ein Kriegsheimkehrer aus dem Irakkrieg ist, der komplett den Verstand verloren hat. Und wenn du mal überlegst, was erwähnt er da in der Krankenhausszene gegenüber H.W. Dent, wenn ich morgen der Presse erzähle, dass ein Laster voller Soldaten in die Luft fliegt. Und auch so dieses Ganze, der hat ja schon durchaus, weiß ich nicht, chemische Kenntnisse, hat der militärische Kenntnisse, also das wird nicht von ungefähr kommen. Aber das ist ja das Schöne, dass der Film das offen lässt, auch mit diesen ganzen verschiedenen Versionen, wie er seine Narben bekommen hat, dass er damit durch trotzdem, also er erklärt sich zwar und er glaubt das zwar auch in dem Moment, was ja auch Teil seiner Störung irgendwo ist, seiner Krankhaftigkeit, sage ich mal. Aber er bleibt trotzdem irgendwie ein Mysterium und verschwindet dann am Ende eigentlich, er verschwindet ein bisschen plötzlich aus dem Film, aber ich glaube, so sehr viel anders wäre das jetzt im Hinblick auf den dritten Teil gar nicht gewesen. Nein. Und wenn du das Ausmaß deines Scheiterns erfasst hast, dann erfüllen wir Ras Al Ghuls Bestimmung. Wir zerstören Gotham. Und dann, wenn das vollbracht ist und Gotham Asche ist, dann hast du meine Erlaubnis zu sterben. Womit wir dann vielleicht jetzt auch die perfekte Überleitung haben zum dritten Teil, der da hieß The Dark Knight Rises. 2012 kam er in die Kinos und ja, der Hype was real zu der Zeit. Oder wie habt ihr das erlebt? Oh ja. Das Jahr 2012 hatte eine Menge große Releases. Du hattest Quentin Tarantinos, Django Unchained und du hattest in dem Sommer auch einige Sachen. Will Smiths großes Comeback mit Man in Black 3 und so weiter und so fort. Aber ja, die beiden, du hattest Skyfall, The Hunger Games, das Jahr war proppevoll mit erwartungsverheißenden Blockbustern. Aber die beiden Centerpieces ohne Frage waren natürlich zum ersten Mal die Avengers traten in Aktion und zwei Monate später dann The Dark Knight Rises. Und ja, unser Favorit dürfte klar sein, ich hab jeden, ja natürlich, ja. Es wirkte im Vergleich dazu echt wie eine Kinderfaschingsparty. Ja, das ist wirklich, also das, das hab ich auch in damaligen Kritiken gelesen. Also das, das war halt eigentlich derselbe Effekt wie 2008 mit Iron Man und The Dark Knight. Da hab ich auch irgendwie damals so ein, so ein, so ein Clip, glaub ich, gesehen von einem kleinen Jungen und irgendwie Downey Junior so im, ja halt so ein, irgendwie in so einer Comedy Show oder sowas. Und da fragt dann irgendwie Downey Junior, den Jungen, ob er Iron Man gesehen hat, dann so, ja, war ganz okay, aber Batman reißt dir im Sommer trotzdem mir den Arsch auf, von daher. Oh, ich erinnere mich daran. Das war ein Sketch bei den MTV Movie Awards. Genau, 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 ja. Ja, ich war einfach, ich weiß noch, als die Marketingmaschinerie anfing mit dem ersten Teaser, wo du dann wieder das Ra's al Ghul Voice Over hörst. Und, äh, die, die ersten Bilder, die auch veröffentlicht wurden, es wurde erstaunlich viel Material vor den Dreharbeiten veröffentlicht. Du hast die, die Szene gesehen, wo Bane die Rede im Stadion hält und du hast, äh, es wurde dann schon, sickert es schon eine ganze Menge durch. Zum Beispiel Liam Neeson ist am Set gesichtet worden, Cameo, Rückblende, wer weiß. Und, ja, ich hab jeden gottverdammten Schnipsel dazu aufgesammelt und eingeatmet, bis es dann endlich Juli war. Ja, also, wie du schon sagst, der Hype was real, aber genauso waren damals auch ein bisschen so die Enttäuschungen real, hab ich damals gefühlt. Weil die ganzen Kritiken, die dann eben so Stück für Stück eingetrudelt sind, die, ja, waren zwar solide bis gut, manche mochten ihn, aber so richtig überzeugt war gefühlt keiner der Kritiken. Und ich bin sehr gespannt von euch zu hören, wie ihr diesen Film aufgenommen habt. Ja, ich kann mich erinnern, dass damals auch, also das war, glaube ich, so der erste Peak, äh, was Rotten Tomatoes anging. Äh, ich bin eh nicht so der größte Freund der Seite, aber, äh, ich weiß noch, dass die damals, äh, eine Zeit lang irgendwie für eine Woche oder so Bewertungen bei dem Film deaktivieren mussten. Weil, äh, Kritiker, die den Film, also die den halt vorab gesehen hatten, äh, einer gab dem sieben von zehn und der bekam Morddrohungen, der oder diejenige, welcher. Und, boah, also das ist schon, und dann gab's ja noch diese dezidierten Aktionen, wo man dann irgendwie im Nachhinein The Dark Knight Rises über der Pate voten wollte bei, äh, IMDb und so weiter. Aber ja, die Erwartungen damals waren natürlich sehr, sehr hoch. Man dachte sich auch so, kann man das überhaupt noch toppen? Kann man den Verlust von Heath Ledger überhaupt kompensieren? Geht man mit Bane in eine völlig andere Richtung? Schafft man es da überhaupt noch mal den Bogen zu schlagen und dem Ganzen einen würdigen Abschuss zu verschaffen? Ich glaube auch, dass die Erwartungen, die waren an einem Punkt, die konnte man, glaube ich, gar nicht mehr erfüllen. Nee, also nicht auf diesem Maße. Nein, es lag vor allen Dingen nicht nur am direkten Vorgänger. Unglücklicherweise habe ich das Gefühl, hat Inception da auch mit einer Rolle gespielt. Denn es war nicht nur der Hype um diese Trilogie, der da seinen Höhepunkt fand. Es war auch der Zeitpunkt, wo Christopher Nolan für Cineasten und Neu-Cineasten, die noch relativ jung sind und das Kino gerade für sich entdecken und einfach auch für Nerds und für alle so aus der Ecke, der gerade zum neu erobenen Gott ernannt wurde. Zum stilastischen Messias wirklich, ja. Genau. Da war der Hype um diesen Mann, alle sind vor ihm auf die Knie gefallen. Er war ein Meister, der einfach nichts falsch machen konnte. Und dementsprechend sind die Leute auch in den Film gegangen, weil sie die nächste Offenbarung erwartet haben. Ja, also ich habe den Hype damals natürlich auch mitbekommen. Also da habe ich auch wirklich, ich habe schon krass auf den hingefiebert. Ich habe, weiß nicht, ich habe jeden Teaser mit tausendfach angesehen. Ich fand schon den Score, den Hans Zimmer vorab veröffentlicht hat, unglaublich toll mit diesem Deshi Basara-Core. Da muss man ja zu wissen, Hans Zimmer hat ja bei den ersten beiden Teilen tatsächlich mit James Newton Howard kollaboriert. Dazwischen war aber Inception, wo er nur alleine dran war und dann haben er und Nolan wohl ein bisschen, ja, die haben wohl, die haben ja auch danach eine jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit gehabt. Und bei Tenet ist er ja nur ausgestiegen aus Zeitgründen und wegen Dune. Und was ich aber damals schon so cool fand, dieser Bane-Chant, der landete ja schon im allerersten Teaser, glaube ich. Ich fand, das war perfekt für die Marketing-Kampagne auch, weil man da ja immer gefragt hat, was rufen die da die ganze Zeit? Ja, ja. Generell, das Marketing war hervorragend, um einfach Fragen aufzuwerfen und dich sofort zu catchen. Zum Beispiel, es ging nicht einfach nur darum, dass man halt plump-Action-Szenen oder sowas zeigt. Der erste Teaser zeigt, wie Gordon in dem Krankenhausbett liegt und da an der Beatmungsmaschine hängt und sagt, der Batman muss zurückkehren. Und so, oh, was ist mit Gordon passiert und nicht Gordon, weil wir wissen alle, er ist ein absoluter Fan-Favorite und du zeigst im ersten Teaser einen der Lieblingscharaktere in so einer verletzlichen Situation. Also das Marketing hat einen fantastischen Job gemacht. Ja, und Bane wurde auch nur so angedeutet am Anfang. Also man wusste natürlich, dass das Tom Hardy ist und es waren auch schon Bilder vom Set aufgetaucht. Anne Hathaway war ja auch bestätigt. Da war ja auch sehr viel Skepsis, ob sie die richtige für Selina Kyle ist. Ja, und dann war dieser Film halt auch noch angekündigt als bei Weiß-was-ein-Laufzeit-Brocken. Ich meine, die beiden anderen Filme waren ja schon nicht gerade kurz. Und der hier setzt dann dem ganzen Jahr die Krone auf. Der geht ja wirklich bald an die Drei-Stunden-Marke heran. Und ja, ich habe ihn ja damals in der Triple Feature Night gesehen. Also wirklich alle drei Filme hintereinander und ja, auf den dritten war man natürlich am meisten gespannt. Aber da war dann eben auch die größte Hürde, weil naja, man hatte eben halt vorher schon sechs Stunden Nolan Batman und dann kam der Neueste und das ist auch noch der längste. Und das ging dann wirklich tief bis in die Nacht hinein. Ihr habt den wahrscheinlich auch in der Startwoche gesehen, denke ich mal, ne? Ja, also bei den anderen Filmen, da musste ich natürlich warten, bis Mama und Papa einen ins Kino gebracht haben. Aber bei The Dark Knight Rises, da haben wir dann alle Register gezogen und gesagt, nein, nix mehr warten, jetzt, diese Woche. Ja, ich bin ja immer am Startwochenende am Start und dann war ich halt am ersten Samstag dort. Und ja, es waren noch solche Zeiten, da hat es ausgereicht, eine Stunde vorher da zu sein, ohne zu reservieren. Ich habe immer noch gute Plätze bekommen, keine Ahnung, wie das möglich war. Aber ja, ich war in einem dementsprechend großen Saal und dann war es endlich soweit. Und ich kam raus mit einem euphorischen Gefühl, einen tollen Abschluss einer tollen Trilogie zu sehen und war rundum zufrieden. Ich fand ihn natürlich nicht besser als The Dark Knight. Aber ich bin rundum zufrieden da rausgegangen und konnte das komische Echo nicht verstehen und habe das dann im ersten Moment unter Nolan Fatigue abgebucht. So, dass die Leute können es nicht mehr ertragen, dass der Mann so in den Himmel gelobt wird. Und allein nur, weil sie das nicht mehr hören können, bashen sie jetzt irgendwie den Film. Das war schon ziemlich arrogant, aber ich war damals eben auch ein Nolan Fanboy mit Scheuklappen. Und im Laufe der Jahre habe ich viele Kritikpunkte überdacht und gesagt, die sind schon valide. Aber es ist für mich trotzdem ein großartiger Abschluss einer großartigen Trilogie. Werner, du hattest ja schon angekündigt, dass du auch relativ auf Seiten des Films stehst. War das nach dem ersten Kinobesuch auch schon so oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Bei mir war das von Anfang an so, schon nach der Erstsichtung. Und über die Jahre hinweg hat sich dieser positive Eindruck bei mir gefestigt. Also ich bin mit The Dark Knight Rises sehr, sehr glücklich gewesen. Ich habe ja genau so, wie es Chris eben gesagt hat, auch ein sehr gutes Ende mit diesem Film gefunden. Und ja, meine Erwartungen wurden in dem Sinne nicht enttäuscht, weil der Film in Summe auf andere Art und Weise auch ein bisschen überzeugt hat, sagen wir mal. Also ein bisschen auf eine andere Art und Weise und nicht so die Dark Knight typisch, wie man es gewohnt war. Also er ist ein bisschen in eine andere Richtung gegangen und das hat meiner Meinung nach den Vergleich auch ein bisschen überflüssig gemacht. Weil auch wenn es The Dark Knight ist, so sind es doch verschiedene Geschichten, verschiedene Zeitepochen, die erzählt werden, verschiedene Charaktere. Und so konnte ich The Dark Knight Rises für sich genießen, für sich erleben, gleichzeitig aber auch als Abschluss genießen. Das ist ein schönes Stichwort, weil Nolan hat ja immer wieder betont, dass alle, also jeder der drei Filme eigentlich für sich steht und dass sie trotzdem eine zusammenhängende Geschichte erzählen. So habe ich das auch wahrgenommen. Ja, ich muss jetzt überlegen, wie ich aus dem Kino kam. Ich glaube, ich war ziemlich erschöpft, aber das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar. Nach neun bis zehn Stunden Fledermausmann. Ähm, und ja, ich mochte ihn. Dann habe ich so diesen, also ich meine, das war ja wirklich so einer der meistdiskutiertesten Filme damals. Ich habe mich durchaus auch in den Diskurs eingeschaltet. Ich habe dann auch so über gewisse Sachen länger nachgedacht. Und, äh, ja, also ich mochte ihn schon. Er war für mich so auf einer Stufe oder fast auf einer Stufe mit Batman Begins. Ähm, ich muss sagen, ich habe den Film auch nicht diesem Erfolgsdruck ausgesetzt, dass er jetzt The Dark Knight nochmal die Krone aufsetzen muss. Und eigentlich kann man es Nolan sogar anrechnen. Ja, obwohl, da ist dann auch so ein bisschen die Zwiespältigkeit, weil zum einen hat er das nicht versucht und zum anderen hat er es versucht. Weil wir hatten ja schon gesagt, das ist ja krass in, äh, The Dark Knight, dass wirklich wegen einem einzigen Mann wie dem Joker schon die Nationalgarde gerufen wird. Äh, weil man sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Und ja, dagegen wirkt das, das wirkt gegen das, was dann in The Dark Knight Rises abgeht, fast schon überschaubar. Ja, ne? Ähm, ja. Und, äh, Werner, du hattest ja auch schon drauf verwiesen, dass, ähm, der Film ist sehr groß und sehr lang und er hat auch ehrlich gesagt schon eine epische Erzählweise, die manchmal was schon Episodenhaftes hat. Was ich jetzt nicht, äh, zwingend irgendwie als negativ konnotieren würde. Ich kann jetzt aber noch was, äh, dahingehend was anderes ergänzen, denn, äh, ich hab ja in Vorbereitung auf den Podcast, hab ich ja den Film geguckt. Und, äh, da sich unser Aufnahmetermin ja aber nochmal verschoben habt, aber ihr werdet das gar nicht merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich nicht drauf hingewiesen wäre, werdet ihr nicht auf die Idee gekommen, ganz sicher. Das hat dazu geführt, dass ich diesen Film am Wochenende zweimal gesehen habe. Ja, der, der, der hat immer noch diesen Wieder- und Wieder-Ansehwert, den kann man ihm nicht absprechen. Nee, das, ja, das, das haben aber alle Nolan-Filme. Ja. Ähm, und, äh, also das, das kann ich eh mal sagen, das, äh, zeichnet für mich Christopher Nolan aus, äh, bei all seinen Werken eigentlich, deshalb bin ich gespannt, wie das bei Oppenheimer sein wird in der Rückschau. Ähm, ich kann mir die x-mal angucken und ich entdecke immer wieder neue Feinheiten und das hab ich auch dieses Mal getan, aber kurios ist wirklich, ich habe, ich habe halt den Vergleich, ich habe den Film zum einen halt hier bei mir zu Hause auf einem kleinen Fernseher oder nicht, nach heutigen Gegebenheiten ist es sogar ein kleiner Fernseher geguckt und dann habe ich ihn aber nochmal halt am Wochenende zusammen mit meinen Eltern gesehen auf einem großen 4K-Fernseher und natürlich auch in der, äh, schicken IMAX-Version, denn dieser Film hat ja, boah, hat der einen Batzen an IMAX-Szenen. Das ist der Wahnsinn, was die da gedreht haben und, äh, ich glaube, damit können wir dann jetzt auch echt ganz gut einsteigen, denn was wir am Anfang auf die Ohren und auf die Augen kriegen, ist ja wohl IMAX pur. Ja. Und ja, also als Einstieg war das absolut fantastisch und hat einfach nur Spaß gemacht und alles richtig gemacht für den Einstieg. Ja, ich sage gleich vorweg, ich will da nicht der Spielverderber sein, weil die Szene ist schon großartig, sie toppt nicht die Bankhauptsequenz. Die Bankhauptsequenz ist so fantastisch durchdacht, hat so viele kleine, tolle Momente und so viel rabenschwarzen Humor und hat einfach auch den, die perfekte, den perfekten Reveal für den Joker. Aber das ist schon wirklich so, wir brauchen eine, eine erweiterte, eine neue, epische Einführungssequenz für unseren Schurken hier. Ja, dann, ähm, machen wir ja was anderes dieses Mal. Dann kapert ein Flugzeug an ein anderes Flugzeug. In der Luft. In der Luft. In der Luft. Und dieser Mann ist auch so irrsinnig, das in der Luft zu drehen und das ist schon wirklich, wirklich stark. Vor allen Dingen auch, wie bei The Dark Knight, diese Szene zeigt dir sofort, wozu dieser Mann fähig ist, wozu er entschlossen ist, was er entschlossen ist zu tun. Und dass es irgendwie auch keine Situation gibt, die ihm entgleiten kann. Ich meine, er lässt sich dann auf dieses Flugzeug als Gefangener mitnehmen. Redet einfach nur am Anfang ein bisschen Trash-Talk zu diesem CIA-Typen. Der übrigens, äh, wenn ich das erwähnen darf, das ist auch ein, äh, äh, generell ist mir das jetzt schon mal aufgefallen, dieser Film wimmelt vor Cameos. Denn dieser, äh, CIA-Agent ist niemand Geringeres als Aidan Gillen aus Game of Thrones. Ja. Wenn, wenn ich mir Reaction-Videos zu dem Film ansehe, höre ich auch immer, wie Leute sagen, Littlefinger. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich weiß es ja. Ja. Und einfach dieses Bane spielt eigentlich nur mit ihm. Er wird das Flugzeug überfallen und das war alles Teil des Plans. Und, und was, was du dann auch schon Informationen bekommst, dass er halt da ja an diesen, an diesen Nuklearphysicist, an Dr. Pavel rankommen will. Und, und es ist ein perfekter Einstieg für einen Film, der sein Bestes tut, um am größten zu wirken von allen dreien. Und das ist, muss ich ja, das habe ich immer gesagt, das ist Nolens einfach, ich habe es schon zu The Dark Knight gesagt, Nolens Stärke für das Gefühl von Eskalation zu vermitteln. Und hier, eigentlich wie in keinem anderen Film, zeigt er dieses Talent am besten, finde ich. Weil du musst bedenken, das ist der dritte Teil einer Trilogie, du hattest schon zwei Teile vorher. Und im Prinzip hast du ja in allen drei Teilen die gleiche Bedrohung. Gotham City komplett ins Chaos stürzen und zerstören. Und trotzdem gelingt es ihm, dass sich diese Bedrohung in allen drei Teilen jedes Mal größer anfühlt als davor. Und auch anders, muss man sagen. Weil Bane ist ja jetzt nicht so dieser verrückte Typ wie der Joker, sondern der strahlt eine ganz andere Bedrohung aus und hat auch eine ganz andere Physik. Und das fand ich auch als großen Vorteil, dass man die dann eben so nicht miteinander vergleichen konnte. Und Bane ist aber nicht wie Joker und Joker war cooler, Joker war besser. Nein, Joker war anders. Und deswegen finde ich diese Vergleiche ja nicht unbedingt angebracht bis zum gewissen Punkt, okay. Aber nicht so tiefgründig, wie es manche getan haben. Ja, das ist immer das Problem, wenn man halt so Sachen vergleicht. Wobei dann am ehesten noch, was dann einfach so ein bisschen, also was ja für viele Leute auch so ein bisschen das Problem ist an Tom Hardys Performance. Ich kann schon mal sagen, ich finde seine Performance sehr gut. Du merkst auch daran, ich meine, sein ganzes Gesicht ist kaschiert. Und das hat ja Christopher Nolan auch mal gesagt, dass er diebische Freude daran hat, weil Tom Hardy ist ja doch ein relativer Frauenschwarm auch. Und er hat diebische Freude daran, sein Gesicht zu verbergen. Das hat er ja zum Beispiel auch in Dunkirk, hat er das ja auch gemacht. Er hatte ja die ganze Zeit diese Fliegermaske auf. Aber man sieht eben daran, was für ein guter Schauspieler Tom Hardy ist, dass er eben mit dem arbeiten kann, was ihm bleibt. Nämlich seine Augen und vor allem auch seine Stimme. Und seine Stimme ist der große Zankapfel bei der Figur. Es ist ja auch schon wirklich sehr oft parodiert worden. Und ich kann ja auch verstehen, wenn man das eventuell sogar unfreiwillig komisch findet. Das wurde ja auch damals, ich meine, das wurde anhand des IMAX-Prologs, also eben dieser ganzen Sequenz hier, wurde das ja damals kritisiert, dass man Bane ja nicht wirklich verstehen könnte. Und dann hat ja Nolan gekontert, ja, es ist eventuell gar nicht so wichtig zu verstehen, was er da sagt, also verbal. Und dann wirkte eben der Soundmix, den Nolan am Ende abgeliefert hat, fast schon wie so eine Trotzreaktion. Weil er hat es jetzt halt so überdeutlich gemacht, dass man ihn eigentlich gar nicht, also, ja gut, da muss man auch nochmal differenzieren, halt zwischen der deutschen Version und der englischen, ne? Wobei ich beide für sich gelungen finde. Wobei, ja gut, Tobias Kluckert trägt vielleicht auch ein bisschen dick auf im Deutschen. Aber das ist irgendwo auch Teil der Rolle. Also, hattet ihr denn da Probleme mit oder so gar nicht? Weil das war ja schon umstritten. Also, ich für meinen Teil hatte da absolut gar keine Probleme damit. Also, ich habe alles verstanden, was gesagt wurde. Und, ähm, selbst wenn das jetzt der Fall gewesen wäre, dass man eben das ein oder andere schlecht oder gar nicht verstanden hat, wie Nolan ja richtig gesagt hat, da kommt halt eben auch ein bisschen viel so durch das Schauspiel rüber, ne? Also, Gestik und so etwas. Also, von dem her war in meinen Augen eigentlich immer klar zu sehen, was Bane uns, egal ob verbal oder nonverbal, vermitteln will. Ja, ich hatte da keine Probleme mit, weil ich weniger auf diese Stimme geachtet habe, sondern auf das, was er sagt. Ja. Werner, du hattest schon häufiger hier die Dialoge in der Trilogie und deren Tiefkündigkeit gelobt. Und, kein Gott, ich finde, was Nolan hier in seiner Schreibe Bane in den Mund legt, das ist schon oft regelrecht poetisch. Also, es gibt so viele tolle Lines von Bane, die dir im Gedächtnis bleiben, immer und immer wieder. So eine liebliche, liebliche Stimme. Ja, und damit nicht nur One-Liner, weil, sag aber den Film, was du willst, aber zum Beispiel der Kampf in der Kanalisation zwischen Bane und Batman ist eine meiner Lieblingsszenen in der gesamten Trilogie. Oh, okay. Okay. Von Bane, da ist so viel, was man praktisch als Zitat für die Ewigkeit an die Wand hängen kann. Und deswegen habe ich dieses ganze Theater um die Stimme gar nicht mehr wahrgenommen, weil der Charakter einfach so eine tolle Präsenz hat, nicht nur für sich, sondern auch in dem, was er sagt. Ja, das muss man sagen, man hätte Bane sehr viel Tumba darstellen können. Ich war nämlich auch so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, der Joker ist ja eher so wirklich schon auf psychologischen Ebene. Und Nolan hat es aber trotzdem geschafft und das passt eben auch wunderbar dann zu Ras, also zum einen schließt er damit an Ras Al Ghul an und zum anderen geht aber zumindest die Essenz des Charakters Bane nicht verloren. Auch wenn Nolan die Figur eigentlich nimmt und schon was sehr eigenes draus macht, weil der hat halt wirklich mit den Comics gar nicht mehr viel gemein. Aber das ist überhaupt nicht schlimm und ja, ich muss zugeben, mit der Stimme musste man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber nee, also ich muss sagen, also Tom Hardy ist generell ein Schauspieler, habe ich das Gefühl, dass man den sehr schnell irgendwie in eine gewisse Ecke schieben könnte. Aber dafür ist er eigentlich trotzdem zu facettenreich, wenn du mal überlegst, was der seitdem alles gespielt hat. Ich meine, hier war der ja noch nicht so bekannt. Der war hier aus Inception, war der praktisch importiert in diesem Film, wie auch Marion Cotillard, wie auch Joseph Gordon-Levitt. Und wenn man guckt, was er danach noch jetzt gemacht hat und wie er jetzt auch dasteht, also ich meine, der kann ja auch weitaus mehr noch als nur Venom oder so. Tom Hardy ist ein sehr facettenreicher Schauspieler und deshalb ist diese Rolle auch nicht einfach nur ein stumpfer Hau-drauf-Typ, was man aber eigentlich hätte erwarten können. Stattdessen hat er eine schöne psychologische Ebene, die auch wieder den Bogen zurückschlägt zu Ra's Al Ghul. Und das kann ich auch generell schon mal sagen, ich meine, es war ja sogar unklar, gab auch mal Gerüchte darum, dass Nolan Ledgers Tod hat den durchaus auch getroffen. Ja, also auch persönlich emotional und dass er eventuell auch gar keinen dritten Film mehr hätte machen wollen, vielleicht. Und das merkt man aber trotzdem nicht, dass das nicht, also es waren nicht alle Teile von Anfang an geplant, das merkt man schon. Aber dennoch ist das Zusammenspiel schon bemerkenswert, insbesondere zwischen Batman Begins und dann eben The Dark Knight Rises. Also The Dark Knight steht so in der Mitte als das Bindeglied zwischen beiden, aber es werden ja Plots aus beiden Vorgängern aufgegriffen und weitergeführt und vereint. Und das fand ich sehr stark tatsächlich. Und diese ganze Intro-Sequenz hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn man da natürlich jetzt sagen könnte, während The Dark Knight eben als Vorbild eindeutig Heat hatte, ist das jetzt hier im Grunde genommen die Weiterentwicklung dessen, was wir in Hongkong da gesehen haben in The Dark Knight. Da war ja hier mit diesem, das ist ja sogar eine direkte Bond-Anleihe, hier mit diesem Skyhook, wie er sich wieder ins Flugzeug reinzieht, nachdem er hier den Lau entführt in Hongkong. Und hier diese ganze Sequenz, die könnte auch locker aus einem Bond-Film stammen, wirklich. Ja, also er hat immer wieder gesagt, der Einfluss, den die Bond-Filme auf mich hatten, der ist nicht zu unterschätzen, der ist enorm. Ja. Und immer, wenn er Blockbuster-Kino macht, gibt es immer ein bisschen Bond. Immer. In Inception, die Schnee, die Festung im Schnee-Sequenz, ist ja im Geheimdienst ihrer Majestät. Bei Tenet sowieso. Und immer, wenn er Blockbuster macht, dann kommt irgendwie sein Bond-Fable da durch. Ja, was man mit Bane gemacht hat, ist halt wirklich toll, dass man ihn halt nicht nur zu diesem Schlägertypen gemacht hat, weil das wäre ja auch langweilig. Du musst ja auch auf der psychologischen Ebene etwas haben. Und trotzdem hat man eben seine enorme Stärke beibehalten, die auch nie irgendwie so übertrieben dargestellt wurde, dass es dann eben albern war. Ich meine, das kommt ja auch dazu, wie er auch wieder im dritten Teil Comic-Elemente so gut es geht in die Realität integriert. Ich meine, das ist ja auch schon in der Szene, in der Kanalisation, wenn es dann zu dem Feuergefecht kommt und Gordon kommt dann dahin und wird überwältigt und Banes Leute tragen ihn dahin. Und du siehst Bane da sitzen, nur mit der Maske und mit dem blösten Oberkörper. Und das hat Nolan auch extra gesagt, als Tom Hardy anfing, für die Szene zu trainieren und sich in Form zu bringen. Nolan sagte, er soll einen bulligen, starken Körper haben, aber keinen attraktiven. Und deswegen siehst du Bane nicht mit Sixpack oder so weiter. Der sieht nicht aus wie Bodybuilder, aber einfach nur wie ein Typ mit viel Masse und viel Kraft. Und dass er sich über solche Gedanken macht, von wegen hier, ja, das wäre ja auch irgendwie albern. Da hast du diesen Typen mit der Maske und der Glatze, aber dann ist der sexy bis zum Gehtnichtmehr. Ja, vor allem weil eben Tom Hardy ja doch ein relativer Frauenschwarm ist. Ja, und trotzdem macht er diesen Typen so cool. Ich meine, Bane hat irgendwie, man kann es nicht anders nennen, der trägt einen Pim-Coat. Weißt du, dieser Fellmantel, das ist irgendwo ein leichter, zugehellter Mantel. Aber trotzdem passte der Look absolut perfekt. Und er hat es mal wieder geschafft, diese Elemente da perfekt zu integrieren. Und auch der Grund, warum er die Maske hat, weil das die Schmerzen und die Verletzungen im Zaun hält, die er erlitten hat. Und dass er sich von dieser ganzen Gas- und Kanistergeschichte verabschiedet hat. Das hat ihm wieder mal alles nur zugute getan und zeigt, dass er genau weiß, was er da tut. Ja, das sind eben die Sachen, das ist, da führt Nolan eben das konsequent weiter, was er auch schon in Batman Begins hatte. Dass er eben Elemente oder Fundament aus dem Comic nimmt, es aber auf seine eigene realistische, realitätsgebundene Art interpretiert. Und das funktioniert für mich auch. Also klar, wenn man jetzt irgendwie, ich hab ja auch schon, die Arkham Games hab ich ja auch gespielt. Und da ist Bane ja schon anders. Da ist der auch eine komplett andere Figur. Da ist der ja wirklich nur ein Söldner. Ja, aber in diesem Nolan-Kosmos macht seine Figur durchaus Sinn. Ja, man merkt schon, es ist ja ein ziemlicher Brocken an Filmen einfach. Und ich hatte ja auch schon den Raum geworfen, epische Erzählweise, die ganze Geschichte ist ja auch stark angelehnt an eine Charles Dickens Geschichte. Die Geschichte von zwei Städten, wo es ja auch um Umverteilung der Macht geht. Und ja, der Film lässt sich ja auch durchaus Zeit. Also viele haben diese epische Erzählweise ja durchaus als langweilig bezeichnet. Dahingehend ist vielleicht in dieser Eröffnungssequenz auch ein kleiner Fluch. Weil der fängt halt sehr furios an, der Film. Und dann, ich will nicht sagen, dass der ausbremst. Aber dann geht es halt erst mal so, um jetzt irgendwie dem Publikum herüberzubringen. Wir haben jetzt hier einen ordentlichen Zeitsprung. Und nicht irgendwie nur von ein paar Monaten, sondern wirklich von Jahren. Acht Jahre liegen ja zwischen beiden Filmen. Ich muss sagen, auch jetzt bei den beiden Sichtungen, die ich jetzt am Wochenende gemacht habe. Aber die Zeit und so die Zeitangaben und was da so alles zwischen passiert ist, das ist so ein bisschen das Problem des Films. Wie nehmt ihr das wahr? Werner, vielleicht mal zu dir. Also ich habe das so gar nicht wahrgenommen damals. Und auch heute, wenn man das jetzt nicht explizit beachten würde, wüsste man in meinen Augen jetzt nicht so genau, dass da jetzt so viel Zeit dazwischen liegt. Und dementsprechend, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, gut, okay, ein bisschen was liegt schon dazwischen, ist klar. Schon alleine, weil er einen Bart hat. Also wenn man jung ist, sieht man, okay, er hat einen Bart, da ist Zeit vergangen. Aber abgesehen davon wird einem das halt eben nicht so klar und deutlich vermittelt. Und da muss man dann halt eben schon gucken, dass man diese Info aufschnappt und mitnimmt. Aber ich finde auch, unabhängig davon, wie viel Zeit vergangen ist oder nicht, ändert das in meinen Augen nicht wirklich etwas an der Qualität des Films. Weil ob da jetzt acht Jahre dazwischen liegen oder nur zwei, letzten Endes macht das nichts an dem Film besser oder schlechter. Absolut nicht, das stimmt schon. Nur vielleicht hätte man das halbieren können und man hätte die Real-Life-Zeit genommen. Das habe ich mir sehr oft gedacht im Nachhinein, wenn ich über diesen Zeitsprung nachgedacht habe. Es hat vier Jahre gedauert, bis der Film erschien. Hätte man vielleicht auch vier Jahre nehmen können, hätte ausgereicht. Aber da steht ja eine Idee dahinter. Man wollte mit diesem Zeitsprung halt zeigen, dass was man am Ende von The Dark Knight getan hat, hatte massive Konsequenzen. Und es hat dazu geführt, dass in Gotham City zum ersten Mal seit langer, langer Zeit Frieden herrscht. Und alle genießen diesen Frieden bis auf Bruce und Gordon, die mehr oder weniger ihre Seele dafür hergegeben haben. Und die halt immer noch davon geplagt werden, von dieser Lüge und es nagt an ihnen. Die sind Krieger ohne Krieg. Ja. Was ja zum Beispiel am Anfang dann bei dieser Gala bei Wayne Manor zu klagen kommt. Wenn Gordon da diesen Brief hat und darüber nachdenkt, den vorzulesen, was wirklich passiert ist und der tut es dann nicht. Und du musst dann wirklich mal vor Augen führen. Der trägt diese Lüge jetzt seit Jahren mit sich um. Und kann sie niemandem erzählen. Und das muss den ja wirklich fertig machen. Ich meine zum Beispiel wird er dann von dem anderen Polizisten, der von Matthew Modine gespielt wird. Der unterhält sich doch dann da mit anderen Leuten auf dieser Party. Foley. Der unterhält sich doch dann da mit anderen Leuten auf dieser Party und sagt ja auch, ja und wussten sie, seine Frau hat ihn verlassen. Sie hat die Kinder genommen und ist zu ihrer Mutter gezogen oder sowas, sagt er ja. Das zum Beispiel muss eine Konsequenz davon gewesen sein, dass diese Sache James Gordon so fertig gemacht hat, dass deswegen unter anderem seine Ehe in die Brüche ging. Ja klar. Und ich finde das wunderbar, dass man hier eben zeigt, wir haben diesen Frieden erkauft, aber zu welchem Preis. Und dass man eben auch zeigt, dass es hat diese Leute nicht einfach nur belastet, es hat sie mehr oder weniger zerstört. Also ihn und Bruce. Ja und ich finde es gut, dass sie das dann halt eben gezeigt haben, weil am Ende von The Dark Knight hat man ja jetzt nicht so diesen Eindruck, dass die beiden das jetzt so kaputt macht, wie man es eben hier sieht. Und mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, dass das halt eben mal eine komplett andere Seite von Batman ist, die man als Zuschauer zu sehen bekommt. Denn sind wir mal ehrlich, in welchem anderen Batman-Film haben wir diese kaputte Version von Batman bekommen? Generell einfach eben so etwas. Da werden Entscheidungen getroffen und dann muss man damit leben und das verändert, wie man lebt. Und das hast du eigentlich in keinem Superhelden-Franchise. Du hast praktisch immer, am Anfang des nächsten Teils hat der Held zwar seine Probleme, aber der Status Quo ist eigentlich wieder hergestellt. Ja. Du hast bei keinem Superhelden-Franchise, das in der nächsten Fortsetzung der Held völlig aus der Bahn geworfen ist und überhaupt nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. So weitreichende Konsequenzen gibt es da nie. Nur noch vor sich hin vegetiert, beziehungsweise irgendwie auch keinen Sinn mehr hat. Man darf ja nicht vergessen, er ist ja nicht nur stark verwundet worden mit seinem Bein am Ende von The Dark Knight, sondern Rachel ist auch gestorben. Das hat ihn ja völlig aus der Bahn geworfen und dadurch hat er auch, er sagt ja auch dann an einer Stelle, er sieht kein Lebenszweck mehr abseits der Höhle für sich. Das ist, das ist dahingehend auch glaubwürdig. Ich, ich, ich finde es halt ein bisschen, es, es ist halt doch echt viel passiert zwischen den beiden Filmen, was der Film dann wirklich so rekapitulieren muss. Und ich finde, dass manche, also zum Beispiel Miranda Tate wird als Figur echt nicht gut eingeführt, finde ich. Und auch hier, äh, äh, Ben Mendelsohn, John Daggett, dem bekommt man auch so ein bisschen vor die Füße geworfen. Man weiß eigentlich gar nicht wirklich, wer das ist. Klar, man kann sich das erschließen, aber es sind, also das ist, ähm, und das merkt man auch dieser ganzen Gala-Sequenz an, es sind sehr, sehr, sehr viele neue Figuren, die wir bekommen. Also auch ungewöhnlich durchaus für den dritten Teil einer Trilogie. Und, äh, da sind zwar auch nette Auftritte bei, also wieder, äh, hier der Abgeordnete zum Beispiel, der da verschwindet, äh, bei der, äh, bei der Veranstaltung. Äh, äh, das ist Brad Cullen, der hat eine, äh, immer wiederkehrende, große Nebenrolle in, äh, Jonathan Nolans Serie Person of Interest. Und der war auch in, äh, ich glaub in Reminiscence von Lisa Joy, also von Jonathan Nolans Frau, mit der er ja zusammen Westworld entwickelt hat. Äh, da war er, glaub ich, auch drin. Fand ich sehr schön. Generell, äh, muss ich das mal sagen, der Einfluss von Jonathan Nolan in diesem Film macht sich wirklich bemerkbar. Das fängt schon an mit der ganzen Eröffnungssequenz, dass das nicht irgendein Flugzeug ist, sondern dass das eine CIA-Rettungsaktion ist. Das könnte lupenrein aus dem POI-Universum stammen und da muss man, äh, äh, auch wissen, dass, äh, Christopher Nolan sogar eigentlich nicht wirklich Catwoman in dem Film haben wollte. Und dass Jonathan Nolan seinen Bruder dazu überreden musste und wo ich den Film jetzt auch nochmal gesehen habe, ist mir schon so, hab ich schon so überlegt, alles so um Catwoman herum, glaub ich, dass das größtenteils auf Jonathans Konto geht. Also auch hier mit dem Neustart, diesem, dieser Software, wo man, äh, jegliche Informationen löschen kann, das könnte lupenrein aus Person of Interest auch wieder stammen. Jonathan Nolan hat auch eine etwas andere Art und Weise mit, äh, äh, weiblichen Charakteren umzugehen. Schon daran zu sehen, dass Westworld eine relativ weiblich, äh, getriebene Serie ist, wie Chris mir sicherlich zustimmen wird. Na, absolut. Und, äh, ich muss, äh, dahingehend können wir jetzt eigentlich auch mal zu Anne Hathaway kommen. War ja große Skepsis. Ich muss sagen, die Gala-Sequenz an sich, die ist ein bisschen überladen mit Charakteren, aber ihre Einführung ist großartig. Und sie in der Rolle ist auch richtig, richtig, richtig gut getroffen. Also, ja, da, das war eine der größten positiven Überraschungen im Film, dass, äh, die so abgeliefert hat. Und vor allem, dass halt eben ihre Rolle auch wirklich so gut in den Film reingepasst hat. Also, man mag sich kaum vorstellen, was da los gewesen wäre, wenn man sie weggelassen hätte oder irgendwie jemand anderen reingestopft hätte, weil das einfach so gut zusammengespielt hat und die Chemie zwischen ihr und eben Christian Bale so großartig war. Ja. Also, das, man hat es nicht kommen sehen, aber unser lieber Nolan, der muss es gewusst haben, dass das gut wird. Das Witzige ist, ich habe das genauso wahrgenommen, wie was ich, äh, zuvor zu dem Casting von Heath Ledger erzählt habe. Mhm. Also, Leute, die, genau, genau wie Leute, die damals an Heath Ledger beschränkt haben auf zehn Dinge, die ich an ihr hasse und andere Teenie-Geschichten, da habe ich dann auch gesagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was der schon alles gemacht hat und was der als Schauspieler schon alles für Facetten von sich präsentiert hat. Und so war das mit Anne Hathaway auch. Wer dann aufgeschrien hat, als sie gecastet wurde, weil er sie nur aus plötzlich Prinzessin kannte, der hatte keine Ahnung von Anne Hathaways Filmografie. Der hat nicht Sachen gesehen wie Rachels Hochzeit. Oh, ja. Ja. Oder komischerweise, hä, in Brokeback Mountain war sie ja auch. Genau, fiel mir auch gerade ein. Oder Sachen wie Haywalk und so weiter, die, die hat, oder, mein Gott, im gleichen Jahr erschien ja mit ihr, wo sie ja den Oscar bekommen hat, Le Miserable. Ja. Deswegen, als Schauspielerin ist die, äh, grandios und da war überhaupt keine Skepsis. Und Skepsis darüber, ob sie, äh, dafür, nun ja, sexy genug sein konnte, die sollte ja wohl auch keiner haben, der Augen im Kopf hat. Mhm. Von daher, ich war da auch nur, ja, okay, gute Wahl, mal schauen, was sie bringt. Mhm. Und als dann eben auch die ersten Bilder veröffentlicht wurden mit dem Kostüm, das hat wohl dann auch die meisten restlos überzeugt. Und dann da auch wieder diese lustigen visuellen Ideen. Dass man halt gesagt hat, wir lassen diesen, oder eben auch wieder die Anpassung an die Realität. Dass man gesagt hat, diesen ganzen Katzenaspekt, den lassen wir mal weg und fokussieren uns auf den Aspekt, dass sie eine Einbrecherin und Diebin ist. Ja. Das ist grandios. Das ist grandios gelöst. Ja, wirklich. Ja. Und das ist halt, das ist halt cool, dass man, selbst ein Charakter wie, wie Selina Kyle Catwoman, der von den meisten Batman-Schurken oder Batman-Nebenfiguren noch am ehesten in der Realität verankert ist, wenn man mal diesen ganzen Quatsch da weglässt, dass sie in manchen Versionen ja tatsächlich neuen Leben hat und mehrmals stirbt. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, Michelle Pfeiffer und so weiter. Wobei ich aber sagen muss, dieser Teil mit dem Neustart hat mir in ihrer Geschichte nicht wirklich gefallen. Nein. Also, das wirkte ein bisschen so da reingeschleudert und ihre verzweifelte Suche, ne, so, wo ist es, wo ist es, das hab ich ihr so in dem Sinne nicht abgekauft. Nicht aufgrund ihres Schauspiels, sondern aufgrund ihrer Rolle. Denn wenn man halt eben beachtet, wie sie spielt, was für ein Charakter sie im Film ist, dann passt der Charakter nicht zu der Verzweiflung. Ja, das mit dem Neustart wirkt so ein bisschen halbgar leider. Ja. Ja. Auch halt wieder so ein bisschen eben eher von Christophers Bruder reingeworfen. Ist ein bisschen schade, wo es wird auch irgendwie halt so ein bisschen, also erst ist das irgendwie der riesen Unterweltmythos und dann hat auf einmal Bruce Wayne den und dann hat er später den auch noch. Und ja, also, ihre Performance ist nicht das Problem, auch nicht, wie die Rolle geschrieben ist, sondern eher, was mit der gemacht wird. Ja. Weil, ähm, ich finde, die ist, ich sag nicht, dass die zu sehr im Hintertreffen ist, aber, äh, ja, so gewisse Sachen, also, was mir zum Beispiel gar nicht gefällt oder, äh, ich mein, sie hat ja Angst vor Bane auch. Und gleichzeitig ist sie aber auch jemand, der, äh, dieses von wegen, die, die, ähm, die kommen jetzt aus dem Untergrund und werfen jetzt hier die ganze, äh, Hackordnung über den Haufen, die sich ja da auch drauf freut irgendwie hier, von wegen ein Sturm zieht auf Mr. Wayne, ne? Äh, übrigens auch mit einer der besten Szenen, die ist auch so grandios, zum einen, also hier diese Ballszene, ne? Zum einen zitiert Nolan da ganz eindeutig Batmans Rückkehr von Tim Burton und es ist auch so grandios, wie er auf diesen Ball geht und er ist der Einzige ohne Maske und dann fragt sie ihn ja, ja, und wen stellen sie da? Und er so, Bruce Wayne, exzentrischer Milliardär und dann merkst du, der spult diese Rolle eigentlich nur noch ab. Ja. Das ist eine richtig, auch eine richtig gut geschriebene Dialogszene, aber da kommt dann eben schon diese ganze Nummer mit dem Neustart rein und, äh, was, äh, was ihre Figuren und auch so ihre Motivation angeht, so wirklich, was sie jetzt genau für ein Verhältnis hat zu Bane, wird nicht so wirklich klar. Ja, und dass sie dann irgendwie auch unter Druck von wegen, oh, die bringen mich um, wenn ich jetzt nicht Bruce Wayne verrate und die zu ihnen bringe, das ist nicht so, also zum einen befürwortet sie irgendwie das, was Bane macht und zum anderen hat sie Angst vor ihm, aber ich, ich glaube, ich hätte gern mal eine Szene zwischen ihr und ihm gesehen, auch weil sie ihn dann eben am Ende auch über einen Haufen schießt, was ich leider, das ist zwar an für sich ein netter Moment, aber, ja, da wird Bane dann auch so ein bisschen entsorgt nach dem Motto, Er hat jetzt seinen Zweck erfüllt, ne? Man vertraut ihr immer noch und ist der Meinung, wir sollten zusammen kämpfen. Da gibt es keine klare Erklärung für, außer, dass es zwischen den beiden eben eine enorm gute Chemie und eben auch logischerweise, wie es immer zwischen Batman und Catwoman war, eine enorme sexuelle Spannung. Aber abgesehen davon glaube ich, dass man sich hier einfach, wie gesagt, die Popularität des Charakters zum Nutzen macht. Von wegen, sie ist Catwoman, alle lieben Catwoman, alle wollen sehen, dass Batman und sie zusammenkommen. Also, muss ich hier nicht wirklich eine Annäherung erzählen, die nachvollziehbar ist, von wegen Punkt A führt zu Punkt B führt zu Punkt C. Ich kann die beiden einfach zusammen klatschen und gut ist. Und ich hab irgendwie das Gefühl, er hat sich dazu sehr irgendwie auf die Popularität und die Sogwirkung des Charakters verlassen. Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er, also es ist natürlich jetzt nicht so wie bei Sam Raimi mit Spider-Man 3, der ja hier Venom förmlich aufgedrückt bekam und den dann in den Filmen fropfen musste, aber wenn man so drüber nachdenkt, man merkt, dass Christopher Nolan eventuell mit ihrer Figur nicht so wahnsinnig viel anzufangen weiß und dass er das dann eher seinem Bruder überlassen hat. Da muss ich jetzt auch nochmal, auch wieder in Hinblick auf Jonathan Nolan, auch jetzt hier Christopher Westward zum Beispiel, da hat er auch sehr oft weibliche Bösewichte. Ja, ja. Auch in Person of Interest gibt es viele Batman-Anleihen. Also, da gibt's durchaus Figuren, die irgendwie auch ein Stand-in für Selina Kai sein könnten und auch so verbrecherische Genies sind. Und es sind auch oft Frauen. Das ist die Note da drin auf jeden Fall. Aber ja, das wirkt alles nicht so wirklich, also vor allem mit dem Neustart, das ist ärgerlich. Ich meine, The Dark Knight, da hatten wir ja schon herausgearbeitet, dass der wirklich ein Kind seiner Zeit ist und dass der auch viel aus der damaligen Zeit widerspiegelt. Aber The Dark Knight Rises setzt dem Ganzen ja noch die Krone auf in der Hinsicht, ne? Was ich noch sagen würde, was das Problem vielleicht ein bisschen erklärt ist, dass Nolan eventuell einfach einen Ersatz für Richel gebraucht hat, also Richel Doss. Und er halt eben überlegt hat, hm, wir brauchen eine andere weibliche Person, wir brauchen jemanden für Bruce Wayne, wen können wir da nehmen? Und da war sie halt eben dann die einzig richtige Wahl in meinen Augen. Aber ich glaube, so richtig gewollt war das halt eben nicht von ihm, sondern eher so notgedrungen, wie ihr ja gesagt habt. Ja, ich frage mich halt, inwiefern der Miranda-Tate-Plot schon stand, bevor Selina Keil reingeschrieben wurde. Weil es wirkt schon so, als ob dieser Austausch sich von Anfang an gewollt wäre. Weil du hast hier schon, du hast Selina Keil eingeführt, sie ist Catwoman und du bist automatisch auf ihrer Seite, weil sie nun mal die Catwoman ist. Und dann in der Mitte des Films kommen Miranda und Bruce aber zusammen und verbringen die Nacht miteinander. Und ich gehörte zu denen, die dachte, ja, das will ich aber nicht sehen. Ich will eigentlich, dass was läuft mit der anderen Frau, die wir ja eingeführt haben. Und ich war mir nicht ganz sicher, wo führt das genau hin? Dann der Twist am Ende war, finde ich, halt auch auf emotionaler Hinsicht sehr befriedigend doch. Aber ich habe mich dann schon irgendwie gefragt, wozu führt man sie ein, wenn man ihm dann ein anderes Love Interest an die Seite stellt? Wie fandet ihr das? Ja, Miranda Tate ist eh so eine Sache. Man fragt sich eigentlich über weite Teile des Films, warum die jetzt überhaupt hier ist. Ich meine nichts gegen Marion Cotillard. Wobei, ja gut, da kommt man noch auf eine besondere Szene von ihr zu sprechen gleich. Ich meine, also das ist schon was gewesen. Also, als er damals gelesen hat, mein Gott, Marion Cotillard im Batman-Film. Natürlich in erster Linie wegen Inception damals. Wobei ich zugeben muss, wenn du mal so hörst, da sind auch wiederum die Dialoge eigentlich sehr gut. Es deutet sich schon an, dass noch irgendwas mit ihr ist. Also nicht nur im Hinblick darauf, dass sie eigentlich eine typische Gärtnerfigur ist. Sondern, ja, in den Wortwechseln gibt's immer mal wieder so Andeutungen. Und auch diese Liebesszene zwischen ihr und Bruce Wayne, die ist ja durchaus auch wichtig dafür. Also, das führt ja alles zum Twist hin. Und es ist natürlich dann da auch dem Comic-Kanon verhaftet. Weil da ist es ja noch weiter da. Also, da gibt's ja auch Talia Al Ghul. Und da hat Bruce Wayne ja sogar ein Kind mit ihr, was, glaube ich, sogar Damien heißt. Also, so ein richtig schönes Omen-Kind. Ja, ja. Und der wird dann, glaube ich, auch von der Gesellschaft der Schatten ausgebildet. Und soll dann, glaube ich, seinen Vater umbringen oder irgendwie sowas. Ja. Ja, Werner, wie ist das denn mit dir, mit Miranda Tate gewesen? Ganz genauso. Über die meiste Zeit denkt man sich, okay, ja, schön und gut ist halt eben da. Aber was ist so das große Ziel? Weil man weiß ja, ganz umsonst hat man sie nicht eingebaut. Wie du gesagt hast, die Dialoge und auch die Liebesszene, die deuten ja darauf hin, dass da ein bisschen mehr kommen wird, dass die Person wichtiger sein wird. Aber so hat man sie halt eben die meiste Zeit über nicht dargestellt. Und dementsprechend kommt dann dieser große Moment nicht aus dem Nichts. Das wäre ein bisschen falsch gesagt. Aber der Moment wirkt dann nicht so groß, weil ihre Rolle vorher nicht so groß wirkte. Und das war ein bisschen verschwendetes Potenzial. Das stimmt, aber ich mochte den Twist halt trotz alledem, weil wie wir ja schon gesagt haben. Das auf jeden Fall. Ja, die Brücke, die zu Batman Begins geschlagen wird, kommt da einfach zur Vollendo. Und dass man aus Italien Algo macht, das gefällt mir halt gut. Nur ich finde halt, wenn man mal genau dann rekapituliert, was da passiert, auch wieder mal, was wir schon bei Dark Knight erwähnt haben, wie viel Krankes und Verstörendes einfach so ein fast schon beiläufig in diesen Comic-Blockbustern eingeführt wird. Ich meine, die Frau lebt mit Absicht mit dem Mann, der für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist. Und das ist alles ein Plan ihrer Rasse mehr oder weniger. Sie will ihn nicht nur irgendwie schädigen, sie will ihm das Herz brechen. Weil damit sich dieser Betrug am Ende umso heftiger anfühlt, ist selbst die Nacht, die sie mit ihm verbringt, auch nur Teil davon, das Vertrauen zu gewinnen, damit es dann später umso mehr wehtut. Das ist irgendwie ein Detail, das fällt irgendwo hinten runter, aber da muss man auch mal drüber nachdenken, wie abgefuckt das eigentlich ist. Ja, das ist aber auch etwas, was sich in Bane selber wiederfindet im Umgang mit seiner ganzen inszenierten Revolution und der Stadt. Ich meine, der will ja, der versucht ja auch, das Vertrauen des Volkes zu gewinnen und dann umso stärker das Volk ins Verderben zu führen, beziehungsweise er hat so oder so die Rückversicherung. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja letzten Endes auch ihr Plan. Das ist aber dahingehend dann auch wieder schade, weil ihre Figur entkräftet irgendwo auch Bane. Bane hat tolle Dialoge, besonders in dem Stadion und so weiter. Oder auch dann hier diese vor dem Blackgate Prison. Das ist auch kein Zufall. Ich hab wirklich, also die Kostümdesignerin hat gesagt, dass der Wintermantel, den er trägt, der ist angelehnt an die französische Revolution. Und das Ganze ist auch wirklich eine Art Sturm auf die Bastille. Großartige Szene. Aber das wird alles so ein bisschen dadurch entkräftet, dann, ja, Bane ist letzten Endes dann eigentlich doch nur der Mann fürs Grobe und der Henchman. Also eigentlich ist Bane so das, was Ken Watanabe in Batman Begins war. Eigentlich nur, ja, ein Strohmann am Ende. Das ist ein bisschen schade irgendwo. Und dass er dann einfach so wirklich belanglos entsorgt wird, ist leider ... Nee, sehr viel mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich wollte ja einfach nur Recht geben, weil ich das genauso aufgenommen habe. Und gerade dieses, ja, ein bisschen dieblose Entsorgen am Ende von ihm, das hat mich da ... Das war in meinen Augen eine der größten Enttäuschungen des Films, weil man hat ihn so gut aufgebaut, man hat so viel mit ihm gemacht. Und dann ist das sein Ende. Und das war mir ein bisschen zu wenig. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Definitiv, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Der Punkt ist der, ich habe mich irgendwie noch nie sonderlich viel mit Schurken-Sterbesszenen beschäftigt. Also für mich muss das nicht immer so bombastisch sein, wie es nur geht. Ein häufiger Streitpunkt ist ja immer zum Beispiel die Sterbesszene von Philip Seymour Hoffman in Mission Impossible 3. Dass der da einfach so überfahren wird. Ist ähnlich, ist ähnlich. Ja, hat mich aber auch noch nie gestört. Ich weiß nicht, ich störe mich irgendwie nicht an solchen Dingen. Aber ich kann verstehen, dass man sich da irgendwie mehr wünscht. Vor allen Dingen, wenn der Charakter einen so beeindruckt hat und so gut gespielt ist und all das. Deswegen kann ich den Wunsch nachvollziehen, dass man sich da ein pompöseres Ende wünscht. Und da würde ich kurz auf die Szene zu sprechen kommen, von der wir es vorhin kurz hatten. Weil da ging es ja um die Schlägerei mit Bane und Batman in der Kanalisation unten. Wo du, Chris, ja gesagt hast, wie sehr du diese Szene liebst. Ja. Und nicht falsch verstehen, ich mag die Szene auch sehr. Gerade aufgrund der Dialoge, die du ja, Dom, auch richtig angesprochen hast. Also Bane sagt da ja einige richtig interessante und starke Dinge. Aber das ist so eine dieser Szenen, da hätte ich mir ein bisschen mehr musikalischen Einsatz gewünscht. Also die ganze Schlägerei verläuft ja komplett ohne jegliche Hintergrundmusik. Und ich muss zugeben, mir hat gerade in dieser epischen Schlägerei hat mir ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich epische Musik gebraucht hätte, aber zumindest eine Hintergrundmusik dazu hätte ich durchaus gewollt. Ja, das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung. Das soll sehr roh wirken an der Stelle. Und die Soundeffekte beziehungsweise die ganze Akustik ist da natürlich im Vordergrund. Der Gegenentwurf dazu hast du dann, also den hast du dann damit, wo sie dann das zweite Mal aufeinandertreffen im großen Finale. Weil da ist ja, wer weiß was, ein Dampfhammer-Score. Na, also ... Oh ja. Boah, der ist auch wirklich, also ... Hans Zimmer feuert wirklich aus allen Rochen in diesem Film. Und das ist schon ... Das mag zwar abgenutzt sein, aber es ist schon episch, ja. Ja, es ist dein Genuss. Eben, dieser Track, den höre ich mir auch immer wieder gerne an, wenn ich den Soundtrack höre, dieses Imagine the Fire. Ja, das ist der Hammer. Das geht ja sieben Minuten lang und das schlägt so viele verschiedene Tonrichtungen an. Ich meine, hier und da, finde ich, schleicht sich da immer ein bisschen Fluch der Karibik ein. Bei manchen Passagen. Da haut Hans Zimmer wirklich alles raus, was er hat. Aber wie gesagt, es ist dem Film hier nur absolut passend gegenüber, dass er dementsprechend mit dem Score so viel aufwärt. Ja, aber ich finde einfach, können wir mal anfangen, über den größten Streitpunkt zu reden, das Skript. Und die angeblichen, nicht angeblichen, die schon vorhandenen Plotholes hier und da. Über manche kann man sagen, das kann man sich selber zusammenreimen. Manche sind halt wirklich schwer entschuldbar. Aber insgesamt, warum ich meine, warum das doch ein gutes Drehbuch ist, ist, weil es hier auf der anderen Seite etwas gut macht. Ja, dieses Drehbuch hat Probleme mit dem Plot an sich. Das heißt, die verschiedenen Plotpoints werden nicht alle logisch und vernünftig miteinander verbunden. Es gibt bestimmte Fragen, die kann man stellen. Wie kann das jetzt sein und das jetzt sein? Das stimmt. Es wirkt auch episodenhaft dadurch ein bisschen, ne? Ja. Aber wo dieses Skript einfach einen fantastischen Job macht, und darum geht es für mich letzten Endes durch als doch ein gutes Skript, ist einfach Charakterentwicklung und das Kommunizieren von Themen, Ideen, Botschaften. Das macht er absolut vernünftig. Halt auch, wie gesagt, diese Anspielungen auf Occupy Wall Street. Oder wie du gesagt hast, das mit dem Gefängnis, der Sturm auf die Bastille. Guantanamo, Guantanamo, auch ganz stark. Ja. Als da hier dieses Dent-Gesetz, also wie die das auch alle feiern, das fand ich auch schon ein bisschen bedenklich, weil, ich sag's nicht gerne, aber die haben in HW Dents Namen eigentlich da eine Art Polizeistaat errichtet, wenn du es so willst. Und ... Ganz genau. Dass da welche unschuldig irgendwie acht Jahre im Knast sitzen und dann auch, also das waren unübersehbare Seitenhieber auf Guantanamo, ne, zu der Zeit. Ja, all das, das ist da alles mit drin. Und vor allen Dingen auch, wie wundervoll man hier Charakterbögen zu Ende führt. Ich hatte es zuvor bei The Dark Knight schon erwähnt, dass das hier seinen emotionalen Höhepunkt findet und was nicht häufig genug gelobt wird. Nämlich Alfred. Was man hier mit Alfred macht, finde ich großartig. Denn wie häufig ist Alfred in allen anderen Batman-Inkarnationen immer nur der Stichwortgeber? Ja. Er macht einen Witz, er macht ein bisschen Exposition, er hat erklärende Dialoge und das war's. Aber dass man hier wirklich Alfred letzten Endes zu einer wirklich dreidimensionalen Figur macht, mehr noch als in den beiden Vorgängerfilmen und ihm einfach auch zu diesem Vaterersatz macht von Bruce und dass er sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr ansehen. Du, sie bringen sich noch um damit. Ich hab ihre Eltern zu Grabe getragen. Ich will sie nicht auch noch zu Grabe getragen. Das war's. Ich bin raus. Ich halte das nicht mehr aus. Und niemand ist jemals auf die Idee gekommen, Alfred so menschlich darzustellen, dass er jemand ist, der einfach nicht gewillt ist, das mitzuspielen bis zum bitteren Ende. Denn er sieht ja das bittere Ende kommen. Und wenn man dann diesen Sprung macht von dieser Fantasie, die Alfred am Anfang erzählt, von dem ich war in diesem Café, als ich im Urlaub war, und dann hab ich mir vorgestellt, sie sitzen da. Und am Ende kommt es wirklich dazu. Ja, jetzt kann man natürlich mit Logik und mit Plotholes kommen, von wegen, ja, was für ein Zufall, dass Alfred dann genau da in dem Café ist, wenn Bruce da sitzt mit Selina Keil. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Alfred am Ende das bekommt, was er will. Es geht darum, dass er einen emotional befriedigenden Abschluss bekommt, dass seine Geschichte hier dementsprechend vernünftig zu Ende geführt wird. Ja, das mit Alfred kann ich nur unterstreichen. Also, das ist aber auch wieder die konsequente Entwicklung über die drei Filme hinweg. Und man hat eben einen Schauspieler wie Michael Caine, der das grandios rüberbringt. Also, das war eben ... Das ist das Schöne daran, dass ich glaube, ich hab es auch schon bei den anderen Filmen gesagt, Michael Caine ist das emotionale Herzstück dieser ganzen Trilogie. Dahingehend passt das ja auch, dass Bruce Wayne über den ganzen Film hinweg ... Also, das ist ja auch der Plan von Bane und Talia. Die wollen ihn Stück für Stück zerstören. Und Bruce Wayne verliert ja wirklich eins nach dem anderen. Ja gut, am Anfang hatte er was verloren. Also, irgendwie aus so ein bisschen seinem Lebenssinn und vegetiert nur noch vor sich hin. Aber dann verliert er erst seinen Wohlstand, dann den Butler, dann mehr oder weniger wird sein Körper zerstört. Und dann richtet er sich ja erst wieder auf. Aber diese Stufenweise, und das passt ja auch zu Talia und Bane, dieses von wegen, sie inszenieren da eine ganze Revolution, um eine ganze Stadt zu foltern letzten Endes. Das ist stark dahingehend. Eben. Und da ist einfach auch Leute, die ständig diese Ernsthaftigkeit kritisieren und die immer nur leichte Kost von ihren Superheldenfilmen wollen, da muss ich dann jetzt auch mal, ist egal, wie wichtig tourisch das klingt, aber da muss ich halt auch mal wirklich fragen, Leute, liebt ihr das Kino eigentlich wirklich? Wollt ihr nicht etwas fühlen, wenn ihr einen Film seht? Weil hier diese Szene, wo das halt wirklich sich wieder einmal von den Fesseln des Superheldenkinos löst und zu einem wirklich erwachsenen Drama wird, die Szene, wenn sich Alfred von Bruce verabschiedet und ihm dann auch noch sagt, dass er den Brief verbrannt hat, was ihm ja auch ewig auf der Seele brannte. Da hast du einfach zwei absolute Top-Könner, die eben zeigen, was sie können schauspielerisch, dass da das Zusammenspiel zwischen Christian Bale und Michael Caine und das ist so wundervoll und könnte praktisch auch aus einem ganz anderen Film, aus einem Drama sein, aus so einem Oscar-prämierten Drama eigentlich. Ja. Da kann ich mich dann nur an eine Stelle erinnern, ich hab jetzt nicht vor, zum großen Marvel-Bashing auszuholen, aber, weißt du, du hast diese grandiose Szene zwischen Bruce und Alfred und dann halt, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand hat mal was, hat mal gesagt, um diese Unterschiede zwischen den Dimensionen darzustellen. Kann sich irgendjemand so eine Szene vorstellen zwischen Tony Stark und Jarvis? Nein. Nein. Also. Vision. Vision, wenn dann. Oder Vision, ja. Ja, also da gebe ich euch recht. Was Alfred angeht, ist das hier die absolute Spitze seiner Charakterdarstellung und eben auch, da zeigt er halt eben auch das Talente, was in ihm drinsteckt als Schauspieler. Mhm. Weil bisher konnte er ja nicht so viele Emotionen zeigen in den ersten beiden Filmen. Er war da, war natürlich die emotionale Stütze, aber so richtig mal auf die Tränendüse drücken, ja, war bis jetzt ja noch nicht drin. Und hier hat er jetzt halt eben, hat ja nicht nur Bruce Wayne alles verloren, sondern eben auch Alfred dadurch, dass er eben Bruce Wayne verloren hat. Und da zeigt er dann halt eben auch eine Facette, die man zuvor noch nicht gesehen hat. Also, ja, wieder was Frisches. Da ist mir gegen Ende auch was aufgefallen. Er steht ja dann da wirklich trauernd vor dem Grab, beziehungsweise vor den Gräbern. Und er sagt dann ja irgendwie von wegen, ich hab sie enttäuscht und sie haben mir vertraut und ich hab sie enttäuscht. Und das ist mir jetzt erst mal aufgefallen, der sagt das gar nicht zum Grab von Bruce Wayne. Der macht so einen Seitenschritt und sagt das zu den Grabsteinen der Eltern, die daneben stehen. Ja. Das ist mir jetzt erst mal aufgefallen. Ja, nennt mich irgendwie unaufmerksam oder sonst was. Aber das ist mir jetzt erst mal bewusst geworden, dass er das eigentlich tut in dem Moment. Wobei, ja gut, da muss ich sagen, das ist etwas, was ich an der ganzen Trilogie so ein bisschen kritisiere, dass die Eltern von Bruce Wayne förmlich zu Heiligen gemacht werden. Das hat Matt Reeves dann schon ein bisschen differenzierter gemacht. Auch dann hier in Batman Begins dieses Jahr, sie wollten die Stadt retten. Warum ist die Stadt denn wahrscheinlich in so einem elenden Zustand? Weil wahrscheinlich die vorherigen Generationen der Wayne-Familie eventuell auch die Stadt ausgebeutet haben könnten. Man darf auch nicht vergessen, wodurch die groß geworden sind. Das ist doch, soweit ich weiß, in den Comics, und es wird doch, das wird doch, Werner, es wird auch in Batman wie Superman referiert, die Waynes sind doch, glaube ich, groß geworden. Die waren doch Jäger, ne? Beziehungsweise die haben hier Geschäfte mit Pelzen und hier Trappern gemacht, ne? Sowas, was man in The Revenant zum Beispiel sieht. Ja, genau. Das wird da kurz angesprochen. Genau, dadurch, äh, there were Hunters, ne? Genau. Dadurch sind die reich geworden. Das kann man natürlich auch mal hinterfragen. Und ich finde, es am, ja, da ist, also die Waynes sind wirklich unantastbar, sowohl für Bruce Wayne als auch für Nolan, ne? Ähm, ich, ja, ist, ist das wirklich, ist das wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob man das mit Absicht so gemacht hat oder weil man halt nicht viel Zeit hatte für die Wayne-Familie. Ich meine, es ist halt wichtig, die in Batman Begins als solche Gutmenschen darzustellen, damit der Verlust auch dementsprechend wehtut und dass Bruce halt den positivsten Einfluss in seinem Leben verliert. Aber ich glaube, das ist wohl irgendwo auch der Zeit geschuldet, dass man keine Zeit dafür hatte, die Waynes als Heilige, äh, als, äh, ne? Als, ähm, na ja, als Leute in der Grauzone darzustellen. Also ja, ich kann verstehen, wenn man sich daran stört. Ich meine, ich mag zum Beispiel sehr diesen komplett anderen Ansatz in Joker mit Joaquin Phoenix, wo Thomas Wayne ja mehr oder weniger Donald Trump ist. Deswegen mag ich diesen komplett. Andere Ältere, das ist eine interessante Herangehensweise. Übrigens auch, übrigens auch gespielt von Brad Cullen, ne? Da schließt sich der Kreis. Ja, ja. Aber hier, äh, ja, gut, die Wayne-Familie, sie sind halt, sie kommen halt vor, sie sind der Katalysator für das alles. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin da ... Ja, ich, ich, ich sehe das jetzt auch nicht als riesen Kritikpunkt, aber das sind durchaus Aspekte, die man mal hinterfragen kann. Auch im Hinblick darauf, dass ja der Film mir dann wirklich den Klassenkampf zeigen will. Und dass ja auch dann Catwoman, äh, also Selina Keil, äh, warum sagen wir eigentlich Catwoman? Die ist Selina Keil in dem Film. Äh, dass sie das ja befürwortet, diese Umverteilung der Macht, ne? Und, äh, es ist ja auch wirklich so, dass, das, das finde ich auch an dieser Börsenszene, ich muss sagen, also wo ich den jetzt noch mal gesehen hab, diese Börsenszene, finde ich ehrlich gesagt grandios, weil ihr müsst mal drauf achten, Baines Männer, ja, tarnen sich in der Börse als was? Als die letzten Fußabtreter. Der eine putzt den Börsen-Heinis oder den, den Juppies da vorher die Schuhe und der andere, äh, also wischt da irgendwie durch und da ziehen die dann ihre Waffen raus. Also, das ist auch wieder symbolisch, ne? Von, von unten nach oben zieht dieser Sturm auf, ne? Da hätte man, wie gesagt, da hätte man im Hinblick auf die Baines durchaus noch mehr draus machen können. Aber das sind dann vielleicht auch die Versäumnisse von Batman Begins. Ja. Wo ich jetzt aber generell noch mal drauf zu sprechen kommen möchte, ist eben, also ich, ich muss ja sagen, ich weiß es zu schätzen, dass dieser Film auch hier, du hattest ja schon den Raum geworfen, Chris mit Occupy-Bewegung damals, ne? Also auch hier, der Film verweist auch auf die Finanzkrise mit der ganzen Börsenszene, ne? Vor allen Dingen, ganz kurz, was super ist an der Börsenszene, ist halt auch, dass Nolan da irgendwie durchschimmert lässt, wer sind hier eigentlich die wahren Gangster? Weißt du, Gangster können auch teure Anzüge tragen und Jobs haben in großen Konzernen. Ja, ja. Weil das wird mit einer kleinen Dialogszene, wird das klar gemacht. Wenn der Überfall auf die Börse losgeht und Bane packt sich da diesen Typen auf diesem Stuhl, der sagt, das ist die Börse, hier gibt es kein Geld zu holen. Und Bane nur, warum seid ihr da nicht? Ja, ja, ja. Klasse, ja. Richtig. Das ist die Systemkritik in nur einem Satz. Wirklich. Ja, das macht der Film aber halt immer wieder gekrönt, einfach von der, von dieser Szene vor dem Blackgate Prison, ne? Ja. Dass da wirklich Bane auch aufzeigt, dass nur weil ihr sie wegsperrt und sie womöglich auch noch unschuldig sind, sind sie trotzdem immer noch Teil der Gesellschaft. Das regt dahingehend durchaus auch zum Nachdenken an. Da hätte man, wie gesagt, noch mehr rausmachen können. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich, und da ist halt wieder der Zeitaspekt eigentlich etwas, wofür man Nolan kennt und was an für sich auch eine Stärke von ihm ist, äh, diesen Zeitsprung, dass da irgendwie Gotham vier Monate oder was unter, unter Bane als Warlord gelebt haben soll, das ist halt auch so ein bisschen etwas, was bei mir an der Glaubwürdigkeit rüttelt. Weil wir haben die die ganze Zeit da überlebt, wie, das ist halt... Ja, das wirkt weit hergeholt. Meinst du jetzt die Bürger? Ja, ja, genau. Oder, ja, oder weiß ich nicht, es, keine Ahnung, hier Blake, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben, dass der die dann da irgendwie nach oben führt. Ach ja, hier hausen die, die, die hier von Wayne Enterprises. Ja, wie hausen die denn da, bitteschön? Wie kriegen die da Nahrung? Wie schlafen die da? Das ist, also, es muss jetzt nicht alles bei Weißbietiefe haben, aber man hätte das eben vielleicht vermeiden können, indem man einfach gesagt hätte, ja, weiß ich nicht, da ist jetzt ein Monat vergangen und nicht irgendwie vier Monate, ne? Ja, das, äh... Es ging halt auch um, ich glaube, es hat auch was gleichzeitig zu tun, man musste diesen Plotpoint koordinieren mit dem Plotpoint Bruce in dem Gefängnis und seiner Heilung und dass er wieder in Form kommt. Da spießt sich der Film selber ein bisschen auf, was die Realität betrifft. Aber, ja, mein Gott, das ist eine Metropole, da wird man sich schon irgendwie was zu essen suchen können. Wenn jemand stürmt ein Café, ein Restaurant, also ich denke nicht, dass es mal Probleme gäbe, dass die Leute da nichts zu essen kriegen, da wird man sich was zusammenklauen können, äh, auch über mehrere Monate hinweg. Oder wenn irgendwas gelagert ist in einem Kühlhaus, also, ey Gott, da wird man kreativ. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, das, ich hätte da einfach gern nochmal irgendwie, da hätte ja eigentlich viel mehr Eskalation gezeigt werden müssen, die... Boah, ich finde, es eskaliert genug. Ja, natürlich, aber nicht so in den Monaten dazwischen. Das ist so ein bisschen, ja, das rüttelt so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit für mich. Und wie gesagt, man hätte das ganz leicht vermeiden können. Und der Film, der, ich meine, der fährt ja dahingehend wirklich, der fährt so viele Bezüge zur damaligen Realität auf. Wir hatten ja wirklich jetzt hier schon einige aufgezählt. Und, äh, da ist ja noch mehr. Also, zum Beispiel, dass Bane, als er da in das, in das Stadion kommt, dass er sagt, wir kommen nicht als Eroberer, sondern als Befreier. Das ist wortwörtlich das, was George W. Bush gesagt hat, als er in den Irak einmarschiert ist. Und das sind, äh, das sind eindeutige Verweise. Also, äh, ich würde nicht so weit gehen und Nolan einen politischen Regisseur nennen. Aber dieser Film ist unerwartet politisch gewesen damals. Und auch wenn es jetzt nicht alles bei Weißbill schlüssig ist, äh, muss man da durchaus die Ambition auch honorieren. Auch wenn er dahingehend vielleicht auch manchmal ein bisschen überambitioniert ist, was sich dann auch leider bei Interstellar ein bisschen fortgesetzt hat. Das stimmt. Aber es macht das halt reichhaltiger. Und es unterscheidet diese Trilogie halt wieder einmal von allem anderem, was es so in diesem Genre zu sehen gibt. Ja, definitiv. Deswegen ist es nach wie vor das Nonplusultra. Ja, ich würde wirklich ganz gerne über diese Gefängnis-Szenen sprechen. Also, Bruce in dem Gefängnis, in dem Boden, The Pit. Ja. Weil wir sprachen ja über die, die Rückschlüsse zu Batman Begins, also thematische, die Gesellschaft der Schatten und so weiter. Mhm. Und hier auch wieder eine der großen Stärken dieses Skripts, warum ich halt dieses Skript nicht wie so viele andere verteufeln kann. Nämlich, wir haben zwar Handlungs, äh, äh, ähm, Rückschlüsse, aber hier in diesem Gefängnis haben wir tatsächlich Charakterentwicklungsrückschlüsse. Denn, äh, es ist ja wohl überhaupt kein Zufall, es ist ja wohl visuell absolut gewollt, dass dieses Gefängnis, wenn man da unten drinsteht und nach oben guckt, in seiner runden Forum genauso aussieht wie der Brunnen, in den er als Kind gefallen ist. Ja, das ist ja auch nicht sonderlich subtil dann durch die Inszenierung, ne? Ja, mir gefällt da halt diese Idee von wegen, du musst wieder mit deiner Angst connecten. Ja. In Batman Begins ging es um Angst, du musst Ängste überwinden, du darfst dich nicht von deiner Angst lähmen lassen. Und dann in diesem Gefängnis, wie gesagt wird, du musst deine Angst wiederentdecken, weil deine Angst ist dein Motivator, weil er da an einen Punkt gekommen ist, wo er vor gar nichts mehr Angst hat. Und dann sagt ja dieser Typ in dem Gefängnis auch zu ihm, dass, äh, du musst, äh, ich hab doch Angst, ich hab davor Angst, dass meine Stadt brennt und ich kann nichts tun und so weiter. Ja, dann musst du diese Angst benutzen und den Sprung ohne das Seil machen. Und das ist wundervoll, wie da thematisch wieder diese Sachen aus Batman Begins aufgegriffen werden. Ja, das, man, man versteht auch, warum Bruce Wayne, äh, das ist ja auch mit der Grund, warum er, äh, beim ersten Mal gegen Bane auch so ablust, weil er irgendwie auch, ja, ich mein, er kehrt zwar, äh, das sagt ja Alfred auch, er kann zwar seine Maske wieder aufsetzen und das Cape wieder umlegen, aber das macht ihn nicht zu dem, der er mal war. Ne? Nein. Das, ähm, das, ähm, das findet sich bei In Bates Spiel auch durchaus wieder, wir hatten ja schon über die Bane-Stimme gesprochen und die Batman-Stimme von Christian Bale ist ja auch, ich, ich muss zugeben, sie ist, sie kratzt in Dark Knight Rises leicht an der unfreiwilligen Komik. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch irgendwo raffiniert, weil man muss bedenken, er muss erst wieder in diese Rolle hineinkommen und es gelingt ihm nicht so richtig und das steckt da irgendwie auch drin. Oder, Werner, ist, 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 ist dir das irgendwie negativer aufgefallen? Ne, also, bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert soweit, ich hatte da kein Problem damit und mir hat es so eigentlich sogar gefallen. Du hattest ja auch hier, um, äh, auf Christophers Gefängnis zurückzukommen, Christophers Gefängnis hat sich scheiße abgegangen. Mein Gefängnis, ja, ich hab auch noch einen Lieben, glaube ich, ich bin der Werther. The Pit, the Pit. Ja. Why do we fall? Äh, genau, äh, Stichwort, why do we fall? Für mich mit die stärkste Szene des Films und, Werner, ich glaube, da wurdest du dann doch ein bisschen entschädigt für den fehlenden Score in der anderen Prügel-Sequenz, oder? Da auf jeden Fall. Also, da haben sie dann ordentlich Gas gegeben und die Musikmuskeln mal so richtig spielen lassen. Ja. Und das hat dann auch, das hat dann auch mehr gepackt, als es die Szene an sich dann für sich hätte, weil die Musik das Ganze eben noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, epischer gemacht hat einfach. Mhm. Und, äh, so diese ganze Szene, diese, ja, hat halt eben so ihr volles Potenzial, äh, entfaltet. Und ich glaube, wenn man da zum Beispiel auch auf die Musik verzichtet hätte, damit man einzelne Steine von oben runterfallen hört, das hätte bei weitem nicht die Wirkung gehabt. Ja, ich hab da mal einen recht lustigen Vergleich gehört, der, wenn man genauer drüber nachdenkt, ein bisschen passt. So, du hast am Anfang den ersten Kampf zwischen Batman und Bane in der Kanalisation. Und was ist? A, Bruce ist ein bisschen aus der Form und B, er leidet auch ein bisschen an Selbstüberschätzung, weil er immer noch meint, ich bin immer noch der Alte, ich kann das immer noch aus dem FF und unterschätzt halt, was Bane für ein Monster ist. Und dann beim zweiten Kampf ist ja wieder sein Kampfgeist geweckt und er weiß, was auf dem Spiel steht. Irgendjemand hat mal gesagt, man kann das vergleichen mit den beiden Kämpfen zwischen Rocky und Mr. T in Rocky 3. So, du hast diesen ersten Kampf. Jetzt bin ich gespannt. Ja, du hast für die, die halt vertraut sind mit dem Rocky Franchise und mit Rocky 3, du hast, Rocky hat im dritten Teil ein bisschen Wohlstandsspeck angesetzt und unterschätzt Klabberlang Mr. T's Charakter deutlich, weil er halt schon seit der, seit zehn Kämpfen ungeschlagene Champion ist. Und dann ist er mit den Gedanken, auch nicht ganz bei der Sache, weil Mickey, sein Trainer, ja kurz vor dem Kampf stirbt und er verliert kläglich. Und dann kommt er ja wieder zurück, der Kampfgeist ist geweckt und dann besiegt er ja Klabberlang im Rematch am Ende von Rocky 3. Und ich fand das, ich fand das gar nicht so unpassend. Ich fand das absolut, dass mit welcher Einstellung Bruce in den ersten Kampf und Bruce in den zweiten Kampf geht, das ist auch nachvollziehbar. Und dann hast du auch wieder mal solche Idioten, denen scheinbar sowas gar nicht auffällt. Das habe ich dann auch immer als angeblichen Kritikpunkt gehört. Der hat den doch im ersten Kampf voll besiegt. Wieso ist der dann am Ende trotzdem besser als der? So, Typ, es geht nicht nur um Muskelmasse und so weiter. Es geht auch darum, weißt du, der Winne, der kann in der Tat Berge versetzen. Und dann hast du praktisch die umgekehrte Situation. Bane unterschätzt beim zweiten Kampf Batman, weil er ihn schon besiegt hat und unterschätzt, mit was für einer Motivation und mit was für einem Willenskraft Batman zurückkommt. Es geht nicht mehr länger nur um ihn und darum, irgendwas Gefährliches schädlich zu machen, zu eliminieren. Das Schicksal seiner Stadt steht auf dem Spiel. Alles. Es geht um alles am Ende. Und deswegen ist das nicht verwunderlich. Vor allen Dingen, dass er beim zweiten Kampf auch genau weiß, der hat so einen massigen Körper, er hat keine Schwachstelle. Die einzige Schwachstelle ist die Maske, dass er dann auch sofort die Maske beschädigt und all das. Ja, ich meine, Christopher, du hattest doch das letzte Mal auch mir gegenüber gesagt, da kann man jetzt eigentlich auch mal mit aufräumen. Ich meine, Bane ist ja in den Comics, ist ja the man who broke the bat. Und der Film spielt ja auch visuell darauf an, aber er bricht ihm eigentlich meines Erachtens in der Szene nicht das Rückgrat. Nein, natürlich nicht. Na, das war, ich meine, in den Comics habe ich, also ich meine, ich habe es nicht gelesen, aber soweit ich weiß, ist jetzt Bruce Wayne da wirklich im Rollstuhl. Und da muss ja dann ein anderer zu dem Zeitpunkt Batman sein. Und der geht dann auch deutlich brutaler vor. Und dann muss Bruce Wayne wiederum den ausschalten. Aber das ist nur ganz am Rande. Sie spielen darauf an mit dem Comic, aber sie machen trotzdem was Eigenes raus. Nee, da kann ich mich anschließen. Also auch die Szenen da im Knast. Auch hier dieser Gefangene, der sich um ihn kümmert. Das ist mir jetzt auch noch mal wirklich bewusst aufgefallen, das ist derselbe, der Albert Einstein in Oppenheimer spielt übrigens. Oh Mann, das ist ja unglaublich. Das, was der immer für Leute wiederholt und überall unterbreitet. Ja, es ist ... Gibt kaum einen schauspielerfreundlicheren Regisseur als ihn. Er vergisst nie irgendjemand. Nee, hat man wirklich das Gefühl. Ich meine, in Batman Begins waren Leute aus Following drin. Hatten wir, glaube ich, auch erwähnt. Ja, gut, ich meine, dieser ganze Plot ... Also, ja, mit der Maske, das wird so ein bisschen wegerklärt. Ja, die hält halt den Schmerz im Zaum. Im Comic ist das ja so, da wird er, glaube ich, mit diesem Nervengift Venom drüber versorgt, wodurch er dann voluminös wird. Also, der ist ja ein Riesenklops eigentlich in den Comics. Und auch in den Arkham-Games zum Beispiel. Ja, ich muss auch sagen, also, ich meine, so gewisse Logik-Sachen kann ich verstehen, was auch so ein bisschen schade ist einfach, dass erst irgendwie groß etabliert wird, dass Bruce Wayne praktisch komplett im Arsch ist. Also, auch hier mit diesem ... Wo er da beim Arzt ist, von wegen ... Ja, ich habe schon einen schlimmeren Knorpel in einem Knie gesehen. Gut, ja, nee, nicht gut, weil in ihm ist überhaupt kein Knorpel mehr. Und dann hat er einfach diese Erfindung von Fox, wo er mal eben dann sein Bein mitschient und dann ist alles wieder gut. Das entwertet irgendwie auch so ein bisschen diese Last der acht Jahre. Das ist ein bisschen schade. Aber ich weiß nicht, manche Leute übertreiben dann auch wirklich mit ihrer Logik, weil, ich meine, da gibt es wirklich Leute, die beschweren sich darüber, als er da halt den Brunnen da hochklettert. Hey, warum sind denn da auf einmal Fledermäuse? Die können da gar nicht sein. Und dann die Uhrzeit. Das ist symbolisch. Boah, wirklich. Haben die schon mal was von Filmsprache, von Bildsprache, von Symbolik gehört? Also, es tut mir leid. Also, für sowas habe ich kein Verständnis mehr. Nee, am Ende des Tages ist es ja noch ein Film. Ja, natürlich. Es ist ein Film und es ist vor allem eine Geschichte. Und diese Szene erzählt eben perfekt diesen Teil, diesen Abschnitt der Geschichte und ist ja ausschlaggebend für das Finale. Also, da bin ich voll bei dir. Ich verstehe sowas auch nicht. Bis zum gewissen Punkt, okay. Aber irgendwann muss man einen Film auch mal Film sein lassen. Ja, mein Gott, das ist ... Ich weiß nicht, aber das ist auch meine generelle Einstellung einfach. Man sollte in Filme nicht nach Realismus suchen. Beziehungsweise die Leute verwechseln Realismus mit sowas wie innerer Logik. Weil innere Logik ist ja, wenn irgendeine Regel aufgestellt wird ... Also, jetzt bestes Beispiel Bruce Wayne, weiß ich nicht, acht Jahre später, sein Bein ist im Arsch und er hat praktisch keinen Knorpel mehr im Knie, aber dann schient er mal eben so sein Bein. Und also, sprich, etwas, was vorher etabliert wird, wird durch was anderes völlig über den Haufen geworfen, von der Logik her, ja, von der inneren Logik her. Realistisch muss das nicht sein. Es tut mir leid, aber wer einen Film nach Realismus sucht, der sollte sich vielleicht eher mit der Realität beschäftigen. Weil ich glaube, du wirst keinen einzigen Film und keine einzige Serie auf der Welt finden, die hundertprozentig realistisch ist. Und das ist vielleicht auch gut so, denn Filme müssen ... Die Kunst muss nicht die Realität abbilden. Das ist meine Meinung. Nein, muss sie auch nicht. Und du kannst ... Bin ich voll bei dir. Du kannst Plotholes überall finden. Es gibt es natürlich ärgerlichere Plotholes und weniger ärgerlichere Plotholes. Der Film hat schon einige. Also ... Ja, klar hat der Film einige hier und da. Aber wenn der Gesamteindruck so gut ist und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn Ideen, Motive, Themen und Charaktere und einfach Emotionen so gut kommuniziert werden, dann kann man darüber hinwegsehen. Und das macht man bei so vielen Filmen. Und deswegen hatte ich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, irgendwie das Gefühl, Nolan-Hater wollen jetzt einfach nur zuschlagen und lassen diesem Film nichts durchgehen, was die anderen Filmen immer durchgehen lassen. Und da sind heftigere Sachen dabei. Ich meine, das habe ich wirklich noch nie verstanden. Ich meine, es hat jetzt zwar überhaupt nichts damit zu tun, aber eines meiner Lieblings-Plotholes überhaupt, worüber sich Leute grundsätzlich niemals aufregen, weil das ja nun mal ein so geliebter Klassiker aus ihrer Kindheit ist und auch für Erwachsene. Wenn Buzz Lightyear glaubt, er ist ein echter Space Ranger, warum bewegt er sich da nicht und bleibt still liegen, wenn Andy ins Zimmer kommt? Hat sich noch nie jemand drüber aufgeregt, hat noch nie da irgendwie den Spaß an Toy Story getrübt. Und in dem Falle, ja, es gibt Sachen hier, die sind, da bedarf es ein bisschen mehr Erklärung, die fallen hinten runter. Ich störe mich halt auch immer ein bisschen daran, dass es so wirkt, als wäre es Teil von Baines Plan, die Polizei in den Katakomben, in den Bahngleisen da zu verschütten. Aber das ergibt sich eher so heraus. Hätte man vielleicht noch eine Szene einbauen können, das sind alles Plotholes, die lassen sich einfach lösen. Hätte irgendwie noch irgendein Handlanger von Baines Spitzel ihm das stecken können in einer Szene, die komplette Polizei hat vor, dich hier hochzunehmen, ja, dann locken wir sie in die Falle. Das sind alles Dinge, die ließen sich leicht erklären. Und wie gesagt, das Dämlichste überhaupt immer, wo ich mich immer dran störe, ist, wenn Leute sagen, wie schafft es denn Bruce aus diesem Gefängnis zurück nach Gotham City so einfach. Du hast ja auch, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ja, ja, die Stadt ist abgeriegelt. Aber er ist nun mal Batman, er ist ein trainierter Ninja. Und von A nach B zu kommen, halte ich jetzt für ihn nicht so unmöglich, dass er das nicht unbemerkt irgendwie machen kann. Und da könnte man mehr zu sagen, noch ein, zwei Szenen hier und da. Aber insgesamt ist das für mich, nee, er kann das nun mal. Das sind Szenen, die will man beim Filmschau noch gar nicht sehen. Also ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mir da ein, zwei Minuten lang anzuschauen, wie er, was weiß ich, mit einer Kutsche das nächste Auto anreißt und mit dem Auto dann wieder weiter und mit dem U-Boot Richtung Gotham. So was braucht ja keiner. Auf der anderen Seite, also man muss da vielleicht einen Mittelweg finden. Also keine Ahnung, man hätte ja zumindest andeuten können, dass er da irgendwie Kontakte da in der Welt hat. Ich meine, der ist, natürlich ist er pleite, aber er ist trotzdem immer noch einer der bekanntesten und mächtigsten Männer der Welt. Der ist auch ein Überlebenskünstler jahrelang gewesen. Eben. Du hast die Erklärung. Du hast sie in Batman Begins. Wird die Erklärung eigentlich schon dafür geliefert? Ja, man hätte, man hätte. Er hat die Welt bereist, sieben Jahre. Ja, man hätte, man hätte aber trotzdem, also dass er dann da einfach so steht und auch noch den Neustart in der Hand hat. Und man muss da schon ein bisschen was schlucken. Wo man zum Beispiel auch was schlucken muss, ist hier wie, über den haben wir noch gar nicht wirklich gesprochen. Hier, Joseph Gordon-Levitt als John Blake. Da wollte ich noch drauf eingehen. Ja, gerne. Weil da musste ich nämlich was schlucken als Fan. Als ich den Film gesehen habe, war ich teufelsglücklich am Ende, als ich gesehen habe, dass er eben die Betthöhle findet oder viel mehr kriegt. Und ich dachte mir, yeah, geil, die Geschichte wird fortgesetzt mit ihm als Robin. Und dann ist nichts passiert. Also für mich als junger Fan war das eine, bittere Pille zu schlucken. Weil ganz ehrlich, ich finde, er spielt diesen Charakter großartig. Also John Blake, perfekt. Joseph Gordon-Levitt als John Blake hat für mich großartig funktioniert. Und ich wollte unbedingt mehr von ihm sehen. Schade, dass wir es nicht bekommen haben. Aber unabhängig davon hat er ja auch hier genug Screentime. Also er kommt ja nicht zu kurz. Ich muss da tatsächlich gegensteuern. Ich mag das Ende unheimlich gerne. Und auch, dass das so offen bleibt. Das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Weil das ist ja ein Grundmotiv, was sich durch den Film zieht. Dieses, ich meine, das hatten wir ja schon in The Dark Knight, dass Harvey Dent, dass der sagt, Batman sucht eigentlich jemand, der seine Aufgabe übernimmt. Und das tut ja dann John Blake irgendwann auch unter dem Gesichtspunkt von wegen, dass Bruce Wayne zu ihm gesagt hat, Batman könnte jeder sein. Dass John Blake dann einfach nur aufgrund einer gewissen emotionalen Verbundenheit mit Bruce Wayne herausfindet, dass Bruce Wayne Batman ist. Das ist was anderes. Das ist eigentlich sogar eine schön gespielte Szene, aber die ist dann doch sehr konstruiert, wie ich finde. Aber das Ende für Blake finde ich großartig. Und gerade, dass da nichts mehr gekommen ist, dass das so für sich stehen bleibt, dass da jetzt einfach die Fackel an die nächste Generation weitergereicht wird und wir die gar nicht sehen müssen. Das finde ich, also ich muss sagen, man kann dem Film viel vorwerfen, aber das Ende finde ich grandios. Das Ende ist gut. Das Ende ist gut. Also ich wollte ja nicht das Ende schlechtreden, nur dass wir keine Fortsetzung bekommen haben. Ja, du, 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 dich frustriert es, dass da nichts mehr gekommen ist. Aber das ist ja, weil ich habe das mal wirklich gelesen in dem Interview, dass Joseph Gordon-Levitt wirklich Jahre nach dem Film, ich meine, der ist jetzt über zehn Jahre alt mittlerweile, dass der immer wieder gefragt wurde, wann kommt denn jetzt dein Batman? Wann kommt denn jetzt dein Batman? Und er hat halt gesagt, ja, es ist vorbei. Ne? Das ist, das ist das Ende. Und wie gesagt, ich mag gerade das total gerne, dass man in diesen, diesen ganzen Franchise-Woos, gerade im Marvel-Universum, wo es immer weitergehen muss, ich meine, da kann man jetzt drauf spekulieren, ob Downey Jr. wieder zurückkehrt, wenn seine Karriere nicht mehr läuft. Wobei, ja gut, der hat jetzt ein ordentliches Comeback mit Oppenheimer, aber das ist was anderes. Dass man hier wirklich so einen klaren Schlussstrich zieht und wirklich noch mal unterstreicht, dass Batman ein Symbol ist und dass theoretisch jeder diese Maske tragen kann, finde ich ganz, ganz großartig. Ja, die ganze Idee, dass Batman, wie gesagt, diese ganzen Rückschlüsse zu Batman Begins, die sind so wundervoll, wenn Ra's al Ghul sagt, wenn sie mehr als einen Menschen aus sich machen, Mr. Wayne, ein Symbol, dann werden sie zu etwas gänzlich anderem, eine Legende. Ja. So ist es ja auch. Es hat ja auch seinen Grund, dass du am Ende eine ganz kurze Szene hast, die sehr prägnant ist. Wenn das dann alles über den Tisch ist mit dem Erbe, dass das Haus zu einem Waisenhaus wird und John Blake holt seine Sachen ab und entdeckt die Höhle und all das. Und dann hast du eine kurze Szene auf dem Dach mit Jim Gordon, wo ein neues Bett-Symbol installiert ist, ein neues Bett-Licht-Symbol. Ja. Und er streicht so mit der Hand darüber und geht weg, obwohl er gesehen hat, wie Batman davon geflogen ist mit der Atombombe. Obwohl ein Denkmal zu ihm eingerichtet wurde, in dem man halt sein Opferlob preist, hat Jim Gordon trotzdem am Ende auf dem Dach ein neues Leuchtsignal installiert, weil er selber irgendwie daran glaubt, da ist irgendwas, was zurückkommen könnte. Nicht der gleiche, nicht unbedingt er, aber er glaubt eben auch, er glaubt an Batman als Idee und weniger als Person. Das ist aber auch einfach, da kann man auch nochmal hier in Hinblick auf Gary Oldman, der hat ja eine Riesenrolle in dem Film. Ja. Und das ist ja, wie ich jetzt auch gelesen habe, das ist wirklich mit der einzige Film, wo Jim Gordon rausfindet, wer Batman ist. Oh ja. Und das ist auch nochmal ein wirklich toller, emotionaler Moment, wie sie da nochmal die erste Begegnung zwischen denen aus Batman Begins in dem Flashback da aufgreifen. Das fand ich richtig schön emotional gelöst. Ja, definitiv. Das war eine sehr geile Szene. Das fühlt sich auch verdient an, an der Stelle. Ja, und auch wieder da, ne? Ach Gott, so viel Wunderschönes und Poetisches in diesen Dialogen. Nicht nur, wir haben vorhin gesprochen, was Bane alles sagt, aber auch das einfach, was für Worte Bruce da findet, wenn er einfach sagt, ein Held kann jeder sein, auch jemand, der etwas so Simples macht, wie einem kleinen Jungen einen Mantel um die Schultern zu legen, um ihm zu zeigen, dass die Welt nicht untergegangen ist. Oh. Dass diese Filme mit diesen überdrehten Figuren und Aktionen und Dingen, die du so in der Realität niemals sehen würdest, dass sie das A, wundervoll in die Realität einbinden und B, dich auch immer in einer Art und Weise packen und berühren, das ist schon wirklich was Einzigartiges. Und deswegen, wir haben häufig über das Wort gesprochen, dass das, was der Film hier nun mal ist, eine Auftragsarbeit, ja, technisch gesehen ist es eine Auftragsarbeit, aber ich habe immer von Anfang an verneint, wenn Leute gesagt haben, ja, Nolan hat hier halt nur seinen Vertrag erfüllt, dass er den Film machen musste, um Inception finanziert zu bekommen und deswegen ist er hier ein bisschen halbherzig bei der Sache. Nein, nein, nein. Das hier ist eine halbherzige Regiearbeit. Wobei ich da, was seine Regiearbeit angeht, auch mal kritisieren muss. Du hast es ja vorhin angedeutet, also die Action in dem Film, da können wir auch mal eigentlich mal zu kommen, also ich muss zugeben, dass ich, also zum einen finde ich sehr geil, was sie mit dem Bad Pod gemacht haben, wie das jetzt wenden kann. Das sieht extrem geil aus. The Bad als Fahrzeug finde ich auch wahnsinnig gelungen. Das hat ja fast schon was von einem Raumschiff, aber es wirkt zugleich nicht zu abgespaced. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe mich immer gefragt, ist das eigentlich irgendwie ein Aufgriff aus The Dark Knight? Weil du musst dir da ja immer noch dran erinnern, die Szene aus The Dark Knight mit Coleman Reese, der Steuerberater, der dann da Lucius Fox erpressen will. Und dann sagt er doch dann buchstäblich, ihr, ich habe die Sachen durchgesehen und dann habe ich hier diese Bilder gefunden. Ihr Baby hat doch in den Nachrichten auf und Weise Polizeiautos plattgefahren. Was bauen sie als nächstes für ihn? Ein Raumschiff? Und dann habe ich mir immer gedacht, hat Lucius Fox dadurch die Idee bekommen? Durchaus, ja. Das wäre es gewesen. Aber das ist schon, man muss sagen, so ein Ding sieht man nicht alle Tage. Das hat ja, irgendwie hat es was von einem riesigen Insekt. Ja. Also, da fand ich die Action auch gelungen. Wobei ich sagen muss, bei der Action, jetzt so in Relation zu der in The Dark Knight, also, ich meine, den haben wir bei Dark Knight gar nicht erwähnt, hier halt der Handstand des Sattelschleppers zum Beispiel, ne? Oder, weiß ich nicht, auch hier das Krankenhaus, was in die Luft fliegt. Also, wir haben gute und auch gut inszenierte Action, keine Frage. Und die wirkt vor allem, das muss man auch sagen, die wirkt in diesem Film wahnsinnig realistisch, ehrlich gesagt. Und man muss bedenken, wir haben hier immer noch, in Anführungsstichen, eine Comic-Verfilmung, einen Superheldenfilm. Und dafür wirkt das teilweise alles sehr geerdet. Ein Blockbuster. Die sind ja in der Regel auch immer so drüber. Ja, natürlich. Das ist immer so eine gewisse, ich sag mal, höhere Ebene von Realität. Das ist ja generell Film. Genau. Aber, ja, also für mich fehlt so, in Relation zu The Dark Knight, fehlt für mich so der richtig große Action-Höhepunkt. Wobei diese Jagd hinter dem Reaktor her oder hinter der Bombe dann schon spannend ist auch. Aber da muss ich jetzt wirklich, also, ich hab den Film wirklich genossen und der war auch deutlich besser, als ich den in Erinnerung hatte. Beim zweiten Mal dann jetzt, wo ich ihn erinnert habe, von 24 Stunden wirklich zweimal geguckt habe. Aber, was zum Henker war bloß los am Set bei der Sterbesszene von Marion Cotillard. Also, das ist locker einer der schlechtesten Filmtode der letzten 10 bis 15 Jahre. Wirklich, also, entweder war Nolan da nicht am Set und es war die Second Unit oder irgendwas anderes war da. Oder, ist dir das nicht so aufgefallen, Werner? Doch, das war jetzt nicht gerade die feinste Arbeit da am Set. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Ja. Aber, auch das muss ich zugeben, geht dann ein bisschen so unter beim Rest, weil, wir haben ja dann noch den Tod von Bane, der auch ein bisschen so lala ist. Gleichzeitig dann eben noch die anderen Ereignisse, die kurz vorher stattgefunden haben. Und, ja, genau wie Bane, geht der Tod dann auch ein bisschen, naja, ich will nicht sagen unter, aber, ja, die mangelnde Qualität tut nicht so weh, wie wenn man es mehr fokussiert hätte. Ich frag mich vor allem echt was da, ich mein, das ist, Marion Cotillard war da eine Oscar-Preisträgerin zu der Zeit und die ist auch eigentlich eine wunderbare Schauspielerin, auch wenn man die jetzt nicht gerade in Assassin's Creed sich ansehen sollte. Aber, meine Güte, was war das, ey, also wirklich, das, ja, wirklich, das, ja, erst mal eben dieses, oh, oh, so, also, das sieht mehr aus, als ob man die Szene vorher probt und sie sagt dann, okay, okay, jetzt machen wir es richtig. Ja, und sie haben dabei die Kamera laufen lassen. Das Beste mittlerweile für mich ist weniger diese Sterbesszene, sondern Marion Cotillards Reaktion darauf. Das ist mittlerweile, die reagiert darauf in Interviews unglaublich dünnwäutig. Okay. Also, wenn man die darauf anspricht, ja, da hat es schon Momente gegeben, da ist die wirklich so, das ist jetzt so viele Jahre her, lass mich doch mal in Ruhe damit. Die kann das absolut nicht mehr hören, weil ich glaube, die ist auf diese Szene ein paar Mal zu oft angesprochen worden. Und gerade, weil das nun mal so eine tolle Schauspielerin ist, ist das ihr auch irgendwo peinlich. Dass da einfach so dieser schlecht gespielte Moment für immer festgehalten ist in diesem Film. Und das ist wirklich so, die kann das überhaupt nicht mehr hören. Da musst du dann mal ein paar Sachen durchlesen oder angucken dazu auf YouTube oder sonst wo. Das ist ein rotes Tuch von Marion Cotillard das Thema mittlerweile. Das kann ich aber auch nachvollziehen, weil da kriegt man auch wirklich die ganze Härte des Internets zu spüren. Also, ich meine, der Film ist jetzt zehn Jahre alt und ja, da fing das ja schon so an. Ich glaube, Lasse hatte das in unserem Indiana Jones Podcast gesagt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo dann irgendwie Leute mit dem Internet besser umgehen konnten und YouTube dann so seinen Höhepunkt erreichte, fing man halt wirklich an Filme dezidiert auseinander zu pflücken. Und das ist ja auch schon so oft parodiert worden und ich muss auch sagen, es ist wirklich, also, wirklich, also, das ist womöglich mit die schlechteste Szene, die Nolan je inszeniert hat, glaube ich. Ja, was schade ist, denn auch da schon wieder, was du da für wunderschöne Parallelen und Spiegelungen hast zur gesamten Trilogie, dass, ähm, Ra's al Ghul stirbt dadurch, dass dieser Zug abstürzt aus der Luft von, aus der Luft von diesen Gleisen. Wie stirbt Miranda Tate? Sie stirbt, dass dieser LKW da aus der Luft fällt, von diesem, von dieser Straße runter, von dieser, von dieser Brücke runter, genau wie der, wie ihr Vater. Und du hast sogar, dann gibt es ein Comeback des Scores. Hans Zimmer benutzt an der Stelle die gleiche Musik, wie in Batman Begins. Ja. Wenn dann der Laster da runterfällt, wie mit dem Zug, wieder wundervoll gespiegelt, wirklich großartig. Wobei er den, den selben Cue auch benutzt, als, als Batman den, den Joker vom Privet Building schmeißt. und der dann da, das ist auch der Hammer, die Lache von Ledger da, als der da runterfällt. Ja, ja, das stimmt. Das benutzt er mehrmals. Aber, ja, ich weiß, ja, diese Szene hat, es hat halt wirklich die, die ist, es gibt immer wieder so kleine Schönheitsfehler in dem Film, die will ich ja niemals wegreden. Das ist zum Beispiel auch, wenn Selina Keil in dieser Bar ist und mit diesem Typen da verhandelt, von wegen, wegen, weil sie den Clean Slate haben will und dann irgendwie sagt, sie haben das Handy von ihm benutzt und dann kommt ja dann die Polizei und stürmt die Bar. Und du hast ja dann, kurz bevor es dazu kommt, steht Selina Keil ja auf und schlägt den Typen K.O. Und ich fand auch immer, klar, das ist nur ein kleiner Nitpick, aber das wirkt auch immer wie eine Szene, die zuerst geprobt wurde und nicht durchgeführt wurde. So dieser Schlag von Anne Hathaway ist irgendwie so ein bisschen halbherzig, sieht irgendwie nicht wirklich so aus, als könnte sie jemanden damit ausknocken. Und ich hab halt immer das Gefühl, hier gibt es irgendwie so kleine Dinge, da wird klar, die standen unter Zeitdruck. Weißt du, ich finde es zum Beispiel gut, dass Nolan diesen Zwei-Jahres-Rhythmus nicht mehr hat und es dauert jetzt immer drei Jahre, bis ein Film rauskommt. Weil er hat wirklich so, als Batman Begins rauskam, hat der Mann so auf Hochdruck gearbeitet und er hatte Glück, dass er schon Skripts hatte, die er schon länger in der Schublade hatte und verfeinern konnte mit Inception. Prestige, ne? Prestige, Inception und so weiter. Batman einfach nur, nein, ich bin gekommen, um dich aufzuhalten. Das war's. Ja, das hätte ich nicht gebraucht. Was Besseres fällt dir nicht ein. Ja, der Spruch von Bane, der ist ja cool. Ja. Der Spruch von Bane, der hat mir gefallen. Ja. Aber die Antwort von Batman, wie ihr schon sagt, die war dann doch eher ein bisschen schmerz. Die wirkt tump. Warum sagt er so was Lames? So wirklich so, ist euch nichts anderes eingefallen? Hat Christian Bale das improvisieren müssen? Hatten die keine Zeit? Das war so lame. Ja, vor allem, vor allem ist es dann an einer Stelle, wo er dann zu, äh, hier, als er dann aus Bane rauskriegen will, wo der Auslöser ist, äh, von wegen, dann hast du meine Erlaubnis zu sterben, ne? Ja. Da wirft er ihm das ja wieder zurück und das, das hat er ja auch, ähm, das hat er, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es beim Joker gemacht hat, aber bei Russ Algula hat er es auf jeden Fall auch gemacht, also auch wieder eine schöne Spiegelung. Ja, stimmt. Bevor wir aber mal so langsam zum Ende kommen, weil, ich meine, es war klar, der Film ist der größte Zankapfel. Was man nochmal aufgreifen kann in den Action-Szenen, äh, man sieht ja deutlich, der Film, der wurde im Gegensatz zu den beiden Vorgängern nicht mehr in Chicago gedreht, sondern in Pittsburgh und New York unter anderem. Und in einer Szene kannst du ja sogar, oder in mehreren Szene kannst du sogar deutlich da Fifth Avenue lesen. Und ich muss sagen, das ist einer der Aspekte, auch wenn ich es rein dramaturgisch verstehen kann, Gotham sieht halt wirklich in diesem Film einfach nur noch aus wie New York. Und wenn du das dann mal vergleichst mit dem, was du in Batman Begins hattest, wo Gotham halt wirklich so Drecksloch ist, wie in The Batman von Matt Reeves, da muss ich sagen, ist das schon ein bisschen schade. Natürlich liegen da acht oder sogar neun Jahre zwischen und das soll natürlich auch zeigen, dass diese Stadt aufgeblüht ist und so. Aber es ist schon irgendwie schöner, wenn Gotham ja wirklich mehr so einen Charakter hat, oder? Ja, bin ich voll bei dir. Da hat man hier dann doch einen anderen Look gewählt und ich finde, gerade jetzt bei diesem Teil, der halt eben auch so ein Endzeit-Feeling mit sich bringt, passt es mitunter am wenigsten von den drei Teilen, weil theoretisch ist die Stadt ja hier dann eigentlich an ihrem Tiefpunkt angelangt. Aber die Bilder zeigen das eben nicht so sehr, wie es die ersten, die Bilder der ersten Filme getan haben. Ja, wobei ich das auf der anderen Seite mit dem Schnee dann auch schon wieder irgendwie toll finde. Das auf jeden Fall. Also das hat auch so ein bisschen Dark Knight Returns-Feelings. Ja, total. Also soll es ja auch haben. Also da sind ja auch starke Anleihen, also auch schon dieser, das, weißt du, Werner, das ist halt auch der Punkt gewesen bei Batman wie Superman für mich. Ich dachte mir halt, wir hatten eigentlich schon einen kampfesmüden und abgekämpften Bruce Wayne in The Dark Knight Rises und das ähnelte sich für meine Verhältnisse dann irgendwie ein bisschen zu sehr. Ja. Habt ihr noch abschließende Worte zu The Dark Knight Rises? Oder habt ihr noch Punkte, die ihr ansprechen wollt? Weil wir haben jetzt schon wirklich eine ganz schöne Laufzeit wieder erreicht, aber es ist eben, ja, der größte, äh, Diskussionspunkt. Das Einzige, was ich noch ansprechen möchte, das, äh, denke ich, werden wir gleich beim Ranking der Reihe machen. Da werde ich noch was zu sagen. Okay. Christopher, wie sieht's mit dir aus? Mein Fazit war immer folgendes. The Dark Knight Rises ist in vielerlei Hinsicht der Die Rückkehr der Jedi-Ritter der Batman-Filme. Oh, das ist gut. Ja, ganz einfach, weil auch du das Gleiche hast. Es ist insgesamt das schwächste Drehbuch von allen drei Teilen. Da hätte man, äh, besser vorgehen können, gewiefter vorgehen können, cleverer vorgehen können. Aber, der Film ist auf der thematischen und emotionalen Ebene so befriedigend, dass ich das einfach locker verzeihen kann. Er macht das, was ein guter Trilogie-Abschluss dir geben sollte. Er gibt dir Antworten, er gibt, äh, Charakteren, mit denen du schon so lange auf dieser Reise bist, ihr verdientes Ende und das, was sie sich erhofft haben. Und das steht bei mir einfach über dann Plot und solchen Dingen. Und darum werde ich das immer verzeihen können und darum wird das für mich auch immer ein befriedigender Abschluss sein, so wie Return of the Jedi ist auch immer für die Original-Trilogie die für mich war perfekt auf den Punkt gebracht. Wunderschön gesagt. Danke, das war wirklich, da kann man eigentlich kaum noch was zu ergänzen. Also, ähm, ja, Werner, ich lasse dir gerne den Vortritt, du wolltest ja noch was sagen. Ja, also, was ich hier mal ganz klar sagen muss, ist, dass für mich The Dark Knight Rises nicht der schlechteste Teil der Reihe ist. Weil viele sagen ja, The Dark Knight ist klar der beste Teil, Batman Begins dann der zweitbeste Teil. Für mich hingegen ist The Dark Knight Rises ja, der zweitbeste Teil der gesamten Trilogie, weil erzählerisch hat man zwar im Ersten natürlich mehr Bäume ausgerissen, um es mal so zu sagen, aber The Dark Knight Rises hat eine unglaublich großartige, düstere Endzeitstimmung. Das hat schon fast ein bisschen was Apokalyptisches, ne? Und diese großartige Atmosphäre, diese fantastische Stimmung wird nahezu über den gesamten Film gehalten und mich persönlich hat es total ein- und aufgesaugt, was man von Batman Begins eben so nicht sagen kann. Batman Begins erzählt eine andere Geschichte, hat eine ganz andere Atmosphäre, ganz andere Ziele auch von der Geschichte her und dementsprechend ist es jetzt nicht unbedingt eine Abwertung Batman Begins gegenüber, sondern einfach vielmehr ein bisschen mehr Anerkennung für das, was The Dark Knight Rises getan und aufgebaut hat. Denn ich fand es einfach großartig, wie man hier so dieses Endzeit-Feeling transportiert hat, auch unabhängig davon, dass man ja wusste, dass es der letzte Teil von Christopher Nolan ist. Dabei, darum ging es ja gar nicht, sondern wirklich die Stadt ist am Ende, Batman ist am Ende und ja, ich fand es einfach fantastisch und dementsprechend ist, ja, so blöd es klingt, Batman Begins ist für mich der schlechteste Teil der Trilogie, so großartig der Film auch ist. Ja gut, bei mir ist es genau andersrum, also bei mir führt natürlich kein Weg vorbei am The Dark Knight. Das ist für mich wirklich ein Meilenstein von Blockbuster. The Dark Knight Rises ist bei mir tatsächlich auf dem letzten Platz, in Anführungsstrichen letzten, das heißt aber trotzdem nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe den jetzt zweimal hintereinander gesehen und der hat mir beim zweiten Mal deutlich besser gefallen und ja, der hat seine Schwächen der Film und der ist sicherlich auch, er ist jetzt kein überragender Abschluss, aber er ist ein guter Abschluss und ich muss sagen, er ist vom Niveau auch nicht weit weg von Batman Begins und ja, er hat seine Schwächen und Fehler und er ist vielleicht auch ein bisschen zu überambitioniert beziehungsweise gewisse Sachen löst er dann auch ein bisschen zu einfach, wie ich finde, also zum Beispiel auch mit der Atombomben-Explosion, dass das, ja, das wird fast schon ein bisschen schon relativiert, weil das Meer ist ja dann irgendwo vielleicht auch verseucht, aber das ist jetzt nur mal am Rande. Es ist trotzdem ein guter Abschluss einer insgesamt herausragenden Blockbuster-Trilogie und wie gesagt, über Ambitionen schön und gut, aber es ist schön, dass da überhaupt noch Ambitionen drinstecken und auch was Chris vorhin meinte, von wegen, das ist nur eine Auftragsarbeit. Ja, genau. Das mag schon irgendwie hinkommen und ich muss sagen, inszenatorisch sind ja auch durchaus Schwächen an einigen Stellen, die ich auch von Nolan so nicht kenne, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch weit über dem, was man in vielen, vielen, vor allem Franchises vorgesetzt bekommt und allein schon, dass der Film überhaupt Ambitionen hat, dass er auch was aussagen will, dass er auch eben wieder auch die Busch-Ära aufgreift, dass er viele politische Anspielungen hat, die einfach sitzen, dass er Momente hat, die auch zum Nachdenken anregen, auch denkwürdige Dialoge einfach, das weiß ich schon irgendwo zu schätzen und deswegen ist diese ganze Trilogie durchaus was Besonderes. also das werden wir auch glaube ich in der Form so schnell nicht nochmal erleben, wobei wie gesagt Matt Reeves hat jetzt echt stark angefangen mit The Batman und wenn er sich da noch steigert, dann können wir uns da glaube ich noch auf was Großes freuen, aber das Schöne ist trotzdem, dass Nolans Batman für sich stehen darf, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, Werner, hast du das gehört, dass Christian Bale für The Flash tatsächlich angefragt wurde, oder ob er noch mein Cameo haben will. Ja und er hat gesagt, ohne Nolan mache ich nichts als Batman. Genau oder es ist für ihn einfach auserzählt und die haben ihm wohl einfach, also die haben ihm wohl ordentlich wohl Geld angeboten und sonst was und er hat gesagt, nö. Ja, finde ich gut so. Finde ich, finde ich grandios und ich hoffe, ich hoffe, das darf bei Pattinson auch so bleiben, dass der, hoffentlich, dass der, dass der für sich stehen darf, da kommt ja noch ein anderer Batman mit Batman Brave and the Bold, soweit ich weiß, aber der ist dann noch nicht mal gecastet, der Schauspieler. Gibt's dann auch wieder wahrscheinlich Theater, aber nee, die Dark Knight Trilogie von Nolan, die steht wunderbar für sich und ist in der Form durchaus auch im Blockbuster-Segment einzigartig. Absolut und ich finde, die Trilogie zeigt halt eben auch, dass man mehr in dieser Tonalität machen sollte, ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster und ein bisschen tiefgründiger und nicht einfach immer nur dieses bombastische, oberflächliche Spektakel. Nein, gebt uns Erwachsenenfilme, Erwachsenenthemen und ja, Nolan hat gezeigt, was man daraus machen kann, auch heute noch mit Oppenheimer wieder, deswegen, wenn wir, wenn Hollywood uns weiterhin Superhelden bringen will, dann sollten sie vielleicht einfach mal auf diese Schiene wechseln. Durchaus, ja. Ja, also ich meine, gut, ich will jetzt auch nicht alles verdammen, was irgendwie ein bisschen mehr Humor hat, aber wie gesagt, ich wehre mich auch dagegen, dass die Dark Knight Trilogie so, ach so, humorlos und verbissen ist, da wehre ich mich wirklich gegen. Ja, vollkommen. Es geht letzten Endes einfach immer darum, dass man Leute ans Ruder lässt, die eine Leidenschaft haben für das, was sie machen und dass man denen dann auch das nötige Vertrauen entgegenbringt, dass sie machen können, was sie wollen. Und das ist einfach in dem Studiosystem heutzutage das größte Problem schlechthin. Du hast so viele Studio-Handlanger, die haben überhaupt keinen eigenen Style, aber die sagen halt zu allem Ja und Amen, was die Produzenten wollen und dann kriegen die so große Filme in die Hand gedrückt und liefern dann sowas ab, das hast du schon vergessen, während der Abspann läuft. Das hat überhaupt keinen Nährwert, keinen doppelten Boden, gar nichts. Und das ist einfach, wenn du einen Könner hast, der in der Lage ist, abzuliefern und es einem breiten Publikum recht zu machen und ordentlich Geld in die Kassen zu scheffeln und dabei auch noch etwas abliefert, was den Test der Zeit übersteht. Ja, dann hast du doch eine Win-Win-Situation schlechthin, dann begeisterst du Kritik und Publikum und machst dir auch wieder einen guten Namen. Und dass man da nicht einfach bestimmten Leuten mehr Vertrauen entgegenbringt, ist einfach sehr schade. Ich meine, Warner scheint das begriffen zu haben, Matt Reeves ist ja auch nicht irgendwer. Das wollten sie schon wiederholen, dass dieser neue Batman einer ist, den man auch als Film, als Kunstobjekt dementsprechend ernst nehmen kann. Nur, wenn man halt davon komplett absehen möchte, wie Disney zum Beispiel, dann muss man sich nicht wundern, dass man sich in der Situation befindet, in der man sich befindet. Und noch etwas, was ich hervorragend fand bezüglich der Nolan-Hater damals, dass man den dann ins Gesicht schleudern konnte. Die Nolan-Hater und die Leute, die diese Trilogie sowieso nie mochten, haben damals immer wieder behauptet, der Grund, warum The Dark Knight so eingeschlagen hat wie eine Bombe, war doch nur der Hype um Heath Ledger und seinen frühen Tod. Nun, The Dark Knight Rises hatte nicht so eine komplizierte Entstehungsgeschichte und hat unterm Strich weltweit am Ende sogar ein bisschen mehr eingespielt als The Dark Knight. Also, fuck you, haters, das hatte überhaupt nichts damit zu tun. Die Leute sind wiedergekommen, weil sie wussten, sie kriegen hier etwas von allerhöchster Qualität. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch aus The Dark Knight Rises durch diesen Amoklauf in Aurora auch ein, ja, ambivalentes Licht geworfen wurde damals. Ja, aber das war ja nichts, was die Hype-Maschine entfacht hat wie Heath Ledgers Tod. Das war ja, klar, das war eine Tragödie. Ja, aber das hat medial trotzdem durchaus eine andere Betrachtung dann irgendwie angestoßen. Sicher, sicher. Aber trotz allem, man hätte davon ausgehen können, dass der Film mehr, weniger einspielt und am Ende ist es doch mehr geworden. Das sollte man überhaupt nicht unter den Teppich kehren. Das auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Trilogie, wobei man natürlich jetzt sagen muss, ja gut, monetärer Erfolg sagt ja auch nicht immer was über Qualität aus. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal den Cut, weil ich möchte nicht wissen, wie lange dieser Podcast hier wird. Wer weiß, vielleicht hoppt der sogar noch den zu Indiana Jones. Wir haben jetzt jedenfalls über alle drei Filme gesprochen. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich kann mich nur bei euch beiden bedanken und natürlich auch allen, die bis hierhin durchgehalten und uns zugehört haben. Ihr dürft natürlich selber gerne in die Kommentare schreiben, uns Feedback geben oder auch, was ihr generell von den Filmen haltet, wie die vor allem auch in euren Augen gealtert sind. In meinen absolut großartig. Also die werden in 10, 20 Jahren noch gut aussehen. Ja, und da bleibt mir dann eigentlich nichts mehr anderes zu sagen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns gerne folgen auf diversen Social-Media-Kanälen. Uns findet man eigentlich überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Ihr dürft auch gerne auf unserer Website vorbeischauen, teleminustammtisch.de und auf den diversen Plattformen kann man ja auch bewerten. Da dürft ihr uns gerne eine Bewertung geben, warum wir es verdient haben. Und damit würde ich sagen, ja, raffen wir die Umhänge zusammen, setzen die Masken auf und verschwinden in die Nacht. Ich kann mich bei euch beiden wirklich nur bedanken. Das ist etwas hier, was ich schon eigentlich ewig machen wollte und jetzt haben wir den Vorwand, dass die Trilogie nochmal im Kino läuft, dass wir endlich mal die Dark Knight-Trilogie besprechen konnten. Vielen, vielen Dank hierfür und ja, ihr dürft euch jetzt natürlich auch nochmal verabschieden, aber ich sage ansonsten, ja, warum fallen wir und damit tschüss. Ja, auch ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Zum einen natürlich für die Einladung und zum anderen für die großartige Runde. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat auch selber wieder was Neues erfahren. Danke auch an die Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns jedes Mal wieder und an dieser Stelle überlasse ich das finale Wort den lieben Chris. Auch von mir natürlich ein ganz großes Danke an dich, Werner und an dich, Dom und an alle, die zuhören und den Telestammtisch unterstützen. Aber wir machen das hier aus Leidenschaft. Und selbst wenn niemand Danke gesagt hätte, kann ich nur sagen, und das müsst ihr auch nie. Ich habe mich nie bedankt. Und das müssen sie auch nie. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtischs, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.